Herzlich Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die zweite Staffel von The Walking Dead, der T-Tag Game Serie und wir starten. Ah cool, die Speicherladen in der ersten Staffel werden importiert. Staffel 2 von The Walking Dead baut auf den Entscheidungen und die Konsequenzen von Staffel 1 auf. Das Spiel durchsucht jetzt automatisch bla 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 bla. Okay, das ist natürlich cool, also den Scheiß, den wir quasi in der ersten Staffel gemacht haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, plopp, könnt ihr euch das gerne vor dieser Staffel angucken, macht ja am meisten Sinn. So, na denn, also für den Murks, den wir quasi in der ersten Staffel gemacht haben, werden wir jetzt bestraft. Und da kommen ja noch zwei Staffeln noch danach, also die Frage ist, ob überhaupt noch irgendjemand übrig bleibt. So, wähle Speicherdaten. Na denn, wie bitte? Ah, schön, wir kriegen erstmal einen Flashback. Was ist dein Name? Ich bin Clementine. Du hast alle selbst durch das? Ah, hier haben wir Lee, ne? Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst. Teil, die Molly spielt dran. Und da haben wir Clemmie. Oh. Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst. Ich habe es. Molly sagt, Crawford ist der einzige Ort in Savannah, der immer noch Menschen hat. Das bedeutet, es muss sein, wo meine Mutter und Vater sind. Okay, du kannst gehen. Aber du musst dir promiseen, dass du da bist. Wir müssen tatsächlich in der ersten Staffel die Eltern von Clementine suchen. Was für so der große Oberplot. Ich weiß, wie ein Vater zu sein, du weißt. Sie wird nicht auf das, was sie mit dir hat. Das ist eine schreckliche Idee. Die! Lee, ich sah meine Eltern. Komm her, Schreie. Die Stimme von Clemmie. Oh, die süße Maus. Oh, 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 oh. Das ist eine mega schwierige Entscheidung, ey. So, das hat sie gebrochen. So, und jetzt geht's hoffentlich mit Clemmie weiter. Tatsächlich cool, dass wir Clementine über die kompletten Seasons und wir begleiten und wir natürlich auch sehen, wie sie älter wird. Hoffentlich. Oh, hör zu der Maus. Ist mal richtig jung. Alles, was übrig ist. Episode 1. Was denkst du? Omid, du kannst nicht ernst sein. Ich bin. Wir machen das nicht. Warum nicht? Weil... Interessant, weil wir hatten uns, glaube ich, in der ersten Season dafür entschieden, es war mit ihm mitzugeben. Wir kreien uns nicht unser Baby Omid. Einer von euch ist genug. Clementine, ein bisschen Hilfe hier. Aber schön, dass wir es nicht. Omid II. Nein. Omid Junior. Nein. Was, wenn es ein Mädchen wird? Was, wenn es ein Mädchen wird? Dann nennen wir sie Krista. Aber ich bin Krista. Ich will nicht nennen sie Krista. Das ist einfach wunderschön. Also nennen sie Genevieve. Ich will nicht. Wie kannst du nicht interessieren? Ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich nehme alles ernst. Ich nehme alles ernst. Especially, wenn es die Zukunft gibt. Ich spreche, und du schlägst in der Nacht. Erinnerst du das Zeitpunkt in Barstow? Vagas weekend? Warum kommst du nicht in der Mädelsruhe, Clem? Ich hoffe, der Sink funktioniert da. Ich würde es nicht anbelangt. Beide auf dich, und schaue sicher, dass du deine Dinge aufhörst. Wir werden gleich neben der Tür. Okay. Hallo? Noch ein bisschen mehr auf Comic-Look gemacht. Vergewissern dich, dass die Toilette sicher ist. Bewege dich mit WSD. Verwende die Maus. So, ich hoffe... Oh. Das, ähm... Da, da war Chili-Montag. Die Toilette hat es nicht geschafft. Was ist das? Hasi! Hm! Okay. Wo ist denn Christa? Sind wir quasi die Vorhut? Um zu checken, ob es... ... ob es sauber ist? Was denn des Wortes? Na gut, denn... Lass uns doch mal... Ich nehme ein bisschen mit Gesicht waschen. Haben wir oben noch Wasser? Kommt da noch Wasser an? Oh, die Mucke schon mehr, ey. Mich immer sehr mit so hat. So, bisschen Wasser. Oh, schön. Wasser auffüllen ist natürlich sehr wichtig. Ei, ei, ei. Leg die Waffe nicht so weit weg. Das ist interessant, sie hat noch nicht mal geguckt, ob der Wasserhahn funktioniert. Bisschen... Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Wir gehen nicht ohne Waffe. Wir gehen nicht ohne Waffe. Nein, ich will die Wasserhahn nicht anschauen, ich will die Waffe nehmen. Bitte, habe Wasser. Ja, das war jetzt... War irgendwie absehbar. Ach, Mann. Ach, das ist doch scheiße. Hallo, weitergerollt. Wo ist denn meine Flasche hin? Ach, das... Riecht doch schon wieder nach einer Trap... Nach einer Trap hier. Ja. Oh nein, mein Rucksack. Meine Waffe. Sie wimmert so ein bisschen. Ich würde mich immer für einen moderaten... Für eine moderate Aggression entscheiden irgendwie tatsächlich. Wie in der ersten Season. Und nicht sofort immer auf Konfrontation gehen. Da geht's. Nein, mach doch zu. Na. Ich sehe dich. Geh raus. Du bist nicht zufällig. Lass mich alleine. Ich glaube nicht, ich werde. Warum nicht? Ich weiß nicht. Bist du dumm oder was? Geh raus. Ich weiß nicht. Also... Moderate Aggression. Wir versuchen es mal. Ähm... Ich weiß nicht. Also... Noch habe... Sie sieht recht nett aus. Irgendwie. Es war total falsch. Ich würde ihr vertrauen wollen. Was? Was ist das? Was ist das? Das ist alles, was ich habe? Das ist alles, was ich habe. Das ist alles? Wie hast du es so lange gemacht? Ich bin ehrlich. Was hast du noch? Das ist alles. Was? Ich habe mich nicht verurrt. Ich werde dir überraschen. Ich werde dir überraschen. Komm schon. Bitte stopp. Gib mir das Hatt. Nein. Was willst du denn mit der Mütze? Wo hast du es? Ich habe dir eine Frage gestellt. Mein Vater hat es mir gegeben. Es steht auch noch ein D drauf. Gib mir das einfach. Warum? Was willst du denn mit der Mütze? Kommt jetzt endlich um. Schön, dass du es jetzt schon schaffst. Echt jetzt? Echt jetzt? Das spielt ja noch keine 10 Minuten und ihr nehmt mir jetzt schon den ersten Charakter? Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Oh! Da lag ich ja mal eklatant falsch mit meiner Einschätzung. Oh mein Gott. 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 Aber wir hätten jetzt zumindest großartig anders machen können, oder? Krass. Oh, krass. Kann natürlich auch durchaus sein, dass es das nicht einfach war. The Walking Dead. Ja, krasse Overtüre mal wieder hier, ey. Mensch, das Kind hat doch... 16 Monate später. Ah, ich glaube, es war wirklich unvermeidbar. Schau mal kurz, ob es läuft auch schön flüssig bei euch, ja, genau. Falls irgendwer ist, schritt schnell in den Chat. Ich spüre eine leichte Distanz. Okay, sie hat schon ihr Kind bekommen. Wo ist es? Oh no. Hat sie das Kind verloren? Wir haben ja keine Wahl. Was willst du denn machen? Kannst du nicht beschreiben. Du kannst das nicht machen, nicht ich. Tenden ein Feuer, damit du kuchen kannst und warm bleiben kannst. Das ist etwas, was du kannst, Clementine. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Naja, tatsächlich... Hat sie nicht ohne Recht. In einer Welt wie diese ist eine sorglose Kindheit absoluter Luxus. Gehen wir weiter? Wir sagen, wir müssen das Feuer machen. We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? We can't survive without food. Ja, ist richtig. Aber trotzdem... Jägerfeuer machen. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it... Sind also auf dem Weg nach Wellington. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Es ist ja tatsächlich... Warte mal, okay. Ist es sicher an Wellington? Wird es doch besser sein? 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 Safer, maybe. So they say. But I don't know. In der Originalsee war ich aufgrund der Lokalität innerhalb der USA eigentlich auch nie Winter. Was halt irgendwie stehen hat, oder? Doch, ehnmal. Ehnmal. Zum Schluss. Relativ zum Schluss. Ansonsten immer schön mucklig warm. Ja, ich kommst ja... Ja... Ja, vielleicht sollte man jetzt... Ja, gut. Das... Sollte ich jetzt nochmal in den Wunden prülen? Während ich drückte. Dachte ich... Verhängen, wo ist das Kind? Da zieht wirklich... Da zieht Kind verloren? Na, gehen wir uns mal mit Canickel, ja. So, das werde ich jetzt aber bestimmt an einer epischen Quick-Time-Sequenz verkacken. Und das Feuer wird ausheben. Was haben wir denn da? Oh, Kenny! Ein Bild mit mir und Kenny! Kann ich das umdrehen? Nee. Und die Familie. Wie ist die Katja und... Der andere hat da so irgendwie... Dirk oder so was. Wenn ihr einen ganz ganz stumpfen Namen habt, so... Hier haben wir noch ein Feuerzeug, glaube ich. Oder eine Packung Tick-Taxi. Weiß ja nicht. Ein Feuerzeug. Ach ja, das Feuerzeug. Na dann, kümmern wir uns mal ums Feuer. Da werde ich mal alle meine Prepper-Skills jetzt hier bringen. So, wir schauen uns mal erst mal an. Kenny! Ja. 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 Und nun? Na ja, wird das... Wird alles nasses? Ich weiß nicht. Das macht doch das Kanikelchen ein bisschen tiefer. So, hier haben wir noch ein bisschen Lock. Noch ein Lock, 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 Lock. Ja, hoffentlich. So. Packen wir es nauf. Wie kann ich denn das um? Ja, in so einem Hasen ist ja auch echt nicht viel dran, ne? Irgendwie. So, Zeichnung. Oh, Holzschild verbrennen, bitte. Oh nein, muss ich mich ja zwischen dem Foto und der Zeichnung noch entscheiden? Oh, nee. Ah. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir Feuer aus? Die haben Chris harbischt, oder? Oh, shit. Habe ich mir jetzt nicht so überlegt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist ja mit großer Waffe. Oh, no, 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 no. Oh, je. Geh die fucke hier! Jetzt! Fucker. Geh raus hier, Frau. Ich bin nicht fucking rum. Shit. Geh die fucke! Geh die fucke! Geh die fucke hier! Gott, damn it. Nimm nichts nass! Oh, wow. Jesus, sind Sie fucking schuldig? Okay, überhaupt nicht stressig. Oh, cool. Nee! Oh, nee. Oh, oh. Oh, daumen ab im Essen. Oh, kill me, baby. Mein Tick. Kick it. Oh, verdammt, ich stehe weiter. Oh, fest sein, kill me. Mann, Alter, das ist ein Kind. W-w-woll'n die denn? Dann ist... Ah, nicht schnell noch. Oh. Mensch, will bitte? Raus, es gibt. Mit der Maus. Eieiei. Oh, nee. Oh, no, 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 no. Lass mich abochen! Ih, mit Arm hab ich erst ne Tue! Oh Scheiße! Ja, nö ist klar Na los! Oh! Ah! Klemmi! Ah! Alter, das kann doch hier nicht schon binnen der ersten 20 Minuten so ne Überdramatik haben, das ist doch Wahnsinn! Wahnsinn! Oh Mann, so n Stress am frühen Morgen, ja! Ah, QuickTime Steve, go, go, go! Naja, ich glaube wir haben's noch halbwegs mit hingekriegt. Der blöde ist irgendwie, dass du, wenn du halt zum ersten Mal irgendwie ein Spiel wieder startest, irgendwie, und hier sind die QuickTimes wieder anders als beim ersten Teil, ne, muss halt irgendwie echt, muss halt mega quick sein. Das bin ich nicht! So die Idee meistert! Aber dankeschön! Ich kenne mich... Diese Streichermusik ist ein Stich in mein Herz, ey, wirklich! Das holt mich so ab! Also, falls ich aus und zu mir so ein bisschen mit dem Taschentuch rumtupfe, dann ist natürlich meine TH-Aallergie. So, hier haben wir... Was haben wir denn? Hier haben wir ein Boot. Okay, schauen wir uns hier noch mal ein Boot an. Ach, wir sind jetzt allein. Wir haben nichts mehr. Unser Rucksack, alles ist weg. Alles ist weg. Wie jetzt sind wir jetzt? Zehn? Kids Camp. Können wir zu dem Boot? Na, was wollen wir da drinnen? Vielleicht finden wir hier... Ach so, es ist ja so einer umgekippt. Jetzt erkennt ich es erstmal richtig. Ach, verdammte Axt. So, können wir uns hier hochziehen? Schaffen wir das? Ne. Okay, wir brauchen also irgendwas. Oh, doch. Wow. Na, die kleine Maus hat Power. Boah. Das finde ich gut. Ich bin ein Clemmy-Fan durch und durch. Toter Streuner. Der sollte bei einem hier ungroßen Bogen drum machen. Aber... Wir lieben das Risiko. Oh. Oh, okay. Mit einem Straßenschild. Das ist aber auch krass. Das ist ja auch... Schön. Kann man machen. Stimmt, die Leute vom Straßenamt gewesen. So. Was haben wir hier? Nein, ein Kreuz. Ein Grab. Gut, können wir jetzt in den Wald laufen? Ne, können wir nicht. So, wir können ein wenig schneller laufen. Oder schneller gehen, besser gesagt. Okay, dann müssen wir doch in den Wald gehen. Oder? Können wir hier vorne noch in den Vertiklerort? Glaube nicht, ne? Ja, natürlich ist auch die Angst, was zu verpassen, wieder da. In diesem Spiel. Was wir in drei Kapiteln später unbedingt brauchen. Weil ansonsten dann der wichtigste Charakter stirbt. Weil wir jetzt irgendwie einen Ast nicht mitgenommen haben oder so. Ah, ein Pienenwäldchen. Pien, nicht Pien. Ah, vielleicht sollte ich jetzt auch nicht einfach Kaffee trinken. Zwischendurch wäre wie es noch passieren könnte. Bahnzeichen. Aha, Bärenschlangen, Puma, Wölfe. Wunderbar, alle dabei. Und ich mittendrin. Ja, man versetzte sich wirklich mal in die Lage von diesem kleinen Mädchen. Mutterseelen allein. Nichts zur Verteidigung bei, nichts zu essen, nichts zu trinken. Kalt. Und du weißt nicht, du weißt nur, okay, wir wollten nach Wellington. Das ist hart. Moment. Etwas raschelte, können wir uns verstecken? Möchten wir nicht verstecken? Los, Forest-mäßig ab in die Büsche. Nein! Nein! Ist das ein Fuchs? Ein Hundi! Sam! Nö, knurr uns nicht an. Sei mein Freund! Na, der hat halt auch Hunger, ne? Ist auch schwierig. Hundehalsband ansehen. Wo sind denn die Besitzer? Wie heißt du? Hund streich ihn. Na, mach das! Okay, du magst das nicht. Entschuldigung. Sam hat sich das gemerkt. Oh, haben wir jetzt einen Hund? Oh, das wäre schön. Was macht er? Was macht ihr denn? Hey, was hast du gefunden, Junge? Und wo geht's? Warte auf! Das wäre natürlich cool, wenn sie jetzt noch irgendwie so was implementiert hätten, irgendwie, dass der Hund Sachen für uns findet. Also wie Bullet aus, äh, Blabitch. Blah! Vor allem, können wir echt... Hallo? Ich würde froh sein, dass der Hund uns nicht angreift, ne? Weil auch ein Hund hat Hunger. Der sieht jetzt auch echt abgemagert aus. Der sieht schön eckenlich aus. In der der Mausenzahn, ja. Lass uns ein bisschen Essen suchen. Wieder unter deinem guten Spiegel. Fable, Dragon Age, etc. Dragon Age war doch so ein fett Bulldog, ja, so ein Bluthund. So, okay, schauen wir mal nach, ob wir... Oh, wir können so was mitnehmen. Ah, so ein Kasten. Karton, meine ich. Kasten. So, lief ja letztes Mal schon süß. Das war irgendwie so ein... Karton mit Lebensmitteln irgendwo rausgenommen haben. Oh, die Familie von Sam. Sieht so aus, als wäre sie eine glückliche Familie gewesen. Ich hoffe, sie haben irgendwo ein bisschen Essen geblieben. Schauen wir doch mal. Aber... Oh, das hält sich doch fertig aus. Das ist ein Mr. Broccoli, Alter. Ach, sehr geil. So, okay, dann schauen wir mal ins Zelt rein. Zelt. Der Hund müsste eigentlich erst mal das Wetter, wenn es jetzt nicht die Büchse ist. So, dann mal hier. Frisbee? Wollen wir ein bisschen spielen? Ja. Lass uns ein bisschen mit Sam spielen. Hey, willst du spielen? Willst du spielen spielen? Okay, wir kommen zurück. Persönliche Bindung aufbauende, emotionale zu dem Hund. Wir sind jetzt dein neues Frauchen. Good boy. Good boy. Good boy. Na komm, nochmal. Immer noch. Und dann suchen wir weiter nach Essen. Willst du wieder gehen? Hä? Wusstest du jetzt gerade selber nicht so richtig? Will ich nochmal, will ich nicht? Oh, die Frage ist jetzt, können wir das Spielchen übertreiben? Wer tut, wenn wir übertreiben, oder nicht? Diese Entscheidungen. Diese Möglichkeiten. Immer, alle guten Dinge sind drei und dann ist auch gut. Vielleicht fliegt er das Ding jetzt irgendwo hin, wo er irgendetwas findet. Ja, dann macht er noch weiter weg. Darn. Es war gut, während es durfte, doch, richtig? Ja, du bist richtig. Ich sollte nicht die Energie verlieren. Na gut, okay, hier vorne haben wir noch... Ah, die sieht schon ziemlich leer aus, die Dose. Schöne Ravioli-Büchse. So, dann weiter geht's. Schauen wir mal ins Zelt rein hier. Ja, jetzt sieht sofort, dass es ein 19 Euro Zelt ist. Das kann ich halten. So, ja, theoretisch... Oh, ja, hast du was gefunden? Hey, Boy, was ist das Problem? Ah, nicht doch. Psst. Wir müssen kalt sein. So, aber ich will mir nochmal ganz kurz den Grill angucken. Vielleicht ist... Oh nein, hier vorne liegt. Ist ein Angeblümter. Ach du Scheiße. Ja, das sieht nicht gut aus. Na denn, gucken wir uns doch mal hier den Beißer an, der hier vorne... An den Zaun... Äh, an den Zaun... Nein, das ist Montagmorgen auch für mich. Ne? An den Baumikettet ist. Und wir haben hier ein Messer, aber er lebt noch. Das ist wahrscheinlich... Zieht schnell raus. Es ist okay, er ist tot. Ne, er ist nicht tot. Nein, Clemmy! Schau, du kannst den Beißen sehen. Sieht so, wie er versucht, ihn auszupfen. Ich will doch nicht an die Seite ran. Ich will doch an die andere Seite ran, weil du es einfach rausziehen kannst. Finishing! Mach's doch mit der Spitze, Mausie. Was? Das Leute, er zelebriert den doch nicht noch so, jetzt. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Okay, gut, ich denke... Vielleicht... Also, ich würde nochmal zuschlagen, also, zu stechen jetzt, aber... Ich gehe zuerst... So, ich würde mir erstmal das Messer nehmen. Oh, das ist tatsächlich... Muss man sehr vorsichtig sein, sehr sensibel, die Steuerung diesmal. Aber ich sehe da eine Kühlbox. Okay, wir haben schonmal... ein Messer. Ein Messer ist schonmal nicht schlecht im Wald. Wir hätten ihn jetzt glücklich noch durchsuchen können. Können wir das immer noch? Nein, sie geht weg. Warum geht sie weg? Komm mal nochmal her. So, hier würde... Hier gucken wir gleich nochmal hin, aber ich würde nochmal ganz kurz schauen, ob man... Nein, man kann ihn natürlich nicht noch durchsuchen. Schade. So. Machen wir auch das Ding. Und? Tja. Okay. Okay. Aber hier, was hast du hier? Okay. Also, wir können mit Sam... reden. So. 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 Das ist ein Pflaster, was mir jetzt hier von ihm spiemen wurde, dieser Hund. Was haben wir hier? Können wir hier mal reinschauen? Wir müssen überall schauen. Tja. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwo etwas, wo wir schauen können? Hier vorne ist noch ein Topf, aber... Hier vorne noch so eine Büchse. Können wir... So. Sie hat jetzt doch bloß reingeschaut, ne? Und mal reingreifen. Ne? Ja. Tut mir leid, Spatzi. Wir müssen. Das ist bestimmt noch so ein schöner... Alter. Doppelwopp. Oh, schön. Wir haben was. Schau. Ich kann. Ja. Mal sehen, was drin ist. So. Okay. Please don't be bad. Oben oder unten? Ah, ich... Sieht schon mal nicht eklig aus. Sieht schon mal nicht grün aus. So, danach können wir ihn gleich wegschmeißen. Jawoll. Dicke Bohnen mit Speck. Machen wir uns mal ne Pfanne heiß und schon kommt Terrence hier und klaut uns die. Ja, komm. Sam kriegt auch was. Ja, na klar. Maus und Zahn. Da, nö. Ich glaube, du bist auch ziemlich hungry. Ja. Ja. Hier geht's. Oh. Hey, du brauchst es nicht. Okay. 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 Ich konnte... Nein. Nein. Alter. Nein. 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 ich mag das spiel jetzt schon nicht wo viel bin ich jetzt meine meinung das war jetzt unausweichlich also wir hätten was hätten wir jetzt anders nein nicht becken scheiße aber was wieso was war denn plötzlich mit dem ich ja hunger das ist halt man kann es man kann es dem tier ja nicht mal übel nehmen das ist halt einfach aber aus respekt hätte ich nie essen würde nie einen hund essen also so einen kleinen hot dog aber was willst du jetzt machen du hast nichts also kein zombie-virus befallen nee er befällt tatsächlich nur menschen befällt wohl keine tiere warum sind wir irgendwie angerissen in den comics und in der serie nicht wie bei resident evil so wunderbar tiefpunkt ist erreicht was ist wenn der jetzt tollwut hat na bitte schön blöd ach c'mon ey na komm clemi holt mit dir lauf Wohin denn? Wird nicht hin? Na los! Oh, ok. Wir sind hier! Derry-Style. Wir wurden hier rettet! Von Kannibalen! Ja! Scheiße! Ich denke, ich denke, wir sind sicher. Ja, ja, wir sind gut. Wo sind Sie? Hey, bist du okay? Ich bin okay. Lass mich einfach sein. Oh, war das so? Das letzte Mal sah ich, dass du gar nicht weg von dem Lerker gehst. Schau, du bist in schlechtem Form, Kind. Okay. Okay, okay. Vielleicht unsere neue Gruppe? Was machst du hier? Was machst du hier? Wo sind die, äh, die Leute du bist? Keine Chance, dass du so lange hast. Ich möchte sie nicht denken, dass wir nichts tun, sondern versuchen, dich zu helfen. Ich bin allein. Ich bin allein. Alle, die ich wissen, sind weg. Es ist nur ich, jetzt. Ich bin froh, dass ich das hören kann. Ich habe gerade verloren, eine Freundin. Wir haben alle verloren verloren. Will, ich bin Luke. Und das ist Pete. Hey, da. Luke und Pete. Hi. Ich bin Clementine. Es ist schön, dich zu treffen, Clementine. Für heute, wir nehmen dich zurück in unsere Gruppe. Okay, wir haben einen Doktor mit uns, und du siehst, wie du... Oh, shit! Was? Was ist das? Sie ist... Sie ist... Sie ist... Fuck, fuck, fuck. Was werden wir hier tun? Nein, es war ein Hund. Ich habe keinen Hund, Clementine. Komm mal, Kind. Wir haben gerade gesehen, wir haben dich mit den Lurkerern da hinten gesehen. Nein. Nein, nur schau mal an. Bitte. Ja. Und hast du deine Teile in ein Petes Neck? Kein Weg. Mein Neck? Warum bin ich derjenige? Weil ich nicht weiß, was ein Hund von einem Moskito-Bite von einem Lurker-Bite, Mann. Es ist nicht. Ja, es ist halt schwierig, ne? Vertrauen ist, äh... kostbares Gut. Zu dieser Zeit. Hm. All right. Let's see it. Woah, woah, hey. Watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Is it, uh... Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So, where'd this dog go? The one that did this. What... What does that matter, Pete? Serious? I want to know how believe a fuller story is. I... I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just killed it? I don't know, it attacked me. Still, you don't... you don't kill dogs. Kids, don't try this at home. Clementine? Yes. 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 Alright, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me in poker. You don't always beat me at it. Alright, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die, when we got a doctor with us that could make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Okay, vielleicht sein Vater? Come on. Oder, eventuell, ehemalier vorgesetzter, oder irgend so was? Also, er sieht schon so ein bisschen Army-style mäßig aus, so Ranger? Wie? Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just, tired. Well, you better be fine, because I'm not carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... No. No. Ah, shit! No. So, we'll just kurz... nicht wegmachen. Okay, und schon ist der Waffen von uns gerichtet. Mit Carver? No. What? And you just believed her? You should've put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not working... Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for five miles probably hurt that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not... I'm not working for anyone. Oh... I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here. Okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay? She's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational, because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Oh, Sunshine. Like Banksin, yeah. Typ? Nein, he doesn't want her to be. It's okay. Go ahead. He's a doctor. Hell, that must hurt. Spannig, Junge. Jetzt sind wir schon, glaube ich, zu spät. Auf jeden Fall nicht zugekicken, wie du da weiter rumfummelst. Mein Freund ist da draußen, ich kann mich selbst aufpassen. Ist sie schwanger? Das letzte Wort hat es jetzt nicht unbedingt noch, äh, zementiert, deine Aussage. So, was denkst du? War es ein Lurker? Ein Bisschen wie das? Könnte nichts sein. Nur eine Art, um zu finden. Was? Ich schlag mich irgendwo ein und jetzt... Der Fieber könnte uns so einsetzen irgendwie, wenn sich jetzt die Wunde entzündet. Was ist das? Was ist das? Es muss sich nicht so einsetzen, und stichet und verbrechen. Die Frau ist in Ordnung. Hey, Carlos. Wir haben alle diese Sachen in der Karte. Wir können wahrscheinlich mit dir kommen. Bitte. Aber, wir können das nicht machen. Ich bin nicht verbrechen auf eine Lurker-Bite. Es ist, dass du die Wahrheit erzählst. Ich versuchze sie und stich sie für dich in der Morgen. Aber... Ich bin so richtig. Es ist die Bundeskarte. Ich bin so richtig. Findet ihr jemanden? Fingern ab den Träger, брат. Ich kein dein Vater. Keine aus. Also, du bist so, Mann. Es geht alles. Du hast immer demaier der Mutter seinen Anfang. Komm, dann. Das ist nur ein Brau, Moment. Du wirst du sehen. Und wenn sie rüber правe, ich bin der Rמים nicht die Wunde. Ich weiß, was ich sagen kann. 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 Wir sehen, was wir machen können. Wenn ich das so mache, vielleicht kannst du mir ein paar Verlangen. Ich wünsche mir das. Ich bin wirklich gut, aber es ist zu risk. Sorry. Hm. Arme Clemmie. Oh Gott. Hoffentlich ist die Butze ein wenig sauer. Da liegen die schon drei Tote drin. Ich bin auch wirklich... Und, er hat schon wieder den Finger am Abzug. Warum machen wir das? Das ist so dumm. Weil es so sicherer ist. Und ich würde lieber sicher sein. Ja, sicherer für wen? Ich kann es nicht glauben. Du wirst gut sein. Du wirst gut sein. Mal gucken, hier. Oder was das war? Das hier. Was ist das? What is it? A hammer. Können wir nicht mit irgendwas runterholen, hier? Was ist... Was ist das denn? Was ist denn das? Ist das ein Holzspalten oder was? Was soll das sein? Was ist... Also, ich halte mich für handwerklich... ...versiert. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Ist das... ...zum sägen oder was? Irgendwie unterladet? Ist ja auch scheißegal. Ist ja auch scheißegal. Wenn ihr das wisst, Leute. Schreibt's mal rein. In solchen Szenarien sehe ich nicht unbedingt das Gute in den Leuten. Ja... Eine auch. Eine auch, Mom. Ich glaube, wenn ich muss. Ich kann das für Stichungen nutzen. Ist tatsächlich auch schwierig. In solchen Zeiten. So, dafür könnte ich den Hammer hier brauchen. Aber könnte... Könnte ich nicht auf die Kiste jetzt steigen? Und sagen... ... ...deck der Hammer. Aber okay. Denken wir durch. Ich geh raus aus dem Schuppen. Was dann? Ich vertraue mir erst recht nicht. Wenn ich jetzt anfange mit dem Messer rum zu eimern an dem Ding, irgendwie... ...liegt die Klinge kaputt. Ich kriege damit keine Nägel raus. So, das sind übrigens die ganzen Sammel-Items, die wir noch im Spiel bekommen. Das ist quasi unsere Base hier. Und dann ist das mit lauter Werkzeug voll. So. Okay. Spannbock. Schön. Kann man es auch noch anschauen. Der gute Clark. So. Es regnet wie Sau. Wir haben jetzt erstmal... ...ein Dach nur im Kopf. Das ist nicht schlecht. So. Und hoch mit dir. Schwupps. Und was ist da im Glas? Ist da was im Glas? So. Take the hammer. Das ist aber keine Geschichte. Ich muss einfach diesen blöden Hammer reinstecken. Und lass mich raten. Lass mich raten. Jetzt komme ich nicht da ran. Weil das Brett zu schwer ist. Ne doch. Das wäre jetzt ein Ding gewesen. So. Okay. Dann hol den Hammer. Tritt nicht auf die Hake. Und. Mach mal hier die Nägel ab. So. Macht man das nicht. Klingi. Mausi. Zieh die Nägel einzeln raus. Ehh. Ehh. Was jetzt? Jetzt bin ich... Also ich wäre draußen. Was ist wenn ich... Was passiert wenn wir jetzt raus gehen? Ich kann mich ja nicht ins Haus schlächen. Das unterfüttert ja nicht gerade unbedingt unsere Glaubwürdigkeit. Haben wir noch irgendwas, was wir hier drin mitnehmen können? So. Wir haben... Wo haben wir denn jetzt die Angelschnur her? Ich habe mich total verpasst. Na gut. Aber scheinbar müssen wir raus. Ich muss leider in 20 Minuten los. Ab Termin. Ah. Bis heute Abend. Mach's gut. Also in 20 Minuten. Hahahaha. So. Wir könnten uns ins Haus schleichen. Finde einen Weg in die Hütte und hole eine Nadel. Peroxid. Ein paar Verbände. Ach du Schande. Und schon wird's schnicki. So. Okay. Wir schauen mal erstmal. Können wir ja nicht... Ja. Durch die Tür würde ich tatsächlich nicht gehen. Das ist mal ein bisschen zu... Das ist mal zu riskant. So. Schauen wir doch mal hier. Da kommen wir nicht ran. Okay. Verstehe. Hier werden wir auch nicht rankommen. Finden wir irgendwo eine Leiter. Jetzt bewacht vorne. Ah. Schauen wir mal. Hier mal ein Brett. Oh Gott. Probieren wir das. Na. Geh doch mal nachher. Ist so ein bisschen fupslig diesmal tatsächlich so. Die... Die Ausfallsteuerung. So. Wir haben noch einen Hammer. Kann ich nicht die Hammer benutzen? Ja. Kann her. So. Nummer eins. Oh. Ey. Okay. Lass mal gucken. Vielleicht... Okay. Man kann doch einfach nur in die Mitte klicken. Man muss also nicht auf den... Silencio. Silencio. Okay. Jetzt mach ich das weg. Was... Ach Gott. Aber das könnte natürlich halt auch wieder ein Schleicher die Möglichkeit geben unter dieses Haus zu kriechen und nachher um jemanden anzufallen. Ach diese Konsequenzen. Achso. Ich dachte hier nicht genau. Was hier? Unten. Faltür. Ich würde mir eine erstmal angucken. Jetzt wieder vorsichtig. Warte mal nicht. Das ist natürlich sehr... Taschenmesser. Zeigt mir grün jetzt eigentlich an. Irgendwie was besser wäre als gelb. Ach. 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 Shit. Aber es hat anscheinend hier recht. Aber wir haben ein Messer verloren. Ah. Sie hat ihr Buch. Okay, also Sarah ist nicht beim Treffen dabei. So. Können wir noch irgendwas? Nee. So. 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 Dann kommen wir hier vorne um die Ecke rum. So. Dann kommen wir hier vorne um die Ecke rum. Nee. Shit. Können wir nicht weiter. Also blind in den Raum gelaufen ist aber auch fies, ey. So. Können wir hier rein. Was ist das? Was ist das? Das konnte ich ja kennen. Säcke? Kissen? So. 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 Das hat uns jetzt auch nicht. Dave ist. Dave ist bestimmt eingepennt. nach seiner Forest Nacht. Ja. es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt die Uhr. Es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Hier kommen wir. Toll. Und jetzt sind wir jetzt zurück. Okay. Guck mal her. Oh. Mal ein bisschen einmuckeln hier auf der Couch. Okay. Die kommen auch nicht an dem Tisch jetzt hier vorbei, Leute. What? Echt jetzt? So. Vielleicht erzählen die noch irgendetwas. Oh. Sie darf auf jeden Fall nicht in den ersten Stock. Äh. Na. In den Nebenrauben. Da ist das ganze Peroxid versteckt. Scheinbar müssen wir doch hier nochmal irgendwas in dem Raum finden. Ja. Sorry. Das Haus kann doch jetzt hier nicht nur ihren Raum hinten haben. Irgendwie. Der ausschließlich durch die Küche. Äh. Betretbar ist. So. Was ist denn hier mit den Schubläden? Irgendwas. Muss ja irgendwas sein. Massage mal. Okay. Ich kann nicht weiter hier hin. Ne. Nichts. Warte mal. Was ist die Tür? Ne. Ist gar nix. Gar nix. Hm. Okay. Dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen weiter lauschen. Vielleicht kriegen wir dadurch weitere Tipps. Oder irgendwas in der Richtung. Warte und nicht. Er hat besser gehört als nicht. Du hättest auch das gleiche gemacht, Nick. Das war keine lange Idee. Oh, wie ein Feuer mit der Räffel war, hm? Next time we'll just put up a neon sign that says Lurikers are welcome. Where are you going, huh? I want to get my sweater. Oh, we'll be done in a minute. Okay. Na den, äh, schnell noch nehmen an hier. So, jetzt einfach wir an den Raum, woher kamen. Äh, okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Ich glaube gar nichts, ne? Außer eventuell, dass wir die Möglichkeit verpasst haben, durch die Haupttür reinzukommen. So, hier vorne, das ist das Zimmerchen mit dem Fisch. Das müsste die Küche sein. Oder? Warte mal. Ne, eigentlich nicht. Schauen wir mal. Oh, Dave. Bin am locken. Wollt gegen Müdigkeit ankämpfen. Aber noch wach. Hey, Dave, Alter, hau dich hin, Mann. Das ist doch, was... Krampf doch nicht. Das ist doch nicht so... Kommt alle auf YouTube. Alle cute. Fände ich ein bisschen aus, dann bist du um 17.30 Uhr wieder am Start. Ah, es lockt. Cool. Damn. Okay. Jetzt nicht weiter rum. So. Uh, na, 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 na. Ich weiß nicht. Ja, dann kann man tatsächlich bloß noch probieren, über die Fenster reinzukommen. Schade, ich dachte eigentlich, dass... Boah, ganz schön. Die Steuerung ist hier in den Park nicht. Wird das immer schlimmer? Nein! Nein! Ich hoffe nicht, die Treppe oben ausliegen. So. Okay. Wann sind wir aber... Ich denke, hier wird doch die Küche sein, oder? Genau. Meistens ist... Aus dieser Ausgangstür ist ja an der Küche dran. Probieren wir mal, durch das Fenster zu kommen. Ich hoffe, es ist keine offene Küche. Scheiße. Ich versuche meinen Schlafflussmonster fixen, also was heute Abend. Wenn wir die schaffen. Okay. Ambitioniert, Dave. Ambitioniert, Dave. Ja, gut. Können wir tatsächlich jetzt bloß noch... Was willst du machen? Kannst du ja bloß noch hier durch die Küchentür. Weißt du los, ich brauche Peroxid an den Faden, ja Lappen. Aber sofort. Echt jetzt? So, also. Hier vorne geht sie nicht durch. Unten wurden wir auch rausgescheucht. Ist schwierig. Ich muss leider los. Bis hoffentlich später. Mach's gut, Mutti. Ciao. Hm. Könnten wir jetzt nochmal unten in diese Luke rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Achso, sie hat quasi diese ganze Sequenz übersprungen, ähm, mit dem Rumi klettert, als sie einfach in die Tür rein ging. Oh je. Wie kann ich denn noch nicht weiter laufen? Na sag mal. Also. Ich hab jetzt hier zwei Räume zur Ausbau. So. Und nun, da im Finnick und was? Das kann doch jetzt nicht sein. So. Ich hab einen Hammer, ne? Angelschnur wahrscheinlich, oder irgendwas. So. Kann ich hier irgendetwas abschauen? Oh. Hier ist einfach mal gar nichts drin, Alter. Also. Soll ich die weiter belauschen? Ja. Er kann nichts anderes tun, tatsächlich. Ich kann die nur belauschen. So. Hier vorne kann ich nicht reinlaufen. Das ist ein Hammer. Das ist einfach Hammer. Das ist einfach Hammer. Das ist einfach so. Wenn die infektion spüren, alles ist möglich. Du könntest definitiv viel schlimmer für sie. Wir haben nicht Penicillin? Oder etwas, das kann, wie du, die infektion spüren? Wir haben ein paar, aber nicht genug genug zu spüren. Wir haben nichts mehr auf sie. Was, wenn einer von uns braucht? Ich sage nur, dass wir sie helfen können. Das ist alles. Wir müssen uns selbst zu denken. Das ist einfach so. Wir können nicht nur sie sterben. Nicht, wenn wir etwas tun können. Wir müssen noch wissen, was sie getan hat. Hm. Ah, guck mal, hier kann man lange. Ach, hier. Okay, alles klar. So, Sarah ist nach oben mit dem Buch. Boah, ist aber eine Knarze-Treppe. Die ist aber eine Knarze-Treppe. Mmm. Golden Fishing. So, schauen wir mal hier hin. Hoffentlich ist sie da nicht drin. Oh nein. Shhh. Können wir uns vielleicht anfreunden mit dir? Was ist denn da? Was ist denn da? Ein Buch? Was ist ein Buch? Ich liebe Bücher. Es ist die Gurgel. Es ist über transdimensionale Körperforscher. Na klar. Noch on top. Es ist eine Zombie-Apokalypse. Die Krabbel. Ich könnte sterben, wenn ich mich darum kümmere. Man könnte jetzt das sehen. Ich könnte sterben, wenn ich mich nicht darum kümmere. Entschuldige? Sarah wird sich daran erinnern. Sarah wird sich daran erinnern. Und ich muss es ein bisschen aufbauen. Es ist zu tief. Mein Vater sagt, wir sind aus der Real-Bandage. Aber ich weiß, wo wir etwas in die Klinik nehmen. Das ist das, was das verwendet ist. Ich werde dir helfen. Dankeschön, Sarah. Vielen Dank. Ich bin Sarah. Ich bin Clementine. Wir sind Freunde. Wir können beste Freunde sein. Ich habe noch eine andere Frau in meiner Zeit schon seit. Es ist schwer, die einzige Frau zu sein. Wir sind Freunde. Aber sie ist alt. Und das ist es. Ja, wir sind Freunde. Ich versuche es? Das ist wichtig. Freunde müssen sich unsern vertrauen. Nichtsdestotrotz. Du versuchst es oder nicht? Ich versuche es. 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 Ich versuche es, ob ich das, was mein Vater benutzt, wenn ich eine Klinik bekomme. Jetzt sucht sie natürlich mit sie für uns mit. Das ist natürlich ganz geil. Ich denke, das ist es. Das wird funktionieren. Du kannst es hier nicht tun. Niemand wird dich finden. Nichtsdestotrotz. Ich werde nicht. So, dann werden wir ein bisschen weiter schnicken. Danke, Sarah. So, Verbände. Meine Nadel und Verbände. Ich muss denn jetzt eine Nadel hier finden, ey. So, show me. Im Spiegelschränkchen. Oh je, ich sehe schon. Ich sehe schon, was passieren wird, wenn die Spiegeltür zugeht. Und wir haben die Nadel. Sehr schön. Meissignis. So, hier. Auf dem Klo habe ich gesehen. Grüne Hellpflanze. Nehmen wir mal mit. Funktioniert bei Resident Evil. Sollen wir mal in die Dusche schauen? Oh, da können wir uns wahrscheinlich verstecken. Wahrscheinlich müssen wir uns da nachher verstecken. So. Jetzt noch Verbände. Oh no. Oh no. Oh no. Na los, versteck dich. Nein. Hätte ich mich schon woanders verstecken können? Wahrscheinlich ist es zum Part. Oh je. Dammit. Ich muss nur dieses Baby haben. Oh mein Gott. Lass es mir okay sein. Lass es ihm sein. Ja, hoffentlich. Oh. Oh Schweiniherz. Da ist das grüne Kraut. Auf dem Klo. Ne. Find man noch ein Rot und ein Nied. Das sind wir wieder gut. Das sind wir gut dabei. So, aber Toilettenpapier haben sie noch. Das wird nachher der wahre Grund irgendwie für die Ausschreitungen in der Apokalypse sein. Weil kein Klo-Papier mehr hebt. Wir hatten ja schon den Worm-Up dafür. So. Verbände. Wir brauchen, wir brauchen Verbände. Wir brauchen mal Verbände. Oh, was liegt denn da? Auf dem Schreibtisch. Das sieht nach einem Verband aus. Weil man die auch draußen rumliegen lässt. Lumpen. So, schauen wir mal. Eine Uhr. Ne, die... Ich will nicht klauen. Das ist ganz komisch. Das sieht nachher komisch aus. Wenn die uns jetzt erwischen, eventuell. Und wir haben die Uhr bei. Das könnte seltsam aussehen. Global Menace. Risiko. Schön. Global Menace. Großartig. Okay. Oh, what's that? Da drunter? Ach nee, da unten ist noch ein Schublach. Ein paar schönen Socken mitnehmen hier. Oh. Nee. So. So, okay. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal raus gehen. Oder soll ich jetzt hier irgendwie... Lass dich vor mich hin nähen. Und Dr. Bibber spielen. So, Sarah, muss ich jetzt glücklich nicht nochmal rennen. Ah, irgendwie. Oder soll ich jetzt nicht nochmal rennen? Ich gehe einfach runter. Ah, so eine knarze Treppe, ey. So, na denn. Ab in unseren Schuppenverschlag. So. Hush, hush. Aber krass ist halt schon, die kleine Monster. Wofür ist dieser Ding da? So. So. Feuerzeug. Wärens gut. Zum Desinfizieren. Oder zum Sterilisieren, was er sagt. Oh, scheiße. So, dann machen wir erst mal sauber, die Nummer. Ach. Oh, warme Maus. Oh, warme Klingen Spatz, ey. Ich bin gut. Ey, du musst so wehtun. Du musst so... Jetzt kommt der lustige Teil her. So. Quick-Time-mäßig jetzt irgendwie. Zack. Oh, beim ersten Mal. Das ist ja toll. Ich dachte, jetzt kommt so eine ewig lange Quick-Time-Sequenz. So, wie Christo mir gezeigt hat. Warum macht's denn? Moment. Ganz kurz mal. Wenn das Ding zusammengeht, muss ich die Maustaste drücken. So versteckt das. Oder die drückt halten? Ich muss die drückt halten, wahrscheinlich. Oh, sie. Nicht so laut schreien. Draußen sind Beißer. Oh, aber auch jetzt schön mit 28 Stichen. Oh, sie sind mies, Alter. Sie sind mies. Überlegt mal, könntet ihr euch selbst nähen? Oh, Gott. Die haben aber auch einfach mal gar keine Gnade, ey, von Telltale. Und natürlich noch mal ein viertes Mal. Ist ja klar. Und Dave wieder wach. Ich kann sowas nicht sehen. Ja, der kann Kähner. Der kennt Kähner, der sagt, oh, schau mal. Wann mal. Schön. Also, es sei denn, du bist Mediziner und musst zu Leerzwecken können. So, na denn. Rüber mit dem Schmutzchen. Was auch immer das war, irgendwie. Lumpen. Selbst im Spiel. Ja, das ist, oh, na schön. Ach, scheiße. Kick it. Woah. Backstein los. Gib ihm. Oh, no, 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 no. Oh, scheiße. Los, in die Harke. In die Harke. Nein, nein. Aha, guck, 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 guck. Dafür war das da. Ich verstehe. So, Hammer. Take the hammer. Hammer, klar. So, jetzt werden wir entscheiden, meine Freunde. Oh. Kommst du dir nur so vor oder zelebrieren sie dich jetzt einfach? Irgendwie. Holy shit. What the... How the hell did he get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? The shed should have been safe. I'm still not bitten. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. What the hell says the man not carrying a baby? You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in and I'll take a look at her arm. So, Globus. Ich schätze mal, hätten wir die Uhr mitgenommen. Irgendwie hätten sie uns wahrscheinlich des Diebstahls bezichtigt. Dann wären wir mal am Arsch gewesen. Schön, dass sich jetzt Herr Badier jetzt mal um uns kümmert. Der ist mir echt ein bisschen ein Ticken zu einer Wüster-Typen, der mir wäre. How she lurk. Her suturing-Skills need some work. Yeah, I can't believe it. Otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker-Bite? If it was, the fever would have already set in and her temperature would be through the roof. Was los mit dem Typen? Oh, Munition. Ich war verletzend. Ihr habt mir nicht geholfen. Was bedeutet das? Du manipuliert meine Daughter. Ich habe sie geholfen. Sie ist nicht jemanden, die du nur geholfen kannst. Sondern? Ich gebe dir den Vorteil des Wunders. Aber es gibt ein paar Dinge, die du über meine Daughter musst. Okay. Sie ist nicht wie du. Du kannst nicht das verstehen, aber wenn du mit ihr mit ihr bist, dann verstehst du. Okay. Sie wusste, wie schlimm die Welt ist. Was es wirklich wie da draußen ist, ist, dass sie nicht funktionieren würde. Sie ist meine kleine Mädchen. Sie ist alles, was ich noch hatte. Und ich würde mich fragen, dass du von ihr abgeholt hast. Ich bin sorry. Ich wusste nicht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen sensibler. Du bist verabschiedet. Du bist verabschiedet. Du hast keine Fehler gemacht. Hey, ich bringe dir ein bisschen Essen, wenn du hübschst. So, was haben wir hier? Porage? Das kennen wir hier schon nicht. Ja. Besser als ihn zu verlieren. Ja, ihn haben sie natürlich auch sehr sympathisch gezeichnet. Irgendwie. Weiß ich nicht, ob ich ihnen vertrauen möchte. Bring er schon mal in die Hose. Zweimal in dem Spiel. Er ist eine Frau im Tod und ein Hund. Ich glaube, wir haben alle unsere Momente. Du hast definitiv einen da draußen. Du hast nur deine Freunde beschädigt. Ich verstehe das. Ich meine, ich will nicht so hart sein. Ich habe nur... Wir hatten mal eine schlechte Erfahrung. Hatten wir alle schon. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Was ist geschehen? Na komm, erzähl mir deine Geschichte. Nick hat seine Momente verloren. Wir haben uns auf jemanden gebrochen, die in den Bade getroffen wurde. Es war meine Schuld. Es war niemandem. Es war niemandem. Wir wollten, dass wir ihn kontrollieren können, aber wir konnten nicht. Und dann hat sie gebrochen, und seine Mom standen direkt da, und sie wurde attackiert. Na, ist natürlich klar, dass er da sehr sensibel auf das Thema reagiert, ne? Und die wir ein bisschen werden. Ich habe auch gesagt, dass er das mit dem nervösenden Scythe Finger auf unserer Seite ist. Gut. Nick ist also unser... Unser Buddy jetzt. Ist immer ganz gut. Der Typ mit dem nervösenden Scythe Finger auf unserer Seite zu haben. Ich denke über nach, weiterzuziehen. Vielleicht sollte ich hierbleiben? Ich weiß nicht. Ich denke, über den Weg zu gehen. Du bist willkommen hier, wenn du willst. Okay, lass dich sich aufhören. Es dauert ein bisschen Zeit, um Dinge auszuprobieren. Ja, cool. Das ist auch wirklich nett. Du bist okay mit dem? Wir müssen einfach mit dem. Also, was ist mit deinem Eltern passiert? Hm, das ist so. Wenn du nicht, mich fragen kannst. Ich denke, ich denke, was mit ihnen passiert ist, was mit allen Eltern passiert ist. Du bist so jung. Du denkst, dass du es mit dir gemacht hast, für so lange, aber vielleicht hast du. So geil, wir fahren in den Urlaub, alter Wohnkind. Dann hab ich Lee getroffen, ich war in der Heimat, oh wait. Dieser Mann hat mich gefunden und hat mich geholfen. Wir haben uns mit anderen Überzeugungen getroffen und wir haben alle versucht, es zu machen. Aber es funktioniert nicht. Sein Name war Lee. Er hat mir gelernt, wie zu überleben. Er hat mir gesagt, zu entfernen von den Städten zu bleiben. Das was mit allen passiert. Ich bin davon gelaufen, er ist gestorben. Dasselbe was mit allen passiert. Aber er hat mich zuerst erinnert. Er hat mich zuerst erinnert. Er hat mich zuerst erinnert. Er ist ein richtig guter Mann. Ja, er war. Er hat mich zuerst erinnert. Der nannte mich immer Clement. Er hat mich zuerst erinnert. Ich liebe es, aber ich bin da draußen, und ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das Ort aufgerissen ist, wie ein Böckchen im Mittelpunkt. Ja, es ist Zeit, um in den Wald zu kommen. Jetzt gehst du deinen Winkern, weil wir fischen. Ein paar frische Brückchen für Essen? Würde das nicht gut? Oh, du bist noch hier. Oh, du bist noch hier. Ich würde mich nicht entschuldigen, wenn ich dich wäre. Luke hat mich zu bleiben. Gut für ihn. Aber das ist nicht so, wie die Dinge hier arbeiten. Wir machen Entscheidungen als Gruppe. Und du hast dich willkommen. Du hast das, was du hierher kamst. Jetzt gehst du. Es ist halt ein kleines Mädchen. Was ist das? Wie geht es? Auf zum Forellenfischen! Ja, okay. Wir halten uns natürlich immer noch unser Verletzt, an. Ich hörte, du hast ein Po von Rebecca. Okay, das war also Rebecca. Wenn sie wegkommt, hat man keine Punkte zu bringen. Sie mag es nicht. Sie mag es nicht mehr. Sie mag es nicht. Ja, genau. Das haben wir alle. Das haben wir alle. Ja. Mein Freund hat es mir bei euch. Aber nicht mit einem Gewehr. Okay. Sollten wir uns vielleicht für später merken. Hey. Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway. So I grabbed the gun out of his hand before the big buck runs off. When bang, the gun fires. Boy nearly gutshot me. And of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay. Well, I didn't know that. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Hm. Schwierig natürlich. Leave us again. I know where the fucking river is. Schwierig. Familiendynamik. Neffe und Onkel. Okay. So anyway. I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sisters figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love. Hate you for it. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much. Andy was a piece of shit when he was. So it told me to keep him alive. Raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Uncle Pete! Uncle Pete! Nick! Warum rufen die denn da überhaupt immer so laut rum? Zur Hölle. Jesus, Mary and Joseph. Oh. Oh. Okay. Nick. Ah, full of holes. Who do you think did this? Not sure yet. But it ain't your average gang of thugs. That much I know. Think about it. You're Carver. What do you do? Who's Carver? Check those guys there. Das ist Blerwitsch. Das ist Carver. Be careful. Some of them might still be moving. Okay. So what's wrong? Oh, there's blood on the floor. Das ist für den Patch Basic Tools. Das hat er auch. Through the head? Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Okay. Das ist mit ihm. Okay. Du untersuchst ihn. Du untersuchst ihn. Haben wir denn noch andere? Wir gehen hier noch andere rum. Das ist nichts. So, wenn du ihn gerade checkst, würde ich... Okay. Können wir noch mit ihm sprechen. Kann ich helfen? Ich habe es. Das ist aber nicht... Ich weiß nicht. Sah nicht nach Kopfschluss aus bei ihm. So, liegt hier noch irgendetwas auf dem Boden, was wir finden können? Oh, eine Kiste. Naja. Europalette. Komm, hör auf, Alter. Was hat das hier verloren? Ah, großartig. Ja, für die Leute, die öfters unseren Kanal schauen. Wir haben es noch ein bisschen mit Europaletten. Das heißt, in jedem Spiel, was wir irgendwie spielen, finden wir sinnlos platzierte Europaletten. Na gut, okay. Das Blut können wir uns anscheinend nicht anschauen. Wir können auch nicht weiterlaufen. Na gut. Reden wir mal mit Onkel Piet. Tja, eine Visigkarte wird er nicht eingelassen haben wahrscheinlich. Können wir hier rüber gehen? Können wir jetzt Wasser? Nee. Können wir uns nicht anschauen. Europalette. Ehrlich. Ich glaube, es hackt. Okay, wir können noch ein bisschen. Können wir uns... Warum können wir uns die Blutspur hier nicht ansehen? Also, weil hier ist nur eine Blutspur, keine Leiche. Heißt also, irgendjemand hat die Schießerei überlebt oder ist selbst verletzt, während er die angeschossen hat. Aber wir können nicht damit interagieren. Mal vielleicht ansprechen. Ist er auch schockt? Ja. Diese Leute haben etwas gut aufgelöst. Vielleicht müssen wir halt mit ihm nochmal sprechen. Ist ja nicht so abweisend. Ich habe gesagt, ich habe es geschafft, okay? Okay. Ist ja gut. Oben irgendwas? Auch nicht. Ach, guck mal da hinten. Wir können auch in die Ferne schweifen mit dem Blick. Ah, schau mal da, wie ich hier habe. Rinky Dink. Fubauer. Wo geht's? Wir müssen uns hier rauskommen. Wir müssen den Rest. Was? Warum? Calm down and think about it, son. Calm down? Wir müssen hier rauskommen. Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive here? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later you're gonna have to realize a simple truth. What? That you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you'd like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Nick. You want to be useful? People look out on that tree line. Whoever did this might still be out there. Waitin' for another sucker to stumble across this mess. Just like baiting a fish. That's what I'd do. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look. Just keep your head on straight. So. What's that you're doing now? A spear? Hope this isn't anyone you know. No. Good. Oh, is that my new Waffe? Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Na, give me nog wenigstens den Speer. Ach, man. Der wird nicht tot sein. Ich muss den Ast haben. Stein. Gib mir irgendwas. Ach. Und wir sehen natürlich den Kopf nicht. Oh. Unser Rucksack. Oh. Das ist einer der Typen. Das ist einer von denen. Das ist einer der Typen. Du warst in den Waldern mit Christa. Die Frau, die ich mit. Was hat mit ihr passiert? Bitte. Bitte. Tell me. Tell me. Bitte. Okay. Du willst Wasser? Wir geben mir Wasser und hoffentlich sagt der mal irgendwas. Oh, no. I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Nein, er ist hier ein bisschen worden. Pete ist hier ein bisschen worden. Ich muss nicht helfen, weil Pete ist hier ein bisschen. Ich mag Pete auch mehr, aber... Ja, aber auch die fliegt mit mir unsere Hilfe. Hm. Echt jetzt gerade... Ah, fuck. Ah, Scheidenkreis-Sache. Echt? Du wichst uns an? Oh, damn. Hey. Demnächst. Bei The Walking Dead. What are we going to do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he going to do? I can't keep going. I figure we got about four. Five more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Vielleicht Christa? Vielleicht Christa? I'm freezing. Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about Cole. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. Christa, run! Christa, run! Ah, das ist auch so dramatisch. I'm out. Grab her. Let's go. Would someone mind telling me what the fuck was going on here? She was bit by a doll. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver. What do you do? Who's Carver? You were in the woods with Christa. Who is Carver? I'm fine. I'm fine. Just, just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way. Damn it, you get your asses over here. Both of you. Pete. No. Pete hat's leider nicht geschafft. We have to go. You could have saved him. How could you just leave him? Tja, weil er gebissen wurde. Weil er gebissen wurde und ich mich für den Neffen entschieden habe, der noch nicht gebissen wurde. Ah je. The Walking Dead. Okay. Haben wir uns eventuell in einen Schiffen gerettet? Mit Nick zusammen? Ja. Ah, sieht nicht gut aus. Haben wir denn irgendwas? Ob wir eventuell die Tür verbarrikadieren können? Oh. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh, nochmal geschafft. Hi, Mutti. Grüß dich. Ich finde etwas. Findet etwas. Wieso, wieso er? Ich kann jetzt die Tür nicht alleine halten. Ich sollte da eher was finden. Was für ein Quatsch. Die andere Tür ist offen. Was ist denn das? Das wird doch nichts. Uh. Hey Mutti, schön, dass du da bist. Grüß dich. Mach doch irgendwas dazwischen. Das hat du gerade an die Vermutung. Gerade eben. Das hat man Pete tun. Ich bin sorry über Pete. Warum nicht. Warum hast du meinen Tiefen geblieben? Ja. Ach ja. Nach der Straße. Pete wurde hier ein bisschen. Pete wurde hier ein bisschen. Was? Er hat hier ein bisschen geblieben. Er wird es nicht mehr machen. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden. Ist wieder direkt Action hier, Mutti. So sieht es aus. Wir sind direkt drin. Was tun wir jetzt? Ich bin nicht egal. Wenn wir hier drin sind, sollten wir zumindest umschauen. Vielleicht können wir etwas finden, um uns aus hier zu helfen. Mach dich selbst raus. Na, er ist aber auch motivierend. So, okay. Was haben wir da? Brennerei fast. Ist vielleicht noch etwas drin. Können wir ein bisschen Molotow-Cocktiz hier stärken oder irgendetwas? Oh, hier ist ein Brett. Was verbirgt sich hinter dem Brett? Vielleicht ein Pit? Was ist das? Lass mich sehen. Hm, Nutella. Sau auf den Shit nicht, Alter. Was ist los? Whisky. Molotow-Cocktiz. Los. Hör auf den rein zu bechern. Oh, fuck if I know. Wir warten, ich glaube. Ach. Mann, 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 Mann. Wir müssen uns jetzt doch irgendwie daraus befreien können. Ich meine, Glasfenster halten halt auch nicht ewig, wenn wir uns dann nicht verbarrikadieren. Schwierig. Vorräte haben wir auch nicht, außer Whisky. Manchen reicht es. Uns wahrscheinlich nicht. Oh, nein. Ihr seid ja gut. Okay. So, scheinbar muss ich hör doch mal auf, diese Gläser zu zerdeppern, nur Hirni. Stopp. Pure Provokation. Pure Provokation. I had to kill my mom. Später. It sounds weird when I say it out loud, huh? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with it. I remember when he sold me on it. His big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After six months, we were flat broke. I didn't care, we were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. I'm just not built like that. Everyone I grew up with. It all happened to them. Now, what's going to happen to us? We're all so fucked. This whole world is fucked. So, we held natürlich die Fackel der Hoffnung hoch. Naja, eigentlich muss das andersrum sein, wa? Das Kind muss jetzt hier den erwachsenen Mann mutilieren. Also. Muss eigentlich gleich hinnehmen. I can't believe we've been here a day. A day. It's been a day, right? Hey, kid. Have a drink with me. Nick. No thanks. Listen. They're not coming for us. You should go. Run for it. What are you gonna do? Stay here. I'm tired. Go find Luke and the rest. They'll take care of you. They're good people. You can't make it. You have to try. I don't have to do anything. Alter. Come with me. Are you kidding? And leave all this? You can't just sit here and die. Why not? What does it matter? You still have Luke and everyone else. They're family. Nick, I need your help. Please. Na komm, raff dich auf. You're right. You're right. Voll das Kleckchen. Absolut. Now look, if we get separated. Cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Eine halbe Meile, Alter? Echt? Das ist so wundersamer. You ready? Was sind's denn? 600 Meter? Fuck it. 900, wa? Was ist das? Eine Meile? 1,6? Oder 1,8? Was war denn das nochmal? Oh. Ah, shit. Run, girl, run. Ach, guck mal. Ja, ihr lenkt jetzt alle auf sich. Leberzeug. Oh. Ich hab doch gedrückt. Das, äh, ja. Ich hab doch gedrückt abbauen. Was? Wie? Google sagt, eine Meile beträgt. Okay. 16. Also 1,6 Kilometer. So, okay. Na, das, das, äh, war ich da wohl nicht schnell genug. Hm. Du bist richtig. Ha. Mensch. Also, zunächst, zunächst gehen wir nicht, was, äh, ist ja Quatsch, oder? Wir holen lieber ab, oder? Sonst hat er ihr chatten. Du bist bereit? Fuck it. So, wenn wir zu ihm jenen, was könnte denn passieren? Dass er denn mit uns zusammen losrennt, oder wat? Wenn wir jetzt reden muss, rennt, schluckt er bestimmt. Fuck you, motherfucker. Fuck you, motherfucker. Oh, shit. Dann sag ich jetzt erstmal verpissen. Over here. Komm her, you fucks. Schau mich an. Get the fuck out of here. Ah, okay. Na, dann weglaufen. Warte, 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 warte. Ja, ihr kommt aus wie bisschen über den Stein am Baum vorbei. Man lauft doch einfach weg hinter dir. Steht doch keiner. Was, ich verstehe das immer nicht. Da stehen die einfach alle da und denken so. Okay, cool, 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 cool. Kein Ding, kein Ding. Ich hab keine Chance mehr. Kann ich mehr weg. Was für ein, was, also wirklich. Episode 2. Ein geteiltes Haus. Quicktime Steve. Ach komm Mutti, so schlimm war es jetzt nicht. Clementine, bist du okay? Luke ist nicht mit dir? Wo ist Alvin? Was ist denn Alvin? Was ist denn Alvin? Wir wurden geteilt. Von who? Walkers. Jesus. Pete wurde geteilt. Ich bin mit dem, aber... Oh mein Gott. Wo warst du? Wo warst du genau? Down by the stream. Wir müssen gehen. Just hold on a minute. Mein husband ist still out there. Get the guns. Was? Sie ist die Frau von Nick? Luke und Alvin waren raus, nach dir zu schauen. Ich sagte ihm, dass ich gehen wollte. Ah, okay, die haben nach ihr... Ach so. Ei, 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 ich verstehe. Clementine, kannst du... Kannst du bitte Sarah watchen? Ach, jetzt plötzlich, ja? Sie ist auf der Stadion. Just distract her. Und nicht erzähl ihr nichts. Just go. Hurry. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. Say cheese. Say cheese. Hello. Ich habe das unter dem Haus gefunden. Es gab all diese alten Sachen. Ja, Sarah wurde uns ja schon als ein spezieller Charakter vorgestellt. Die wahrscheinlich nicht so ganz mit dieser ganzen Situation umähnen könnte. So, na klar. Also wir müssen wahrscheinlich sehr, sehr sanft mit ihr umähnen. Okay. Okay. Ähm, 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 du solltest wissen, dass sie sind... ...angeln. Ähm, ähm, sie schaffen mich. Sie sind einfach... ...farben simply. Ich weiß, dass das nicht wahr ist. Äh, okay. Du willst sehen, was ich gefunden habe? Willst du mir zeigen, wie du es benutzt hast? Ich kann es nicht finden. Wenn etwas falsch ist, sollte ich es wissen. Was, wenn ich einen benutze? Okay, aber es ist kein Spiel. Ich weiß. Erstens, erinnere dich, es ist nur eine Sache. Was bedeutet das? Ähm, ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre schwerer. Okay, was mache ich? Also, ich denke, das könnte eventuell noch wichtig werden, später, dass sie das kann. Ah, wir haben Sarah gezeigt, wie man sich verteidigt. Das ist schon mal ganz gut. Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist durch den Vater etwas beschibst. Hey, Luke ist zurück. Oh, schön. Warte, Luke. Warte, Luke. Warte, Luke. So, dann schauen wir noch mal kurz. Lukey, Luke. Warte, Luke. Der sieht aus wie Luke, aber wird ein bisschen mysteriös gezeigt, muss ich sagen. Oh je, wir sind schon wieder an so einem ängstlichen Modus hier. Das ist nicht Luke. Das ist nicht Luke. Clem, ich denke, ich kenne ihn. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn wegnehmen. Dann versteck dich. Hallo. Ruhig, Sarah. Tief einatmen. Ausatmen. Bis 13. Jetzt versteck dich. Hallo. Hallo, da. Wer bist du? Na ja, George. Wir sind einfach mal freundlich. So, das Maximum, ich fühle. Okay. Wie geht's? Was für ein Pferd, ey? Ist da jemand anderes im Raum? Ich habe immer noch ausgemacht und die Erhung hat mich geblaschen. Man sieht nicht immer so großartig, hier. Wir haben ein großer Gruppe. Ein Zwiebel. Oh? Wie groß? Zehn. Sie werden bald wieder zurück. Und sie haben dich hier allein verlassen? Hmm, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel verraten. Okay, also ihr hört auf jeden Fall zur Gruppe mal dazu. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie gesehen. Sie sind tot. Sag mir über das. Das ganze verdammte Sache ist ein Schmerz in den Arsch. Sieht aus, wie ein verdammte Tornado durchgegangen ist. Sieht aus, wie knapp zu 10 Menschen mit dir? Mehr. Hast du nur durchgegangen, oder hast du schon seitdem? Hey, hörst du, Kind. Ich hoffe, du bist nicht einer dieser Schmerzen, die nach Norden gehst. Wo lebst du? Wo lebst du? Ja, unten bei dem Wasser. Da ist ein süßes kleine Ort mit einem Boot, wo wir immer fangen können. Wir müssen mehr von ihm anfangen. Wie gesagt, ich bin überrascht, dass wir uns nicht in den anderen gehen. Welche Art von Tornado? Big orange. Warum? Ich bin nur überrascht. Also hätten wir jetzt das Messer einfach genommen, das hätte nicht funktioniert. Oh, ich nehme es. Was ist ein wirklich schönes Ort? Ein bisschen kürzer. Machst du ja nichts wie möglich hier, mein Freund. Kannst du dich immer verpissen. Ja, jeder kennt einen Typen, der so eine Eben trägt. Was ist mit dem Schienen? Was ist mit dem Schienen? Ich muss nur sagen, wir hatten unsere Differenzen. Möder oder später, die Leute, die nahe zu dir, finden wir einen Grund, um dich zu crossen. Das passiert jedes Mal. Gut, gut, White ist in Trouble. Nein, die treppe, ich schnauze das so. Oh, jonge, jonge. Ohohohohohohoho. Ich dachte, du sagst, niemand ist hier. Ich hörte nichts. Bis dahin. Ich könnte dich ja nicht mit einer guten Hatschung auftreten, wenn jemand da rumferschessiert wäre, nicht? Ich bedanke habe. Es ist so. Es bedeutet nicht, dass du verrückt bist. Ich könnte dich nur mit einem guten Nutzung, wenn die Leute durch die Stücke fängt. Was hat er jetzt aufgenommen? Ah, nein, Alter. Nein, und weil wir das Foto gemacht haben. Wenn Leute nicht in dir vertrauen, wie kannst du ihnen vertrauen? Oh nein. Darf ich mich jetzt hier nicht verwarten? Ich denke, ich habe dich lange genug verletzt. Ich kann mich selbst rauslassen. Oh, einfach mal lustsam. Wir haben jetzt einen wirklich guten Tag. Wo ist er? Er ist weg. Was, wenn er zurückkommt? Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Sarah, wir waren mit mir, oder? Wir müssen ihn finden. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Niemand kam in die Kabine. Was? Clementine hat mit ihm gesprochen. Und du hast einfach die Tür für ihn geöffnet? Calme, Rebecca. Calme? Ich bin calme. Du calme. Ich habe nicht die Tür geöffnet. Sie kam in. Sie sagt die Wahrheit. Sie sagten seine Namen? Sie sagten, was sein Name war? Sie sagten, was sein Name war? Vielleicht war es nicht. Sie wissen, was er war. Er sagte, dass sein Name war George. George? Das ist das, was er sagte. George? George, George. George, George. Sie sagten, was er sah wie? Was er steckt? Sie sahen anders? Sie sahen eine große, blau-karte. Sie sahen eine Klärung? Sie sahen? Sie sahen? Sie sahen. Sie sprachen über dich, Vater. Sie werden nicht auf jemanden zu schweigen, oder? Natürlich. Sarah. Ihr Vater ist der schönste Mann, Und ich weiß, das ist weshalb er nicht etwas verrückt wird, oder er ist nicht nett, oder? Du wirst wissen, dass diese schlechte Leute sind. Sie machen oder sagen nichts, um uns zu verhören. Was denkst du? Er scheint, dass er dich zurückkommt? Er hat mir eine Bildung gesehen. Eine Bildung? Was hast du gemacht, um eine Bildung zu nehmen? Carlos. Was? Du musst dich entschuldigen. Du schaffst deine Tochter. Ich habe die Bildung genommen. Es ist meine Schuld. Nein, ich habe auch gefragt. Es ist meine Schuld. Sarah. Du warst aufschauen. Wir haben Glück gehabt. Er war nicht erwartet, dass wir uns finden. Clementine hätte ihn überrascht. Sie hätte nicht da gewesen. Ein Gewinn für die Gruppe. Aber er wird mit dem Rest zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Und alle packen auf. Wir gehen jetzt. Alvin, warte! Der Typ ist alleine, oder? Wo gehen wir bei uns? Was will er? Aber es wird okay. Gehen wir deine Dinge. Was will er? Warum fliegen wir vor einer Person? Clem. Ich weiß nicht, was er dir gesagt hat, aber William Carver ist ein gefährlicher Mann. Er ist der Leiter eines Camps, nicht weit von hier. Und er ist sehr smart. Wir waren Glück, dass er zu weg ist. Schau, ich bin sorry, dass ich dich involvieren. Aber jetzt, dass er dich gesehen hat, wird er sicherer mit uns. Wir müssen zu gehen. Schau, wir müssen ihn nach Hause finden. Du weißt, wo er war, oder? Ja. Alles klar. Alle, holen Sie alles. Wir haben das Haus verloren. Mist. Du sagst, dass es hier war? Ja. Ein bisschen weg. Hey Clem. Entschuldigung, wenn ich dir ein bisschen was da hinten gab. Ich bin nur ein bisschen auf dem Weg. Es ist nur ein schweres Moment. Mit der Pregnanzinie und allem. Es ist okay. Wenn es nicht du, den ich vorhin bin, es ist Alvin. Und dann bin ich reale Probleme. Ich kann es. Ich bin nicht ein kleiner Kind. Ich fühle mich die gleiche. Ich fühle mich die gleiche als ich war. Mein Vater war immer mir verdient. Und ich dachte immer, er wusste nicht eine ganze Sache. Ich weiß, dass du dein best gemacht hast. Ich weiß, dass du dein best gemacht hast. Du weißt, wir würden es nicht auf uns selbst machen. Manchmal ist es schwer, zu wissen, wie ich mich auf alle sind. Ich bin nicht verwendet. Ich bin nicht verwendet. Ich bin nicht bereit. Ich muss bald sein Mutter sein. Ich denke, ich muss mich auf meine Patienten. Alvin und ich wissen noch nicht, was sie nennen. Oder ihn, wenn dieser Mann seine Wille bekommt. Ich weiß nicht. Clem? Da. Das ist, wo wir waren. Nick! Das ist total besoffen. Kommt er jetzt raus. Halt die Tür. Erstmal durchgucken, bitte. Nick, Nick! Wo bist du? Kommt bitte nicht. Oh nein. Jawohl, er kann auch nur einfach besoffen sein. Das kann auch besoffen sein. Er wird sich zugelötet haben, der Penner. Jesus. Hey, Mann. Hast du einen Arschbein? Ach, der Arschbein. Oh, er ist am Leben. Du bist ein Richter-Event für die Gruppe, mein Freund. Klingt so ein bisschen wie die Doltens. Klar, Mann. Nick. Du bist ein Richter-Event. Ja, danke. Hm. Du bist ein Richter-Event. Oh ja. Ja, mir ist ein Richter-Event. Ja, mir ist ein Richter-Event. Ja. Mhm. Ich komme mit euch. Ich bin mit euch. Und wir sind glücklich, dich zu haben. Nicht jeder ist. Na ja, sie werden da. Ich finde, wir haben über 4-5 Tage zu erreichen. Und ich kann nicht sagen, dass es besser werden wird. Ja. Ich bin mit euch. Und wir sind glücklich, dich zu haben. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Wir müssen jetzt weitergehen. Das ist unsere einzige Wahl. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Auf jeden Fall ist Elvin ein beschissener Name. Sorry für alle Elvins, aber eure Eltern haben euch nicht geliebt. welles Spaß. Ah, was ist das? Eine Seilbahn? So, was haben wir noch? Eine Lodge? Kleine Froschemals Sieht so aus, ich könnte die Nacht gehen Na, da werden vielleicht schon welche sein Oh, können wir noch irgendwas sehen? Ah, guck mal hier, nicht kackt in den Wald Oh, was haben wir da? Noch Nöte? Streifenhörnchen, danke Nöte Da ist der Brich Ich glaube so Gut Was ist der Plan? Aber es ist besser, als zu riskieren allen Was ist der Plan? Clem und ich kann es langs und langs und langs sicher, dass niemand auf uns auf der anderen Seite Wir haben einen schweren Moment mit dir von hier Hier Well, wir werden nur zurück wenn es Harry wird Clementine sollte hier bleiben Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur eine kleine Frau, Luke Sie ist eine wertvolle kleine Frau Ich kann das Ich kann das Siehst du? Kein Problem Es wird alles gut Okay, wir sehen euch in 10 Minuten Wir sehen euch in 10 Minuten Schaut auf der farben Seite Ich kann dich auch Man ist tatsächlich immer ein bisschen zwiegespalt bei diesen Entscheidungen Du denkst, das sind gute Entscheidungen, aber dann kommt das Spiel von hinten und gibt dann den Überkweifer Wenn etwas passiert, dann werde ich dich verabschiedern Wenn etwas passiert, dann werde ich dich verabschiedern Komm mal Hey, sorry about that Ich könnte wirklich mit deinen Augen Und jetzt, ich glaube nicht, Nick zu verabschiedern Ich glaube nicht, Nick Sie sind nur noch auf der Seite nach dem Carver Es ist fünf Tage Warum würde Carver noch immer folgen? Das ist das wichtigste in diesem Weltall Was jeder will von dir? Von dir Es ist ein schweres Welt ohne Menschen, die du glaubst Es ist ein schweres Welt Du kannst du fragen, Rebekah Okay? Ich werde nicht in der Mitte Wir haben alle Fehler gemacht Wir haben alle gemacht Wir haben Dinge, die wir verabschiedern Es ist nicht mein Ort, um zu sprechen über jemanden, die wir verabschiedern Ich weiß, was das ist Ja 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 So Haben wir schon mal ein paar Beißer Na, der innen ist jetzt nicht mehr so mobil Ich kann sie nicht schreiten Es ist zu viel Ruhe Es sind nur zwei Und was denkst du? Ich denke, wir können sie nehmen Okay, und der macht es auch gleich Ich nehme den großen Du kommst kurz Du kommst kurz Der lässt dann den kleinen alleine Der macht dann nichts Habe ich jetzt meinen Hammer verloren? Habe ich jetzt meinen Hammer verloren? Du kommst kurz Die Mucke im Hintergrund Die Mucke im Hintergrund Ich weiß Ich habe das vorher, weißt du? In einem Schaden Nein Schön den Hammer rausgedreht Oh Gott Au Ich glaube, er ist ganz cool Macht uns das Spiel vor und nachher kommt der Verrat von ihm Also nachdem das Spiel uns jetzt schon mit Sam so verarscht hat Tragen dem Spiel jetzt alle zu Oder in der Rest im Spiel Okay Von hinten oder einer? Das ist nicht so gut Okay Von hinten oder einer? Achso Das ist natürlich Das war so Hm Aber das darf nur nicht wahr sein Äh, was wie? Na, kann auch nicht hin und Was nüsna? Knie! Knie man! So! Und jetzt Klemmt der Hammer fest Der Hammer klemmt fest Ahhhh Los Geh! Sooo Okay Knappe Kiste Fast untergefallen Und der Hammer ist weg Das ist nicht gut Wir haben keine Waffe mehr Oh Oh Okay Ahhhh Los, klemm zu, klemm zu Klemm zu, klemmi Klemm zu, klemmi Sehr gut So, und jetzt nur noch schubsen Ich sag schubsen Oh, besser! Ne, Machete meinig Ohhhh Wie quick Oh wie dead Once again Gib mir meine Machete wieder los Gib mir meine Machete wieder los Das ist einmal in der Hälfte durch Eieiei Hier, los, nimm das Rohr Das war knapp Das war knapp Das war knapp Das war knapp Und wenn sie sterben So ist es Genau darauf zählt es ab Emotionale Bindung Den Flasser abruppen Okay Der Typ hat nie weh Ist er von Carver? Und du redest Und du redest Ich will nicht Ich will nicht in eine Kampf Und du denkst wirklich, dass er eine kleine Mädchen schubst Aber nicht nimmst Und nicht ihn auf Ist er mit Carver? Es ist schwer zu sehen Ich glaube nicht Na dann Ja Brudertag, lass uns jetzt über die Brücke Huh Du выглядierst nicht wie Arschlöcher Sind Sie Arschlöcher? Sind Sie Arschlöcher? Keine Entschlöcher Aber Sie wissen, wie es hier ist Siehst du viele Arschlöcher Sie sind nur Leute Sie sind nur Leute Fair enough Sie sind Leute nach Norden Wie alle anderen Alle anderen? Ich sehe, dass zumindest eine Gruppe ein Tag durch hier Sie sind alle das gleiche Es ist wie eine große Migration von den Tag Warum Sie interessieren, wo wir gehen? Das ist mein Geschäft weil ich hier leben Sie leben? Ja Sie sind in meinem Hintergrund Ich muss sagen Sie zwei sieht wie Scheiße Wenn Sie essen brauchen, ich habe ein paar Kuchen in der Station Ja Das ist sehr schön Was ist das? Ja Was passiert? Ich habe viel Okay, dann Vielen Dank Hey, kein Problem Es ist schön, wenn Sie in eine Freundschaft in der Station Wie gesagt, ich habe food and supplies back in der Station und wenn Sie wollen Was? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh nein 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 Nein, nein, Nick, wieso? Ist jemand verletzt? Hat jemand verletzt? Ich bin okay. Verdammt, Nick, ich habe dir gesagt, nicht zu schießen. Wie soll ich dich hören? Du hast mir einen klaren Schuss. Dieser Schuss fuhr für miles. Wir müssen aus diesem Brot, los geht's. Also, wir wissen auch nicht wirklich, also, wenn jemand so ankommt und sagt, hey, kommt mal mit in die Hütte da hinten, ich habe Essen und Vorräte für euch, sollte man generell erst mal sehr suspekt und sehr, sehr, sehr kritisch an diese Situation ran gehen. Wir wissen also nicht, ob er wirklich ein Freund war. Ich weiß nicht. Er ist ein Frenner mit der Brot. Leider. Brot euch alle. Brot euch! Brot euch! Brot euch! Brot euch! Ja, aber ich habe es nicht. Schau, ich weiß, Pete war zu dir, Nick, aber du kannst nicht über ihn reden. Du denkst, er war mit Carver? Ich weiß nicht. Ich... Nein. Ich glaube nicht. Aber er fuhr. Er fuhr aus dem Brot. Die Frage ist, er ist ja wirklich tot. Er kann ja auch nur an der Seite verletzt worden sein. Man hat nur gesehen, er ist am Hals getroffen worden. Kann natürlich noch wie so bummerang zurückkommen. Ach, Mann. Hey, Clem. Hast du noch was zu essen? Bex ist hier sterben. Elvin, ich habe dir gesagt, ich bin gut. Sorry, ich bin weg. Ich wünsche, wir hätten immer noch diese Jungs-Bocken gehabt. Ja, ich auch. Aber Mann sagte, er hatte Essen in der Station. Kann ich es nachvollziehen? Hey, vielleicht können wir die Nacht hier spüren. Ein bisschen kleiner für uns. Wir können ein bisschen nachvollziehen. Wir wissen es nicht. Es ist wert, dass wir nachvollziehen. So, okay. Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal der Schwangene das Wasser heben. Rebecca, bist du okay? Ich bin okay. Ich brauche nur ein bisschen Rest. Und ein bisschen Essen. Alvin. Kann ich dir denn nicht das Wasser heben? Scheint nicht so. Na gut, okay. Reden wir erstmal mit Nick Nick. Sprich. Danke viel für mich hier. Ich bin sicher, dass sie über mich jetzt sprechen. Ich bin sicher, dass sie jetzt über mich sprechen. Schau, er hat sich ein gefährlich für die Gruppe. Wer war das Typ? Ich versuche. Es sah, er sich zu dir auf ein paar Leute zusammen. Ich dachte, er war mit Carver. Er war nur ein Typ. Ja. Ah, jetzt hätten wir ihm, vielleicht hätten wir ihm jetzt auch die Uhr wiederheben können. Vielleicht. Okay, gut. Na dann, lass uns mal ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir was zu essen. Irgendwie hoffe ich auch nicht, weil das wäre echt ein Scheiß-Move gewesen, wenn es halt wirklich so ein Nice-Guy gewesen wäre auf der Brücke und wir den... Oh, fuck. Ach, so ein Shit. Okay, erstmal ein Messer. Wir nehmen erstmal ein Messer. So, das heißt, das Ding ist graviert. Irgendjemand könnte das wiedererkennen, den wir treffen. So, wir nehmen erstmal Vorräte. Der Mann hat gesagt, er hat viel Essen. Es muss noch etwas sein. Wir machen auf jeden Fall die Truhe gleich auf. Vor allem würde ich mich gerne nochmal ganz kurz umsehen. Das wollen wir in die Cache hier nochmal machen. So, dann hier noch. Ich glaube, er hat hier slept. Na gut, dann versuchen wir mal die Truhe aufzumachen. In der Hoffnung, hier gehen ja immer sehr viele Sachen sehr schnell kaputt. Ich hoffe, die Machete hält das aus. Oder Messer. Scheint so. Oh, guck mal. Und wir haben ein bisschen Essen gefunden. Das ist schon mal schön. Wir müssen echt die Wohnung noch ein bisschen grad halten. Wir müssen mich auch überreden. Eine Frau untergekommen. Eine Frau in unserer Gruppe. Ihr Vater stirbt. Dann hat sie diese andere Frau. Verdammt. Was hast du getan? Wir haben sie hinterlassen. Verdammt. Pieches. Schön für uns hier. Das ist ein bisschen so. Boah. Was soll ich nicht heißen? Nur weil er eine asiatische Mädel drauf ist? Hey, da ist es nicht viel Essen hier. Rebecca. Well, sie ist auch für zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns? Ich liebe es sogar sagen. Du weißt, aber... Und ich würde nie gegen die Gruppe gehen. Aber ich wollte, dass Rebecca in die Baby erst einmal verbrechen. Rebecca kann es haben. Ich will nichts sagen. Danke, Clementine. Es ist ein Scham. Nick war ein guter Mann. Er ist immer ein guter Mann. Er ist nur ein guter Mann. Gott weiß, wir sind nicht perfekt. Ja, kann natürlich auch in so einer Situation schnell passieren. Wo sich halt jeder selbst der Nächste ist. Fressen wir mal die Fressen her an hier. Wie? What was that? Na klar. Na klar. Das ist Mobbing. Das ist ein Problem hier. Ja, wir haben es gesehen. Okay, wir gehen auf. Tja, es hätte uns auch natürlich passieren können, dass Nick erschossen worden wäre. Wollen wäre. Na, dann wären wir hier mit dem anderen losgetoben. Sieht erst mal in Süd aus. Es könnte uns Unterschrubb geben. Es könnte uns Unterschrubb geben. Tja, dann wird man das 10-jährige Kind jetzt da hochklettern und während ihr euch das da drinnen ein bisschen kuschelig macht. Oder was? Ich glaube, es hängt. Reicht ja schon, dass Luke gesagt hat, du geh mal vor, du redest. Das ist ja eigentlich schon. Na. Hast du eine gute Grip? Ja. Als ich ein Kind war, haben wir auf den Röftopfen in der Stadt. Das war lustig. Das klingt schade. Ja. Ja, das war. Der Trick war nicht, dass ich hier nicht nach oben schaufe. Wenn ich hier schon so einen Cursor habe. Warum denn? Du bist gut. Du bist gut. Schau mal an mich, okay? Du bist gut. Okay, einfach schlau. Nur für eine Sekunde, okay? Schau nicht so rum. Was hast du gerade gesagt, mich? Schau nicht! Schön. Er ist halt so ein Buddy-Typ. Und er kriegt auch nur Buddy-Sprüche von mir. A crow. Na? Das ist ein schönes Bild. Ich habe es geschafft. Du siehst nichts? So, dann wollen wir mal. So, was haben wir da? Und Licht. Taschenlampen. Ein Licht. Aber warte, da ist noch ein. Luke! Luke! Und die sehen natürlich die getöteten Untoten jetzt da vorne. Oh ne. Luke ist jetzt schön, dass Luke weggegangen ist. Wenn ich jetzt runterfalle. Who catch my fall? Ich weiß nicht, wer du bist. Wir sind nicht für eine Kampf. Okay? Wir sind nicht für eine Kampf. Wir sind nicht für eine Kampf. Sie sagen, wer du bist. Okay, okay? Warum? Hätte ich jetzt umverkürsern können? Hör, alle. Bleib ruhig. Wer sind du? Wer bist du? Ich bin zufrieden, Rade. Ich bin zufrieden, Rade. Aber ich sehe mich als ein verdammter Thief. Jeder, calm dich. Hey Mann, du calm dich. Sarah, geh hinter mir. Just sag uns, wer du bist. Wir sind nicht hier, um niemanden zu retten. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, 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 whoa. Please, just do what he says. No, Kenny. It's Kenny. Er ist am Leben. Kenny. Ach, wie cool. Oh, Captain's out. Oh, schön. Ich nehme das als ein Ja. Oh. Diese Leute mit dir? Wir können innen sprechen. Great. Ich habe gerade ein Essen. Hm. Are you sure, you don't mind? It's gonna storm soon. Oh, so cool. Schön. Nein, man kriegt halt nicht nur Sacktritte, sondern man kriegt vielleicht auch noch kleine Folie, warme Decke um. Bevor sie dir die wegreißen und rausstöpfen. Na, bei 10 Grad Minus. Aber wirklich cool. Cool, Kenny ist alive. Nice. Schön. Man dachte ja tatsächlich, dass er tot ist. Also, es hörte sich so an. In der ersten Staffel. Man hat ja nie gesehen. Ach, Weihnachten ist auch noch. Na bitte. Oh, der schöne Lazatronic. Hm. Wunderbar. Jenny und Sarita haben wir mit uns für mehrere Wochen. Es war ein Ski Lodge, natürlich. Also, wir haben viel Essen. Und, uh, believe es oder nicht, wir haben noch etwas Kraft aus dem Wind Turbine. Cool. Wir haben immer noch ein paar Lichter aus dem Nacht, um zu vermeiden, zu fangen. Aber nachdem wir das in den Storz gefunden haben, können wir nicht resisten, zu machen, zu machen. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter hier ist ein smart-sum-bisch. Macht eine meane cante, auch. Nun, warum nicht ihr zwei zusammenhören, während ich ein Essen beginne? Bitte, schau dich an zu Hause. Du kannst deine Sachen weg da. Wir werden die Hölle machen. Ja, ich stehe mit meinem Riffel. Danke. Du bist unsere Gast, hier. Es gibt keine Probleme. Dann sag ihm, dass er seine Schrauben ist. Kenny? Willst du für diese Leute, Klam? Wenn du mir sagst, sie sind gut, dann... Wir? Du bist derjenige, der eine Kugel rummacht. Sie sind cool. Dad, guck mal! Ein Weihnachtstück! Was denn, Sarah? Ist das nicht groß? Wir haben es alles in Storich gefunden. Es ist unglaublich. Gut. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Könnt mich schon wieder aufregen hier. Läuft doch schon alt wie auf eine Katastrophe hinaus. Aber Kenny ist am Leben. Finde ich ja mega. Einer wirklich meiner Favorit Characters. Irgendwie aus der ersten Season. Ja. Den Speck. Ich erwartet, Lee zu sehen. Sie waren wie zwei Pee in einem Pott. Ja, ich wollte nicht sagen. Es ist einfach schwer, nicht zu denken. Er hat mich zu retten. Ich wusste es. Ich wusste, dass er es wäre. Der Mann hatte ein Feuer in ihm. Er ist sicher. Er war ein Mann. Er war ein Mann. Wenn mein Sohn... Er hat ihn gebeten. Ich werde das nie vergessen. Ja. Wir mussten tatsächlich... Seinen Sohn erschießen, weil er sich halt verwandelt hat. Ja. Alles ging schief. Ich war mit Krista und Omid. Omid. Omid? Ja... Krista und ich waren zusammen für ein paar Mal. Aber diese Leute haben uns gefangen. Sie ist weg. Sie ist weg. Ich bin so schwer. 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 Krista sagte mir, dass du tot bist. Ich bin. Das ist alles ein Traum. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Ich habe ihn eine Hand und dann wurde es etwas schwer. Für einen Moment war es nicht so gut für Kenny. Für eine lange Zeit, ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich habe lange Zeit allein. Ich bin so froh. Es ist so froh. Und dann habe ich die Sarita. Danke. Es ist so froh. Es ist so froh, dass du zurückstabst. Du bist so froh. Es ist so froh. Clem? Es ist meine Frau, Sarita. Sie ist schön. Es ist, dass du dich kennengest. Hey, Walt, wo ist Matthew? Er ist noch da rum? Er ist natürlich. Er ist. Ich beginne mit dem Essen. Carlos, oder? Wissen Sie? Wissen Sie, wenn ich deine Tochter für eine schreckliche Mission stehe? Bleib in der Seite. Eine geile Mission. Schneid die Zwiebeln. Ich könnte eine Hand außerhalb. Wir haben viele Zwiebeln, bevor der Sturm eröffnet. Klar. Clem? Warum helpst du Walt mit dem Essen? Na klar. Siehste. Kaum angekommen, musste Clay ackern. Kinderarbeit. Ich verteufle das. Na, das werden wir schon verkacken. Jetzt. Aber sie sind alte Freunde. Wir sind alte Freunde. Ich kenn ihn, nachdem es passiert ist. Als er mit Lee war? Ja. Er hat uns nur ein wenig gesagt. Mhm. Ach, der gute Lee. Connecting mit Menschen ist so wichtig. Ich weiß nicht, was ich ohne Matthew würde. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann nicht erinnern, was es so wie, in der Mitte all das ist. Oder ein Lehrer, ja? Sowieso. Ah, es war nicht leicht. Es war nicht leicht. Ich kann erinnern. Es ist hart genug als Kind. Ja, tatsächlich, für wen ist es jetzt schlimmer, ne? Irgendwie für die Erwachsenen oder für die Kinder, die sich halt... Also, Kinder finden sich ja schneller in neue Situationen als Erwachsene, ne? Irgendwie. Also... Sieht toll aus. Sieht toll aus. großartig. Sieht wie Musch. Nein, sieht nicht. Mh, mh, mh. Als Artistin gibt es nichts, den ich weniger mag, als ein freundlicher Kritiker. Ah. Streichende Respekt. Alle Drassisten. Alle Drassisten. Alle Drassisten. Tut er anscheinend zum Running Gag. Ich hoffe, der hat jetzt hier keine Pfirsiche da mit drin gemacht. So. Na, die Musik weg, mal lieber nicht anmachen. Was haben wir denn da? Ketchup-Tütchen? Tja, wollen wir da drin machen? Ich weiß nicht. Also... Wird ja jetzt hoffentlich nicht zu laut sein und dass wir jetzt tausend Leute anlocken, oder? Danke. 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 Klingt, als hätte Inanierensteine. So. Schauen wir mal. Tatsächlich sieht ein bisschen wie so eine Mensa aus. Schi-Shop. Weihnachtsbaum. So, na dann. Feliz Navidad, ihr Lieben. Was ist das Song, die du trommst? Die müssen dir wirklich angepisst haben, dass sie die über fünf Tage lang verfolgen. Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Sie hat binocular, Genie. Ich sah die Licht. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist das. Wir können keine Chance nehmen. Wir lassen uns nach dawn. Aber wir sind sicher hier für heute, nicht wahr? Clementine. Du sprachst mit dem Mann, Walter, nicht wahr? Was hat er gesagt? Du sprachst ihm nichts über uns, nicht wahr? Wir müssen uns vorsichtig sein. Wir sprachen. Wir sprachen über Kenny. Kenny. Kenny ist ein lauter Mann mit dem Beard? Ja. Das ist er. Schau, ich weiß nicht, was dieser Mann sagt. Wir stehen hier heute Abend. Sie sprechen nur mit dem anderen. Sie trusten dich. Sie sehen, was du finden kannst. Ich werde dich finden, Luke. Honey, ich fühle mich nicht so gut. Was ist falsch? Ich brauche nur etwas, um zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Ich habe Wasser. Ich habe Wasser da. Hast du deine Glasscheibe in der Hand? Taschentuch? Wo ist denn mein Wasser? Achso, das ist am Rucksack unten, ne? Ja. Ach, du schaffst das. Ich meine, wie kann jeder jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie kennst du das? Ich weiß nicht. Nun, ich bin immer noch hier. Ja. Das einzig geriffene Argument. Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig fühle ich mich schon ein bisschen weniger schmerz. Weil ich weiß, dass egal, was passiert, ich werde jemanden neuen treffen. Sie zieht dich nicht. Nein, du schaffst. Diese Hunde schmeckt gut. Ich bin überall gefeiert. Ich kann da auch schlafen, wenn du ein Bühnern wirst. Das Gerät schmeckt gut, hm? Es ist alles okay. Kann ich? Na, wenn es jetzt in Asien hat, dann wird es schwierig auch hier, dazu kommunizieren. Da ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin okay, du großartig. Du musst nur etwas Essen holen, danke, dass du mit der Klemmung steigst. Könntest du dich fragen, wenn wir zu essen gehen, wenn wir zu essen gehen? Ich liebe dich, schade Bear. Ich liebe es, wenn du mich so nennen willst. Ich weiß es, aber ich meine es. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich jetzt. Mist. So. Ich will noch mal kurz in die Kiste gucken. Nicht, dass da irgendwas Wichter drin ist, was wir nachher brauchen. Na, was macht die hier? Hm, ich kann nicht glauben, dass all diese Dinge... Ich weiß es nicht. Der Weihnachtsstern. Der muss natürlich... Okay. Geht nicht mit. Verstehe. Können wir nicht mitnehmen. Also wahrscheinlich stirbt doch irgendjemand, wenn man den gerade anbringt, da in 3 Meter Höhe. Fällt runter, hat ein wenig gebrochen, nur steht mehr. Wurde zurückgelassen, hat den ganzen Grupp stirbt. So läuft das hier im Spiel. Du ziehst sie und schraub sie nach oben. Du kennst ihn vorher. Du kennst ihn vorher. Es muss unglaublich sein, dass ihn wieder sehen. Absolut. Wenn ich ihn kennengelernt habe... Na ja, er ist jetzt so anders. Aber du musst dich so glücklich sein. Also, wie kennst du Kenny? Ich habe ihn in einem alten Restaurant gefunden gefunden, wenn du es glaubst. Du? Du? Du solltest dann seinen Beard gesehen haben. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur den Topper. Wir hatten immer noch einen Angel auf dem Tisch. Wo der wohl ist? Wo der jetzt wohl ist? Ha! So, dann holen wir mal die Spitze. Gott sei Dank, wissen wir mal, wo sie jetzt ist. Na, wir kommen einfach nur zum Stören. Komm ich einfach mal her. Na? So, na denn. Jetzt können wir sie nehmen. Oha. Blup. Das ist schön. Ich glaube. Schön. Ich hätte mal den Sarah machen lassen. Ich hätte mal den Sarah machen lassen. Du weißt, jetzt deine Freunde hier sind, wird dieses Ort anfühlen, wie ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Ehrlich gesagt, ist es gefährlich, wenn sie hier leben. Aber sie können es nicht helfen. Warte, bis du mit Matthew kennst. Er ist ein richtiger Charakter. Die erste Mal, als er mich kennengelernt hat, hat er mich Rita. Wo ist Matthew? Oh, er liebt, langer Walken gehen. Er und Walter haben hier einen Spaziergang. Er sollte zurückgehen. Lange Spaziergänge. Das ist aber perfekte Zeit für sowas. Schöne. Er hat sich verändert. Er wurde eher ein bisschen in sich, irgendwie. Damals war er sehr verärgert. Nee, okay. Ich glaube, er hat es den Engel auch irgendwie auswählen können. Ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht wäre sie die Treppe runtergestürzt, weil wehs. Das ist... I don't know. Keine Ahnung. Die Milch ist vergossen worden. Du bist okay, Mann? Ja, ich bin nur... Ich wünsche, ich hätte diesen Trigger gemacht. Ich versuche nur, darüber zu vergessen. Genau hier, Clem. Was ist mit deinem Freund hier? Ja. Wir sprechen nur über die Treppe. Was machst du davon, Clem? Ich vertraue niemandem. Ich vertraue niemandem. Ich vertraue niemandem. Mit deinem Leben? Ich glaube so. Walter sagte mir, dass seine Familie sterben. Das ist schrecklich. Das ist fies, wenn das Leben noch nicht übereinander liegen. Das ist fies, wenn das Leben noch nicht übereinander liegen. Das ist fies, wenn das Leben noch nicht übereinander liegen. Wälder und Kind. Er hat das Beste, was er konnte. Ich bin sicher, dass er das gemacht hat. Es war wirklich schwer für alle. Benni! Morgen! Hey, grüß dich! Schön, dass du mit dabei bist. Na bitte. Alle mal ein bisschen Mixed Table hier machen. Ich hoffe, du magst das Essen. Oh, das ist toll. Danke. Peaches und Beine. Great für Nutrition. Nicht zu groß auf der Weg raus. Ich sage dir. Hehehehehehe. Hehehehehehe. So, es sind Luke und Nick. Luke und Nick. Ihr seht wie ein match. Was soll das sein? Ich sage, dass ihr seht wie gute Freunde. Das ist alles. Also, was war dein Plan hier? Was war dein Plan hier? Wir haben eigentlich gedacht, wir wollten weiter gehen. Etwas nach Norden. Habt ihr noch von einem Ort, der sich der Wellington genannt hat? Ja. Was ist das denn? Ein Ort. Ja. Krista und ich gingen da. Es war ein großes Camp, neben Michigan. Michigan? Ja, okay. Hast du ein Hörerprobleme, Kind? Ja, Michigan. Schau mal an. Süßes Wasser, viel Land. Und kaltes Sommer, dass die Walkern langsamer werden. Es sooo wie Bullshit. Hey, Vanilla Eis. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber du bist über den Tag der Tag in der Früh. Was ist dann nur mit mir? Was ist die Worte mit den anderen, Clown? Dann fang dich, Bart. Das ist nichts, Nick. Wir bleiben nicht. Sie bleibt bleiben. Bitte bleiben. Bitte nicht gegen käme. Uff. Eht doch. Muss der Lehrer erst wieder kommen. Da wollen wir nicht dran rumpulen, an der Wunde. Es ist nur am eskalieren, Benni, wirklich. Du musst hier so dermaßen sitzen, es ist ein Tanz durchs Minenfeld, ist das hier. Alles fliegt hier um die Ohren irgendwie. Du machst irgendwie jemandem ein Bonbon irgendwie und 30 Minuten später erstickt er in dem. Ich bin ein Lehrer gewesen. Und ich erinnere mich, was es ist, in der Mitte von zwei Klicken zu getroffen werden. Ich glaube, dass sie bald ein Kommunikation finden werden. Es kann ein wenig Zeit dauern, aber das ist nur so, wie diese Dinge funktionieren. Alles wird gut. Ja, aber wir brechen sie auf. Ich bin ein paar Jahre alt. Nein, nein, du musst bleiben. Wir müssen weitergehen. Clementine, in diesem Welt, du musst dir nichts machen. Ja. Sie sagen, der Welt ist vorbei, aber ich werde dir ein Geheimnis erzählen, das ist nicht. Die Menschen sind jetzt mehr politiker als früher. In der Ende, wir können nicht die Welt verändern. All wir können machen ist, weiter zu lernen von uns. Wir empfehlen und nutzen unsere Hände. All war ist ein Symptom der Menschen, als ein Wälder zu denken. Steinbeck, hast du ihn gelesen? Klar. Ich schwöre euch, Matthew ist Kava. Ich hab's im Gefühl, ich hab's im Gefühl. Ah, Leute sind uns auf den Kassen. Ah, ich weiß nicht, es sollte so offen sein. Ich hab's im Gefühl, ich hab's im Gefühl. Ich hab's im Gefühl, dass die Menschen uns schützt. Du bist jetzt sicher. Keine Angst. Matthew wird bald wieder zurück. Und alles wird gut. Hey, Kinder. Was haben die beiden gesprochen? Oh, politik. Was das? Was das? Ich bin nicht von Florida. Ich denke, dass du alles über die Politik kennt, Kenny. Mann, ich weiß, dass ein Vorteil in der Apokalypse ist, dass du das nicht mehr mit dem Wälder zu tun hast. Ich wollte nur die Wälder nach hinten schauen, bevor die Wälder zerrehen. Gib uns eine Hand? Ja. Na klar, Kenny. Miss? Wer bist du denn schon wieder? Bitte. Habt ihr noch Essen? Bist du okay? Ich sah das Haus und... Ich habe eine Familie. Wir sterben. Wir leben dort. Natürlich. Warum kommst du nicht in, Miss... Bonnie. Walt? Ich weiß nicht. Wolltest du sie einfach in, wie das? Es ist gut, Kenny. Wir wissen nicht, diese Frau. Dann müssen wir sie zu kommen. Right, Clem? Walt? Wie viel Schmerz kann diese Frau haben? Wir suchen sie nach Waffen. Ja. Erstmal. Danke. Wirklich? Aber der Wälder wird uns bald auf uns. Und ich muss meine Familie zurückkommen. Dann bringe ich etwas zu dir. Du musst das nicht tun. Nein, nein. Es ist gut. Aber was für deine Menschen? Nein. Wir haben viel. Du bleibst auf. Ich bin gleich zurück. So. Der Mann der Vernunft ist weg. Ich habe eine kleine Mädchen wie du. Wie alt bist du, Sweetie? Nein. Du musst dich jetzt ja nicht hier... ...eigenölf. Ich hätte hätte älter als das gedacht. Was soll das heißen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also... Ich weiß nicht. Also... Ein ganz schlechtes Gefühl. Das Spiel. Das Spiel will halt einfach, dass wir uns natürlich richtig entscheiden. Irgendwie. Aber... Wir werden dafür bestraft. Hundertprozentig. Was ist denn nun? 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 Ich muss dir etwas sagen. Der Mann auf der Brücke war Walter's Freund. Das war Matthew. Nein! 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 Ich glaube nicht, Walter weiß es noch. Wir müssen es kalt halten. Ich meine, wer weiß, was er tun würde, wenn er herausgefunden hat. Ich will nicht sagen. Okay, okay, gut. Jetzt, äh, hast du noch diesen Knopf? Denn wenn es Matthews und Walter sieht, wird er zwei zusammenbauen. Es ist mit den anderen Webenen. Ich dachte, die Gravur wird uns dazu verhängen. Oh, und, äh, ich bin gerade hier. Was ist denn? Oh, äh, es ist nichts, Mann. Ich wollte nur schauen, ob du okay bist. Wir müssen dir etwas erzählen. Hey, wenn es etwas passiert ist, ich will es wissen. Jetzt, geh zurück zum Bett, Nick. Ich bin ehrlich. Ihr könnt mit mir sprechen. Komm, er ver- ver- quatscht dich noch. Der ist halt scheiße. Äh. Oh, Jesus. Oh, Gott. Gott dammit. Hey, Nick. Shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No. You can't. You cannot do that. Are you fucking nuts? I gotta... I can't live with that on me. Okay, I hear you, but, I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You don't know, he'll do anything. Luke's right. You can't tell him. Listen to her. Okay? It's fucking crazy. Jesus. I can't handle this. Look, Clem. Just go do that thing. Alright? What? W-Wie? So-Wie? Warum sollten wir das jetzt erledigen? Warum sollen alle Tiere die Elf ihre Rehe machen? Achso. Mit dem Messer ... Ok. Das war jemand. Versteh. Hmmm... Sie wissen es! Nein! Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ja. Ich habe immer dieses Knife gefühlt. Ich habe es zu Mathew, als all das angefangen hat. Ich weiß, dass er tot ist. Wer hat das gemacht? Was ist das Kind? Was ist das Name? Nick? Ich habe ihn gesprochen, vor allem, um zu schießen zu einem Mann. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen, auf seinem Gesicht. Ich habe es nicht sicher, aber jetzt... Wir haben nichts gemacht, wenn wir mit dem Knife hatten. Wir haben ihn in der Schäcke gefunden. Ist... Ist Nick ein guter Mann? Oder ist er wie alle anderen? Er ist. Er ist ein guter Mann, Walter. Er hat meine Leben saved. Er war immer alleine. Ich sagte ihm, dass etwas wie das passieren würde, aber er würde nicht hören. Oh, Maddow ist der beste. Was ist passiert? Du musst ihm erzählen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe den Brüchen. Er hat mich an, was du getan hast. Er hat mich an, Mann. Er hat mich an, was passiert. Er hat mich an, was passiert. Er hat mich an, wie jeder. Er hat mich an, dass er an meinen Freunde schreit. Und ich... Ich schraubel Matthew. Aber es hat mich sehr schnell gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn schraubte, aber ich schraubte. Und ich schraubte nicht. Sie wissen, was du gemacht hast? Haben Sie keine Idee? Ich schraubte nicht. Ich bin total sorry. Ich bin total sorry, Walter. Leg da erstmal das Messer weg. Leg da erstmal das Messer weg. Aber er wird's verschaffen. Oh, jetzt wird es geliebt. Ja klar, wir müssen uns doch sichern. Ach man, Walter. Erinnert mich so ein bisschen an den Spacey Kevin. So, optisch. Was zur Hölle war das? Verdammt! Der Transformer muss gehen. Du musst es checken. Ich könnte eine Hand benutzen. Ich gehe mit dir. Ich werde es machen. Nein! Es ist zu gefährlich. Der Rest von dir, mach das Ding ab. Unser Glück, dass er nicht so hitzköpfig ist. Absolut Mutti. Aber, also, ja, als Mann, der vernünftig irgendwie... hoffe ich, dass er nicht so bleibt. Und ich frage mich wirklich, was die Gruppe gemacht hat, irgendwie, damit wir fünf Tage lang verfolgt werden. Okay. Wir schauen dir zurück. Nick, scanne die Hände mit dir. Was ist los mit euch? So, machen wir erstmal Licht an. So. Und, wir brauchen einen Schlüssel. Ne, so, Stopp-Taster. Notaus. Funktioniert nicht. Ist ja wunderbar. Ist ja toller Notaus-Schalter. Schön. Nimm mal den Schlüssel. Hm, das können wir mit ihm jetzt noch machen. Zack. Okay. So, wir haben jetzt drin keinen Strom mehr. Heißt also, irgendwas kann dunkel sein, irgendwas kann passieren. Wo ist Walter? Wo ist Nick? Nick ist hier. Wo ist Walter? Oje, Streiner. Da kommen sie. Hm. Wir haben nicht viel Ammunition. Wir müssen zurück zum Schlüssel. Ihr dürft doch nicht so viel rumballern, ey. Durch mal ne schöne Axt. Sag dich und er schoss. Was? So. Machen wir mal hier. Was ist denn los? Achso. Oh, achso. Verstehe. Ja, na klar. Super. Na, das wird doch nicht. Alter, Astreiner Headshot. Der war jetzt eher daneben. Na toll. Ja, ist alle. Ist vorbei. Aus. Kann ich weg? Hm. Ich hätte mich jetzt nicht wegbewegen können. Probieren wir mal. So. So. Mal ruhig ein bisschen näher kommen. Für n sicheren Headshot. Für n sicheren Headshot hab ich gesagt. So. Nächstes Ding. Kann ich dir dann irgendwie anders... Handeln. Letztere Position suchen, irgendetwas in der Richtung. Warte, ich los bin. Ja, und schon ist jetzt wieder... Kann doch nix machen. Hm. Hm, 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 hm. Gut, ich werde jetzt bei dem ersten Zombie wesentlich länger warten, damit ich halt noch ne Kugel mehr habe. Und dann muss ich wahrscheinlich ganz schnell mal einfach nach rechts gehen. Probieren wir mal. Ah. So. Selbe Position. Einen Schuss weniger benutzt. Okay. Ich würde es jetzt einfach mal ein bisschen näher kommen lassen. Damit sie halt garantierte Headshots macht. Ja. Was ist denn das für eine... Du kannst auch nicht noch nachzielen, irgendwie. Also, so frei nach dem Motto, jetzt schießt du so aus der Hüfte. So, dann probieren wir das nochmal rechts am Stein vorbei, irgendwie. Und dann drunter durch. So. Und einmal dahin, bitte. Das ist der Typ aber hinter mir. Hm. Vielleicht muss ich bloß drei Zombies töten, wer weiß. Wir probieren's. Ja. Ja. Okay, wir schaffen das. So, einmal verkrümmeln, bitte. Einmal daheim, bitte. So, kann ich denn von hier noch irgendwo anders hin? Dezenter Positionswechsel. Nee, sieht nicht so aus. Ach, nicht doch. So, ich habe definitiv nicht genug Patronen für alle Zombies. So, ich habe das. Oh, ich habe das. Mh... Komm hör doch auf, Alter! Hör doch auf! So, habt ihr heute noch was vor? Könnt ein bisschen länger dauern hier, glaub ich. So, hab's im Gefühl. Jetzt wird's was. Ach, leckt mich doch am Arsch! Okay, wir werden hier rettet. Uh! Uff, sie wär hier fallen. Ah, okay. Wir haben das Gewehr verloren. Aaaa, das wird doch nicht. Es wird doch nix! Ja! Oh, ja. Starker Rückstoß. Starker Rückstoß. Besser. Los! Jetzt krieg ich das. Da! Hast du das? Du Schwein! So, Messer ist so viel persönlicher. So, wer ist jetzt dann? Nick? Oh, don't do this water. Er hat ihn so ja gerettet. Er hat ihn so ja gerettet. Er hat ihn gerettet. Das ist Größe. Klapp, geh inside! Go! Clementine, bist du okay? Alter! Oh, nein. Und die haben auch noch automatische... Na, das ist ja klasse, Alter. Die kommen jetzt mit voll automatisch laufen. Wir sind am Arsch! Oh, nein. Natürlich gehört sie zu denen. Howdy, folks. Where's Rebecca? Carver. Heißt... Ach. Sarah ist wahrscheinlich Rebecca. Dad! Sarah! Oder doch nicht. Get inside. Wer bist du, Schnösel? Rebecca ist... Ach, Rebecca ist die Schwange. Ah, okay. Ja, ich sag ja, das Spiel bestraft dich. Okay, aber Clemmy haben sie noch nicht entdeckt. Ist ja nur dein Pfarrer Zeit, bis ich es verkacke. Wie war es denn? Fünfer? Wie war es denn? Wie war es denn? Großartig. Bill wird es lieb. Und jetzt könnte es die restlichen, woher sein. Oh, hä? Mann, wie werden wir diese Leute kümmern und auch sie suchen? Johnny, kümmern die Tür. Nein, und jetzt wissen wir Glück, von wem das Kind ist. Es ist halt bloß die Frau, bis er jetzt jemanden hochschickt. Nein. Wer ist dieser Typ, ey? Dad! Hör, ich werde nur einmal fragen. Wo ist Rebecca? Sarah, schau mal an. Es wird okay sein. Rebecca! Rebecca! Meine Baby ist, dass sie in einem Ort aufgewachsen sind. Ich weiß, dass du da bist. Elvin, Luke und die Frau. Das ist wirklich einfach. Du willst das überraschend. Sie spielen alle schön. Sie spielen alle schön. Und zeigen deine Gesichter. Das ist mein Vater, bitte. Oh, shit. Er wird ihn töten. Nein, Alvin. Wir müssen nach unten gehen. Ich kann das nicht machen. Zurück. Der Baby. Du brauchst einen Doktor. Nein. Wo ist Loken? Kenne? Wie soll ich wissen? Wir müssen rauskommen. Wir müssen rauskommen. Klim kann fit. Oh, shit. Oh, shit. Carver weiß sie mit uns. Just stop! Tut er mein Vater, bitte! Wir gehen hier. Er will dich. Fuck you! Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help. Er will ihn wieder töten. Ich werde das auch machen. Du wirst das nicht wissen. Ich werde Luke und Kenny finden. Bleib hier! Das ist... Ich hoffe nicht, dass... Bitte nicht. Bitte nicht. Lass das jetzt ein Geheleidiger sein. Mal sehen, ob ich deine Atenung bekomme. Oh, bitte nicht! So. So. Ich hoffe, die haben nicht noch Wachen draußen. Clam! Kennen. Sehr gut. Getut! Oh. Oh, no, 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 no. Fuck it! Oh! Ja, Finger, Finger können sich wieder richten lassen. Beschissen, aber... Was? Kann ich mir das vorstellen. Gut, alle leben noch. Das ist gut. Wir müssen Luke erst finden, irgendwie. Also... Drei LKs gegen einen Jagd, wie er... Never ever. Nicht, Kenny! Shit, Kenny! Ey, warum? Oh, nein! Also, Walter wird er erschießen. Er wird ihn erschießen. Und er hat ihn erschossen. Walt! Oh, mein Gott! Das ist für unseren Mann. Jetzt wollte ich das nicht machen. Aber du hast mir keine Wahl. Also, hier ist was wird passieren. Ich werde einen anderen von deinen Freunden nachdenken. Und ich werde ein Blatt in die Hände legen. Oder du kannst jetzt aufhören. Deine Wahl. Was? Ach, Kenny... Der TV liegt noch da drüben, ne? Willkommen zu verhindern. Hi, Alvin! Ach, nein! Willkommen zu stoppen! Willkommen zu stoppen! Kannst du zu stoppen? Alvin! Damn! Das war eine schwierige Schlüssel. Ohhhh... Was denkst du? Was denkst du? Clam! Ich habe einen Schlüssel. Nicht schießen. Nicht schießen. Er wird ihn töten. Wir können nicht nur aufgeben. Kenny, er wird das immer weiter tun. Schau an Sarita! Wir kommen raus! Ach Clemmy, wie gehst du denn jetzt noch mit? Wo ist Luke? Ich bin ja schon mal froh, dass er keinen Baseballschläger mit Stacheldraht rum hat. Ansonsten wäre die Sache noch beschissen. Aber du bist jetzt sicher. Wir gehen nach Hause. Als Familie. Alles klar. Alles klar. Wir gehen zurück zum Camp. Das war Episode 2. Oh, krass. Wie foltert. Oh, krass. Wie foltert. Wir müssen uns, dass sie unsere Brüder und Schäuze haben. Und sie haben alle ein wichtiges Rolle spielen in dieser Gemeinde. Sie sind von der Wolle? Ja. Das bedeutet, dass sie nicht zufrieden. Das bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind. Das bedeutet, dass wir nicht in unseren Hörtern finden, um sie zu verabschieden. Keinein, dass sie voll gut sind. Die, die nicht akzeptieren, unsere Liebe. Das stimmt, das ist was sie haben. Die Störme ist auf dem Weg. Holy moly. Und da kommen sie alle. Auch traurig. Also auch schade um Walter, muss ich sagen. Matthew. Oh, genau gleich. Man hat das Spiel nicht verdient. Schön fand ich natürlich, dass wir Kenny wiedergefunden haben. Oh, große Geste von ihm. Großer Charakter. Rebecca! Ich höre mich heute an ein bisschen wie Kara. Wow. Ich muss nur gegen 10 kurz weg. Unsere Sauber, äh, was? Sauber Zaubervieh reinlassen. Aha. Vielleicht sind wir um 10 schon durch. Wer weiß. Oh, ein Spetterling. Oh, eine Mutter, ne? Hä? 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 Oh. Oh. Oh, das hat noch keiner Szene gesagt hier. Oh, das hat noch keiner Szene gesagt hier. Oh, äh, zusammen sind wir sicher. Es ist sicherer, wenn wir zusammenhängen. Es wird bald kalt sein. Ja, ich weiß. Aber es ist cool, dass du gekommen bist. Ich dachte, dass sie meinen Vater mit mir sagen würden. Danke. Danke. Du bist willkommen. Ich bin sofort im Spiel drin. Guck ja nicht mehr auf die zweiten Bildschirme hier meistens. Troy. Schau sie ab. Wir tun das. Wir sind auf unserer Weg. Wahrscheinlich 30 Minuten raus. Mach sicher, dass alle bereit sind. Die Emotionen sind vielleicht hoch. Schau sie raus. Wenn ich herausfinde, dass du wachst mit Strom zu halten, um diesen wachst zu halten, dann werde ich dich zurückgehen. Nein. Schau sie raus. Just wie du mir gesagt hast. Es ist nicht schade, zu hören zu anderen Menschen, zu sprechen. Hat jemand dir das? Wo sind deine Manners? Blame her straight. Oh. 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 Du kannst meinen Freund nicht bewerben. Du willst mich nicht testen, Frau. Ich werde alle Zeit passen. So ein Penner, Alter. Schau sie alleine. Schon gleich so eine Krawatte hier. Schau sie auf und schau sie mit dem Rest. Jetzt brauchst du auch nie so tun. Ja, komm auf. Verräterin. Ja. 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 Was hat er mit dir gemacht? Hey. Hat er dich verletzt? Hey. Hey. Und wieder fett inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Die lassen es knallen. Kawa ist so ein Liegen-Arschloch. Ja, absolut. Nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so psycho. Aber die Tendenz zum Arschloch ist da. Absolut. Das Arschloch-Gen ist ihm inne. So, eins der noch frei ist, ist Luke. Also, wir müssen alles auf Luke setzen. Luke muss uns irgendwie rausholen. Luke. Du bist meine einzige Hoffnung. Ah, den Arzt haben sie auch irgendwie zugerichtet, ey. Ja, keiner traut sich was zu sagen. Bedrückende Stimmung. Okay, wir müssen was tun. Kommt. Hat jemand was scharf? Was? Wir müssen diese Bindungen entfernen. Hey, Clem. Hilf mir, etwas zu finden, um diese entfernen zu entfernen. Alles scharf, das diese entfernen könnte. Und was gut wird das tun? Was ist mit dir falsch, Leute? Wir müssen hier rauskommen. Wie? Was meinst du, wie wie? Was ist mit dir? Alles, was kann helfen? Ich weiß nicht, was was. Wir müssen hier eine precarische Position. Wir müssen etwas tun. Wir müssen darüber machen. Schau mal, Kenny. Sie haben alles genommen. Wir müssen uns auf die Hände zu halten. Er ist richtig. Du bist nicht wie wir wie wir wissen. Bill? Das ganze Zeit war Carver, Carver, Carver. Jetzt ist er Bill? Oh, ich sehe, was das ist. Sie sind nur zu Hause, nicht wahr? Das ist, was passiert hier. Sag das wieder. Ich würde hier rauskommen, Junge. Herr, ich bin kein Junge. Nein, genau. Du bist ein Mann. Du wirst nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen. Es ist anders. Wurz. 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 Ich versuche, zu helfen. Ich bin sicher, Walther hat wirklich gegründet, deine Hilfe. Das ist kein Verrück. Du wirst ihn für die Verrückte schützt, einen Mann. Ich zeige, dass, egal von dem Motiv, gibt es die Verrückte für die Verrückte schützt. Das ist etwas, was er sich nicht verraten als Verrückte. Ich weiß nicht, was du sagst, aber ich weiß, dass es blöchst. Wir müssen etwas machen. Kenny. Du kannst nicht mit ihm sagen. Oh, blöchst. Jackpot. Sit down. Du wirst uns alle getötet werden. Ich weiß nicht, was du sagst. Wir können mit einem Kettel, wie ein paar Pferden zu lesen. Du wirst das nicht wissen. Ja? Ich bin in dieser Situation vorher. Hast du schon mal ein Prisiner gewesen? Stopp, kämpft! Bitte. Okay, jetzt sprechen wir. Carver wird auf der anderen Seite der Sorge mit 10 Leuten. Da, da, Baby. Das ist okay. Alles wird gut sein. An diesem Punkt ist vielleicht Luke der einzige Hoffnung, die wir haben. Wenn er etwas tun würde, hätte er es bis jetzt gemacht. Wer weiß, was er mit tun hat. Alles kann passieren. Ich erzähle dir, was hat passiert. Er hat uns abandondert. Du wirst das nicht wissen. Ich weiß, dass er nicht hier ist. Er kann nicht sein. Aber er würde uns nicht einfach helfen. Luke würde uns helfen. Oh ja? Wann? Nachdem der verrückte F*** uns alle? Hey, du musst mal chillen, Alter. Bisschen beruhigen. Kleiner Hitzkopf. Ansonsten sind wir am Arsch. Ja, ich verfolge dir. Aber... Das ist kein guter Plan tatsächlich. Das ist auch Kenny, aber wir müssen irgendwie... Okay. Das ist okay. All right. All right. Everybody ready? Kenny! Kenny, are you okay? Ist er okay? Schwierig. Ich denke so. Schwierig. Oh, was hat mich? Wahrscheinlich für das Beste. Man hätte da wenigstens zu tun können können. Ja. Wir haben uns heute noch ein sehr... Das sind so ein so ein Pastorsteil, der seine Herde zusammenhalten will. Das ist okay. Wunderbar, wenn sie ihn abziehen, um die ihn zu finden. Wir müssen auch erst mal mich mal fragen, wie viele Leute sind dort. Er wird zurückkommen. Wir müssen immer noch cool mit Sarah sein. Was soll der nicht für ein Beacon of Hope sein, ey? Eine Wund, eine亮te Licht, die wunderschön, in all dieser Schmerz. Das ist das, was wir tun. Du solltest noch ein Rest haben, denn es wird nicht viel für dich morgen sein. Du wirst du hart arbeiten. Das ist für dich. Ja, es wäre. Bill. Das hält mich im Kühl, aber zumindest bin ich mir gefühlt. Hey Leute! Reggie! Reggie! Oh, Reggie hat keine Ahnung mehr. Was haben sie mit dir getan? Das könnte es schlimmer gewesen sein, vertraut mich. Ich bin glücklich, dass du hier leben bist. Das ist meine Schuld. Nein, das ist wirklich nicht. Ich würde dir sagen, ob es es war. Das passiert sehr gut, nachdem ihr euch verlassen habt. Reggie hat das. Können wir Reggie trauen? Warum ist er nicht mit euch gegangen? Aber warum ist er nicht auch gegangen? Warum ging er mit euch mit euch, wenn ihr verlassen habt? Ich denke, dass er vielleicht sein sollte. Aber dann fiel. Und alle durften rauf. Ich weiß, dass er dann beide Arme hatte. Oh. Sie haben mich außerhalb gearbeitet. Der Lurker hat mich aufgelassen, als ich etwas zu schrafen hatte. Glückwunsch, er hat die Arme ausgelassen. Das hat mein Leben geholfen. Das ist verrückt. Ich bin sehr entschuldig. Schau, es war meine Wahl, um euch zu helfen. Alvin, Carver will dich in das Büro. Was? Warum? Mach das nicht schwierig. Es ist zu late für das. Nein, bitte. Es ist okay, Bec. Nur noch ein Rest. Wenn er etwas mit mir machen wollte, hätte er es schon getan. Ich werde alles gut machen. Wir sehen, was er will. Hey, Reggie. Hey, Carver. Es ist nachvollziehbar, dass er so lange hinterher ist wegen seinem Kind. Du machst sicher, dass Dinge schön und kalt bleiben. Und ich werde sicher, dass er nicht weglässt. Das ist halt schon krass, finde ich. Ja, du kannst mich aufhören. Danke, Troy. Sie werden es sagen. Oh, genau. Lass mich euch vorstellen. Wir waren mit ihnen, als wir getroffen wurden. Hey, ich bin Reggie. Das ist Sarita. Hallo. Und das ist Kenny. Heya. Hallo. Wer bist du? Das freaks dich aus. Es ist okay. Es freaks mich auch manchmal. Mein Name ist Clementine. Es ist sehr schön, dich zu treffen, Clementine. Ja, komm. Hau ab. Hey, wo ist Carlos? Bill hat ihn bereits gesehen. Oh, okay. Gut. Was für Pete? Pete hat es nicht geschafft. Er hat ihm das Leben gehört jetzt. Ich bin so sorry. Stop with all the sorry. Es war meine Wahl. Es war meine Wahl. Besides, er sagte, als du alle getroffen hast, er hat mich wiederholfen, so... Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin nur verrückt. Ich weiß. Ich meine, er sagte das, aber... ich bin nicht glücklich. Warum ist sie alleine? Hm? Wer? Er, dort. Oh, ja. Right. Okay. So, sie ist fucking weird. Sie finden sie aus dem Campen, covered in guts, und einfach wie... die grosseste Scheiße. Es ist wahrscheinlich besser, nicht zu schreien. Ich weiß, wie es sich aussieht, aber es ist wirklich nicht so schlecht hier. Reggie. Nein, ich bin ehrlich. Woher werden wir noch finden, wie wir haben? Wir haben die Kahn-Stuff, und jetzt mit den Greenhouses kommen, wir haben frische Essen. Die Gebäude wird immer mehr und mehr sicherer. All die Zeit. Manche zu tun, aber das ist nur temporär. Sie haben sogar die Solarpanels gearbeitet. Wann war das letzte Mal, dass Sie Elektrizität hatten, hm? Gerade eben, wo sie uns entführt haben. Es ist keine Kompensation. Ich sage nur, es ist nicht so schlecht, wie du denkst. Wir bauen hier etwas groß, Leute. Eine echte Gemeinschaft. Bill macht es passieren. Ah, weiß ich nicht. Schau, ich habe Fehler gemacht, und er hat mich entschuldigt. Das macht nichts, was er getan hat, Reggie. Ich weiß das, aber ich beginne zu sehen, was dieses Ort gibt. Ich habe das nicht vorhin, und mit dem Erkrankten, es ist einfach so viel mehr wichtig. Es fühlt sich eher als eine Präzion. Das ist eine sehr negative Attitut. Sie ist richtig, Reggie. Ich bin sehr nahe, zu werden, zurück in die Gruppe. Als das passiert, kann ich viel mehr machen, um euch zu helfen, zu helfen. Wunschmerz? Was ist das? Ich möchte nicht, dass du mich verletzt hast. Ich habe wirklich hart gearbeitet um zu diesem Punkt. Bitte, versuchen wir nicht zu einem Problem. Okay, wenn ich mich rauskomme, dann kann ich dir mehr helfen. Okay, wenn ich mich rauskomme, dann kann ich dir mehr helfen. Wir werden dir nicht zu helfen. Wir werden dir nicht zu helfen. Sie erwarten, mich zu halten, in linee zu halten. Wenn Carver so großartig ist, ich bin sicher, dass du nichts zu beschäftigen kannst. Wir können, zumindest, darüber reden, mehr in der Morgen. Wir haben eine ruhige Nacht, und sprechen wieder morgen. Ich kann nicht glauben, was ich zu hören. Look, das ist, Bill hatte alle Grund, um mich zu töten, wenn ich euch helfen konnte. Aber er hat nicht. Obviamente, ich weiß nicht, was passiert, während du alle weg bist, aber er hat mir eine zweite Chance gegeben. Und ich weiß, dass er das auch für dich tut. Reggie, ich will keine zweite Chance. Ich will mit meiner Familie gehen. Das ist es. Ich weiß nicht, ob er uns verraten wird, oder wie ihn. Irgendjemand wird irgendjemanden hier verraten. Das steht fest. Aber nochmal, wird er uns wahrscheinlich nicht so helfen, wie er jetzt gerade tut. Mann, fuck that guy. I don't think we can trust him. I mean, he's already drank too much of the Kool-Aid. I think he's just scared. Everybody's scared. Ain't an excuse, to sound like a nutcase. Na, Kenny, komm. Komm, komm, komm. Na, wir haben Glas raus jetzt. We're in a tight spot, and I have to wriggle our way out. Well, what should I be looking for? The stuff that they don't want us to know about. That Troy asshole's gone for now. This is our chance. Don't worry about Reggie. I'll help her with interference on them. So, Entschuldigung. Walker just snuck up on you, huh? Wir müssen tatsächlich erstmal ein bisschen aufpassen, irgendwie, damit wir jetzt nicht sofort irgendwie anecken. So, wer sind die alle? Eine Frau? Das ist Mike? Mike? Wie man mit Mike reden kann? Hallo? Hey! Du! Get lost! Find, die alles hast. Absolut gut die. Okay. Sollen wir uns verkrümeln? Wo ist das? Frau? Oh. Ne, sind meistens so Charaktere tatsächlich, die nachher noch cool für unsere Gruppe sind. Können wir den Schlafplatz anschauen? Ich glaube, es ist besser als die Grunde. Es ist nicht. Es ist nicht. Ach, Nick, 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 Nick. Hey Clown. Nick. Es sind ja auch. Nick. 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 Es ist nicht. Es ist, Es ist, es ist. Es ist eine ganze Zeit, wir. Ich glaube, ich werde es versuchen, zu schlafen. Du solltest es auch. Mit einigen Tagen, für sicherlich. Okay, jetzt bin ich der Katastrophe in meinem Namen. Ich habe sie gesagt, dass ich da stand, als ich sie für 5 Minuten stand. Sieht rickety. Assassin's Creed Style. So, wir können mit Sarah reden. So, bevor wir jetzt mit allen reden, würde ich erstmal mich wirklich hier ein bisschen umgucken wollen. Ein bisschen Dünge. Und? Und? Achso. Okay, kann man machen. Ohne Kommentar. Oh, was kann man hier? Kann man hier irgendwas? Eine Latte abzerren. Hey, Clem. Komm schon. Don't be like that. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax when she's walking around touching everything? Na, und? Ist ein Kind. Richie. 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 Tu nicht so. So. Gucken wir uns mal eine Tor erstmal an. Dann gucken wir zu Richie und dann machen wir so. Oh. 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 Ok. And then an. E poh, justos которую hervorragel. Er wollte aber darauf hjärten. Sie ist ein Kind. Oh. Oh no, Usd. Indie- dijo. Hey. Hei. Das ist alles Zutatsch. Aller человеч. Ich muss nach Hause kommen. Einige dieser Leute sind nicht zu stark auf dem Weg zu gehen. Es ist wichtig für uns herausfinden. Du bist bereit? Es ist deine Entscheidung. Ich versuche. Du wirst alles gut machen. Jetzt schlafen wir. Wir brauchen es. Das war cool, wenn der Computer plötzlich irgendwelche Sounds ausspielt. Du, 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 du. Warte mal. Das war. Ey, Troy. Don't kick me. It's rude. Get up. Bill's gonna have a word. Jetzt unter dem Bett? Das ist aber auch geil. Ist ja wie Kriegsveteranen. Also nicht alle, aber sie machen halt. Dürft das irgendwie filmen, dass die Leute dann halt nicht mehr im Bett pennen, sondern neben dem Bett. Wir wissen, wir wissen alle, dass sie gut kommen wird. Was macht er denn jetzt so versündig? Some of you are new to our community. Some of you are members who went astray. But know that you can find redemption here. Forgiveness. By proving your worth. Through what will undoubtedly be hard work. Reggie slipped up last night, but that doesn't mean he should lose hope. Today will be a test for him. So let's all wish him the best of luck. How'd you sleep? Let Reggie be an example to you all. I was so tired. Salvation is available, but it must be burned. I don't even realize that. Pay attention. Kenneth will be taking over Reggie's duties outside the walls. Okay. Okay, yeah. Sounds good. Michael will continue on showing his values. I just thought it was nice to find out. Charles! Yes? Your child seems to be in need of correction. I'm sorry. Sarah, apologize to Mr. Carver. S-I'm sorry, sir. I know. That ain't gonna cut it. I can't have this kind of behavior on day one of your reform. You discipline her now, Carlos. Come, hear off, alter. One good smack across the mouth should do it. You'll make her think twice before opening it up again. Go on, we'll wait. My... I'm not sure with my hand that I could... Well, that's why you got two hands, Carlos. Come on! Not some... ...not anything, alright? A good heart smack. Otherwise, Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be... ...overzealous. Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. Go on, Carlos. It's my fault. Hey, no one's fucking talking to you! Unless you want one of what she's about to get, I'd pipe down, Missy. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Close your eyes, honey. It's only going to sting for a second. Ach, scheiße, ey. I'm sorry, Sarah. Stop! You're not calling that girl anymore. Let her sit there. Think about what she's done. Try to get Carlos to his post. Everyone else should have their assignments. It's time to get to work. Toll, here. Should be in the next glass. Scheiße. You're gonna knock the shit out of her, Doc. Everyone get to work. Ey, sobald wir die Chance haben, den zu töten. You're working in the armory. Follow me. You're working in the armory. Follow me. Soil, coming up! God damn this thing! Oh, shit. I'm sorry. I'm sorry. Also, we're all right. She's one of the people. She was with Carlos and Sarah. Sarah? I wish she'd stay gone. She's had a hard time, Becca. So have we. We're not sitting on the ground like Babies. Flampe. Go on inside. Bonnie is waiting. Ach, Bonnie. Bonnie. Arschloch Bonnie. Verräter Bonnie. Hey. I guess you're starting your day with me. We're loading magazines. Oh, da kann ich doch vielleicht meine Patrone abzwacken. Das ist es. Du hast es. Du hast es. Ich glaube, ich habe dir eine Entschuldigung. Ich war nicht wahr, als ich euch in der Lodge kam. Ja, ja. Und wie hast du das? Du hast es dir dankt? Ja, ja. Und wie hast du das? Du hast es dir dankt? Du hast es dir dankt? Ja, aber... ich sicherlich nicht helfen. Ich dachte, wenn ich mich derjenige, dass ich alle gefunden habe, ich konnte es kontrollieren. Ich habe alle sicher. Aber das ist nicht so, wie es ging. Der Meister. Wie war deine erste Nacht? Ich weiß, dass es nicht so komfortabel ist, aber... es ist sicherlich. Das ist alles, was ich jetzt aufbauen kann. Das ist mehr, als ich zu sagen kann, über viele Bereiche da draußen. Du meinst meine erste Nacht in der Präsenz? Es ist nicht eine Präsenz. Es ist eher eine Präsenz. Arbeitszeit. Sie haben das in der Präsenz gemacht? Schön. Freischauen von der Arbeit. Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht. Ich bin nie in der Präsenz. Nimm niemandem. Ich versuche, eine schwierige Reputation zu halten. Wie sollte ich gehen? Das Meister... Das Meister-Logo ist ein bisschen von Makita geklaut. So ein bisschen. Als Luke mich überrascht, dachte ich, er war verrückt. Ich meine, wir sind hier sicher. Wir haben Kraft, wir haben Essen. Und warum hast du nicht? Ich versuche, ich meine... Wenn ich ehrlich bin... Ich bin ehrlich, ich glaube, ich schickened aus. Ich versuche, nicht zu gehen, indem ich mir sagen, es ist einfacher, zu versuchen, etwas zu ändern, zu ändern, als zu beginnen, zu beginnen. Die Situation mit dem Herd? Das ist das Typ, der sich die Gemeinschaft entfernt. Er hält die Dinge in line. Er hat viele Dinge in line. Er hat vieles zu tun. Ich weiß nicht. Er hat vieles zu tun. 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 Wir sind immer auf der anderen Seite, gut. Das ist etwas, was ich denke, wenn ich mich nachdenken. Ich meine... Und es ist nicht einfach, zu halten, zu einem großen Teil, und zu retten. Ich bin nicht so, diese Position. Ich denke, das würde jemanden ein bisschen stressen. Ich bin nicht so, was er getan hat. Das war... Das war... Das war's. Ja. Warte mal. Nee. Warte mal nicht. Aber er hat nicht. Überreagiert. Untertreibung des Jahres. Das war's. Dann hat Rebecca angefangen, und das hat nur Dinge schlimmer gemacht. Vielleicht war Luke richtig über ihn. Ich wünschte, dass er da war. Aber ich hoffe, dass er sicher ist. Hey, Bonnie. Ist das eine Frau da da? Ich muss sie kommen. Ja. Sie ist hier. Okay. Ich bin gleich vorbei. Ich bin sicher, dass es gut ist. ich habe fast vergessen. Ich brauche das für dich. Was denkst du? Was denkst du? Das ist ja schon frech. Ich fand es in der Lodge, in dem ihr alle waren. Ich denke, es könnte für die Schmerzen sein. Ich hatte es zu lange, für niemanden zu sein, um es zu dir zu bekommen. Du solltest sich sehen. Ich denke, dass einige Leute von diesem coolen Jacket sein könnten. Oh, da bist du. Was ist mit dem der übrigen Jacket? Tavia? Was? Nichts. Ich sehe dich später, Clementine. Komm schon. Was für eine hässliche Jacke. Seid mich. Komm schon. Schön. Kleiner Baumarkt. Baumarkt. Baumarkt ist natürlich optimal, um sich zu verschanzen. Was zwar kein Essen, aber du hast eine Menge, um dich zu verbessern. Und du nötig dir Werkzeug dazu. Oh nein, wir weinten da. Das ist bestimmt Sarah. Oh, wir müssen uns erst mal Sarah trösten. Hey. Ich... Du... willst du einen Hügel? Mach es doch einfach, Frau. Okay. Ich will dir einen später. Du kannst nicht wissen, was kommt, aber ich könnte einfach auf dich aufhören, wenn du es nicht erwartet hast. Mein Vater hat mich nie zuerst gefangen. Auch wenn ich wirklich schlecht war. Er hat mich nie zuerst gefangen. Troll war viel besser. Ihr Vater hat das gemacht. Carver hat ihn gemacht. Also, in eine gewisse Weise, Carver ist derjenige, der dich schaufte, nicht dein Vater. Er hat nicht zu tun, Sarah. Carver hat ihn gemacht. Er ist der schlechte, nicht dein Vater. Ich glaube so. Carver hat mich sehr schwer, weil es noch so schauelt wie verrückt. Ja. Es war so. Oh, danke. für dich zu helfen. Ich weiß nicht, warum die Leute so dumm sind. Auch wenn ich wirklich verrückt bin, ich will noch niemanden verhören. Tja, du bist auch ein kleines, zartes Pflänzchen, Sarah. Don't mess this up. Yeah, I get it. Reggie's in charge here, okay? Listen to him carefully. Ja, kein Problem, Cabian. Okay, wir müssen einen guten Job machen. Das Camp ist auf uns. Komm schon, ich zeige euch, was zu tun. Es ist einfach. Oh, und so wie ihr wisst, Bill hat mich heute Morgen was du letzte Nacht gemacht hast. Ich bin nicht verrückt, aber bitte, bitte, hört mich heute an. Ich bin, mit dem Mann, mit dem Mann. Okay. Pick up a pair of those shears. Haha, okay. Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket, simple. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for composting. Got it? Hmm. Hey, so, is she gonna be okay? Now, what glaubst du da? Huh? That was straight fucked up. I don't wanna freaking out and getting me in trouble. I'll take care of her. You don't have to worry. Good, good. Cause I'm awful at that stuff. Look, Bill's had it out for me ever since I helped those guys escape, so I gotta concentrate on my work. Jaja, immer schön auf achten, dass Bill von ihr hält. Huh? Immer schön wegschauen. Was awkward? I won't do that again. I'm gonna go work now. War jetzt ein bisschen witzig. Okay, das will ich nie wieder tun. So, na gut. Och, Sarah. Aber das ist so schwierig tatsächlich irgendwie. Es ist... Komm, mir geht für Sarah. Hey. Here, watch me. Wir sind ja schließlich kein Unmensch. Ne? This isn't that hard, Sarah. I know. I'm just afraid I'll make a mistake. It won't be the end of the world if you do. Just keep going. Oh shit. Oh no. You didn't do any of your work, Clem. Just checking in. See how the new girls are working out. Hmm. Na schön. Wir haben Sarah geholfen und haben unser eigener Arbeit gemacht. Reggie. Ja, Bill. Hey. What the fuck happened in here? Look, Bill. They're new. And me with my arm? It's just not the easy... I just have... I have one arm. Shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please just... Sounds like you were about to give me an excuse. When I asked for an explanation. We'll get it done. Just give us some more time. It was my fault. I didn't show Sarah well enough. I guess. No, this ain't your fault. We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Ah... 257, grüß dich! Hey! Schön, dass du auch mit dabei bist! Guten Morgen! Bin endlich aufgewacht! Na dann! Hi! Schnapp dir Kaffee, komm mit dazu! Wir spielen übrigens die zweite Staffel von The Walking Dead. Und es ist einfach... Aaaaaaaaaaaaaaah! So, Reggie kriegt jetzt natürlich einen apokalyptischen Anschluss da drinne. Wenn nicht so ein Schlimmeres. Bin dir okay? Aber Reggie ist nun real. Ich habe dir genug Charaktionen. Nein, nein, nein. Bitte, Bill! Nein! Nein, nein! Nein, nein, bitte! Echt jetzt?! Aaaaah! Was für ein bekackter Motherfucker, Alter! Weitern, Unkräftemiss. Sie setzt uns auf den Riesk. Und es wird nicht bothered. Halt. Möcht. Geh nach unten! Bonnie hat etwas für dich zu tun. Oh! Oh, hey! Also wollen sie dir ein paar Überraschungen für die Leute, die an der Expansion arbeiten? Ganz einfach, mach das einfach mal an ihnen. Ja, komm! Was ist falsch? Clem, bist du okay? Reggie! Reggie ist tot! Was? Was sagst du? Carver tönt ihn! Er hat ihn aus dem Rücken! Vielleicht... Vielleicht war es nur ein Exakt. Du weißt ganz genau, dass er ein Psychopath ist. Hör mir an. Geh das an die Leute raus und komm direkt zurück. Und sowas. Sei sicher, okay? Jetzt ist die Zeit, um dich zu bemerken. Ich muss nachher herausfinden, was passiert. Hey Troy! Clem wird nur die Mädchen ein paar Nägel nehmen. Okay! Wir haben einen Plan! Clem hat einen Plan! Na, das sieht nicht so stabil aus. Könnte man da nochmal irgendwie... Vielleicht nochmal... Eine 4x4 Latte dagegen gehen? Ich bin kein Mensch der Arbeit. Mach das! Lass sie selbst machen, wenn es so wichtig ist. Fertig sind sie nicht mehr raus. Fertig sind sie nicht mehr raus. Du hast mich nicht mehr raus. Ich habe gesagt, dass du deine Hand aus mir rauskriegst. Oder was? Du gehst mir auf mich? Ich versuche dich zu helfen, schweig. Ja, das ist echt Hilfe. Warum nicht nur über dich selbst? Reggie ist tot. Carver tönt ihn. Was? Du sicher bist? Na toll, sie sind drin. Schön. Hemmertal! Boom! Boom! Okay, das war nicht so effektiv. Schnell! Clem! Weiter da hin! Boah! Boah! Alter Armentumel, komm! Da 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 da. Oh! Upsi! Kurs, ihr träumt. Shit! Fucking grab something! So, gut. Brett nochmal nehmen. Guck mal! So, gut. Nein. Oh, schnell! Schnell! Warum kommt der denn immer noch mit hinterher? Warum steht der Ding so weit weg? Jetzt mach doch mal ein kleines Licht! Oh, und schön! Die Fontanelle perforiert. Wunderbar! Schön! Oh, Hammer Time! Hammer Time for Clementine! Boom! Und weg ist er. Schade. Nein, sag jetzt nicht, dass mein Fuß jetzt noch eingeklemmt ist. Was gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ex-Jemi! Schnell! Na, da, 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 da da, 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 da! Da, 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 da- JAMI! Schnell, nein! Ach, sag mal! Alter, was ist der los hier? Tenлять. Also ich war relativ schnell. Mit Kuh. Aber das hat mich erreicht. Quicktime Steve. Och komm, so schlimm war ich jetzt nicht. Manche kannst du, glaube ich, gewinnen. Also ich hätte jetzt nicht gewinnen können, glaube ich. So, schön, können wir die Büchse nehmen. Das ist doch hier. Moment, das ist doch Luke. Das ist doch Luke. Oh, die Jacke ist sofort erkannt. Oh, komm. Huggy. Shh, shh. Ich glaube nicht. Ja, ich habe gehört, dass die Leute darüber gesprochen haben, aber das ist nicht so. Okay, es wird auf den Ort. Ich weiß, es ist. Ich weiß nicht, wann, aber es wird kommen und es wird bald. Ich habe mich auf die Plätze, um dich frei zu bekommen. Aber ich habe noch nicht mehr gefunden. Du fühlst mich okay? Nein. Nein, ich meine, ja, ja. Sorry. Ich könnte nur ein bisschen schlafen, duißt. Ja, das ist wie du kündigst. Schlafen. Schlafen. Ja, ich bin gut. Schlafen. Okay, nicht mehr über mich. Es scheint gefährlich. Die ganze Situation ist gefährlich, aber... Well, wir sind jetzt. Das ist, was wir haben. Wir haben nur... Ich habe nur einen Plan. Ich habe nur einen Weg, um dich zu bekommen. Und alle. Tatsächlich witzig. Der Poster hinter Outcast ist ja, glaube ich, so ja auch ein anderer Comic von dem Kirk. Der ist ja... Also der Typ, der halt quasi den Comic von... Der Walk-In-Dit-Demacht. Der Walk-In-Dit-A-Fund-Heart. Kirk. Naja, irgendwie. Ich habe Warzeig im Sonnen. Okay, ich werde dir einen. Danke, Glenn. Ich bin so glücklich, dass ich dich aufhören kann. Erinnern, du möchtest mich morgen Morgen. Ich werde versuchen, hier vor diesem Zeitpunkt zu sein. Aber wenn ich nicht, warte so lange, wie du kannst, weil ich wirklich eine von diesen Radios brauche. Und lass dir alle wissen, dass ich okay bin. Okay? Ich bin Angst, dass... Clementine, rauskommt, wo ich dich sehe. Oh, okay. Auskommt, rauskommt. Ja, ich sag das nochmal. Was machst du denn? Beantwortet mich. Ich war schon immer versteckt. Geh nicht in da, du hörst du mich? Das ist auf fucking Limit zu dir. Bill Radio. Was ist ein Wunsch, wenn du in die Hand aufhören? Oh, da darfst du nicht rin. Jetzt rin. Ist ja auch überhaupt nicht wie so ein Magnet. Ach, sag ich mal. Erst mal. Schluck Wasser trinken. Aus Wut. So, bei Kava misch ich bitte, dass jetzt langsam geht. Meister. Großartig. Rebecca! Rebecca! Sie ist eine starker Frau. Sie ist entzündet von schwachen Männern. Ich lasse nicht, dass ich meine Kinder über das gegründet habe. Geh in hier. Ja, toll. Wut! Alvin? Alvin! Ich... Was für ein Arschloch, Alter. Was für ein Arschloch, Alter. Was für ein Arschloch, Alter. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Ich kann mich sagen. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Sie sind die Arschloch. Sie sind ja auch so. Es ist leicht, dass die Depression in die Zeit in die Zeit, aber er war schweig. Und ich meine nicht nur, weil er schweig war. Das war nicht sein Problem. Er war schweig von Willen und schweig von Charakter. Und wir können das hier nicht mehr haben. Nicht mehr. Jetzt, mit dem, was wir am Ende haben. Du musst, dass er zu können. Er hat das nicht verdient. Selbst wenn er verletzt hat, er hat nicht verdient zu sterben. Was ist denn das für eine kranke Logik, ey, da? Was ist denn das für eine kranke Logik, ey, da? Was ist das für eine kranke Logik, um sie sicher zu halten? Es ist ihre Natur, zu folgen, nicht zu führen. Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr als Sie denken. In Wahrheit, ich denke, Sie verstehen es. Aber Sie sind noch nicht zufrieden. Es gibt keine Chance, dass Sie so lange dauern. Wenn du nicht mehr als Sie sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Kranke, du warst Angst. Aber du sahst mir direkt in die Augen. Du hast deinen Nerv. Das ist was wir brauchen. Wenn wir über das durchgehen, die nächste Generation muss stärker sein, als die letzte, um uns aus zu führen. Kinder wie du, haben die richtige Weg gefordert. Wie mein Kind wird gefordert. Es ist kein dieser Hurt, der mich auf der Nacht hält. Wenn du das anwenden kannst, es ist nicht bekannt, wenn ich jemandem das anwenden kann. Aber ich bin nicht mehr über das. Und was, wenn es nicht deiner ist? Ja, was dann? Es gehört dir. Schau an. Es gehört ihm. Ja, ich bin hier. Die Leitungsbedürfung ist verraten. Versuch es wirklich nicht aus. Wie schlecht ist es? Die Leitungsbedürfung sind gefordert, so dass er sich nicht ausgelöst wird. Ich glaube nicht, dass es eine Erkrankung ist oder nichts. Aber es ist etwas, das Stan sollte sich anschauen, wenn er kann. Ich werde ihn auf. Aus. Dieser verdammt Idiot. Hört auf seinen Weg. Und er legt ein verdammtes Ding in meine Tür. Gehen wir zurück ins Bett. Es ist fast Mittag. Oh Mann. Also die Horde wird definitiv zu diesem Markt da kommen. Irgendwie. Ich denke jetzt nicht, dass es anders sein wird. Und ich glaube, das wird die einzige Chance sein, wie wir verschwinden können. Im totalen Chaos. Das ist ja. Das ist ja. Mit dir. Das ist, wie es für mich aussieht. Du weißt, das ist nicht, was er sagt. Aber es klingt gefährlich. Diese Scheiße ist alles gefährlich. Vielleicht kann Luke uns helfen. Er ist außerhalb. Er will eine Radio, um ein Augenblick auf die Garten zu halten. Danke. Das ist der Plan, den ich wähle. Du weißt über Luke? Er hat uns festgelegt, als Troy nicht zu schauen. Er hat uns seinen Plan gesagt. Dann hat er mit dir gesprochen. Wenn Luke uns sagen kann, was passiert ist mit den Karten, dann können wir das nutzen, um einen guten Zeitpunkt zu entfernen. Das scheint rechtlich. Wer weiß, wann das sein wird. Es gab eine Frau in Crawford, die die Kirche-Bellen benutzt, um Walkers um die Stadt zu senden. Wir brauchen nur etwas wirklich lautes. Das P.A. Systeme, das Carver immer benutzt, ist ziemlich laut. Es gibt einige Sprecher außerhalb des Gebäudes, die nach dem Parkplatz. Ich sah ihn, als wir zur Arbeit gehen. Troy ist immer neben einer von ihnen. Ich sah die Kontrollen. Die sind in Carver's Office. Sie ist richtig. Ich sah die Kontrollen in der Office. Es gibt einen Kontrollen in der Office. Es gibt einen Wunsch, der sie aufbauen wird. Wie wissen Sie das? Ich habe damals viele Anrufe gemacht. Ich habe es einmal aufgerufen. Glücklich war es nicht viel, um es zu hören. Es war ziemlich laut. Das ist perfekt. Wir müssen nur in seinem Office kommen. Warum hast du nicht etwas später gesagt? Wir brauchen natürlich noch den perfekten Song dafür. Welchen Song würdet ihr abspielen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Um die anzulocken. Er muss laut sein, er muss knallen. Es ist nicht genau ein Peech. Luke ist in keinem Form, um uns zu helfen. Du willst unsere Feuze in diesem Mann legen? Das ist nicht passiert. Wir sollten das Radio von Luke bekommen. Es tut mir leid, dass es mehr Informationen hat. Ich verstehe. Wir können das tun. Aber der Hörd ist noch etwas, was uns hier rauskommt. Vielleicht kann Luke uns sagen, wo er auskommt. Wir bekommen das Radio. Er bleibt uns auf dem Hörd-Movement. Wir fangen auf das Peech. Wir holen die Peech. Wir holen die Walkers, um das Platz zu rollen. Und dann was? Wir holen die Peech. Wir holen unseren Weg weg. Ich weiß nicht. Was wir können. Wir improvisieren. Dann ist das nicht ein Plan. Du planst nicht, um improvisieren. Ich habe herausgefunden, was dein Problem ist. Du denkst nicht, dass du das alles durchfühst. Wenn das Ende des Planes nur durch eine Hörd der Walkers gehen soll, dann solltest du von der Hördung wissen, dass es überhaupt nicht funktioniert wird. Eigentlich mache ich das immer. Oh, guck mal. Sie hat eine Stimme. Das erste Wort, das ich höre dir sagen höre, und es ist eine verrückte, verrückte Scheiße. Hush! Was meinst du genau? Wenn du dich selbst und ihre Schmerzen bekommst, schraubst du alle auf dich. Ich kann dir nicht von einem davon erzählen. Ich weiß nicht, wer verrückt ist. Vertraue mich. Ich habe durch die Hördungen schon vorher. Es funktioniert. Wir mussten sich ruhig halten und sich sicher, dass du gut und geschlossen bist. Du wirst wissen, was du sprichst. Das ist nett. Nein, es ist nicht. Es ist perfekt. Lee hat das herausgefunden. Was? Es ist, wie wir aus der Marsehaus kamen. Lee hat mich geschlossen und wir durchgezogen. Wirklich? Ja, Lee. Holy shit. Oh, eine gute Idee, Lee. Alles klar. Was erwarten wir uns? Lass uns das verdammte Radio rauskommen. Wir müssen trotzdem einen Weg finden, um in die Schmerzen zu kommen. Ich habe auch einen Plan dafür. Komm schon, Kind. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß schon, welchen Song Benni spielen wollte. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Das Ding ist immer noch immer. Das Ding ist immer noch immer. Obwohl etwas verändert hat, wird sie nicht viel Kraft. Komm schon, auf und an sie. Nicht sie schrauben, Kenny. Sie ist unser beste Betten. Ich meine das, Clem. Jetzt oder nie, ich glaube. Jetzt oder nie. Das ist meine Frau. Wir müssen diese Röpe runternehmen. Mike, willst du sie aufbauen? Komm schon, Gid. Tatsächlich kann ich jetzt gar nicht so viel kommentieren dazu. Irgendwie, weil die halt so viel reden. Irgendwie... ...nur die ganze Zeit am Lesen bin. Genau wie ihr wahrscheinlich. Bup. Puck the Rope. So, nun. Oh nein, ein Schlussseil. Auf geht's. Bis dann. Endlich geht doch noch viel weiter. Try to hurry. Alright. I don't think they're the sharpest guards in the world. But they're no idiots either. They see you not in your bunk. We're all done. Shit. He's coming back. I gotta let you go. I can't stand here. Grab something. Na klar. Schön. Ah. Ach, Gott sei Dank sind wir am Stacheldraht hingeblieben. Schön. Und da kommt die Rorde. Wir sind in trouble. Ja. Ich sag wie das, das werden die alle schaffen. Also, das würde ja wirklich... ...mit dem Teufel zugehen, wenn das alle schaffen würden. Aber da glaube ich nicht dran. Das ist tatsächlich... Irgendjemand wird's erwischen. Irgendjemand, bei dem das weh tut. Nimmst du? Ich will nicht glauben, was ich nachdenken. Es wird da sein, 2-3,000 von ihnen. In der Parking-Lot? Nein, nicht in der Parking-Lot. Ich kann nicht die alle sehen, aber... Ich sehe die Prüche, die vorzunehmen. Also, bist du nicht sicher? Wie, wie viele gibt es? Ja. Wie kann ich sein? Hmm. Oh, zu. Ich hoffe, sie pass by uns. Gott, ja. Oh, die Trinemütze. Ich weiß nicht, wie lange wir sind. Natürlich macht er, aber er dachte, dass wir die gleiche Sache haben. Wir haben viel gelernt seit letztem. Ist das genug, doch? Wir finden uns, ob sie hier drücken. Ja. Ja. Ja, da komme ich jetzt nicht drin. Aber da sind halt Pläne. Oh. Mit Wachen. Ja, schöne Scheiße. Okay. Schauen wir nochmal hier. Oh, hier kann man sich wahrscheinlich hier drunter verstecken. Wer weiß, was gleich passieren wird. Hm. Die Steuerung ist manchmal etwas hakelig. Oh, was haben wir hier? Hier können wir sogar rein. Sehr gut. Schwupp. Click on. Ja. Bei ihr bin ich mir tatsächlich auch noch nicht so sicher, ob wir sie nicht eventuell... ...bekehren könnten. Das ist verrückt über Reggie, oder? Ja. Du denkst Bill? Ja. Ich dachte nur, ob du vielleicht Bill glaubst. Spitt es aus, Hank. Ich glaube nicht, Bill wird ihn wieder inbauen. Hm. Du nicht? Nein. Du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Also nicht so, keine Scheiße. Du denkst du wir bereit sind? Die sind da draußen, einfach... ...mönen. Das ist das. Das macht mich verrückt. Es macht mich wirklich nervös. Ich weiß was du sagst. Du sagst du sagst. Du sagst du sagst du sagst. Ich wusste nicht das. Du sagst du sagst. Was ist das? Oder was? Es ist ein bisschen anders, wenn es die taten menschlichen Menschen geht. Ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Und was wissen Sie morgen? Bill will ich mich anfangen, um diese Beidele zu fixieren. Ist das, während du da bist? Ja. Soll ein Verbot wahrscheinlich nicht sein, oder? Ich mache es wieder. Ich versuche es zurück, wenn wir die Prisner... ... die neuen Leute inbauen. Siehst du? Es ist schwer, nicht zu den Prisnern zu nennen. Na los, nimm mit. Will sie mich verarschen? Was ist denn das für ein Quatsch jetzt? Wir brauchen mehr Platz, um mehr Platz zu machen. Ich weiß nicht, Hank. Bill hat einen Plan. Schau, lass uns sagen wir es für heute. Wir sprechen mit dir. Okay, wir sprechen später. Ja, später. Aus. Aus. Na endlich. Meine Güte. Kann ja auch schwierig werden, ne? So ein Funkgerät auszunehmen. Okay. Ich habe mich schon wieder ohne Funkgerät losge... Leise, 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 leise. Okay. Cool, cool, cool. Wir sind noch nicht safe, Clemmy. Wir sind noch nicht safe. Jetzt sind wir safe. Das ist okay. Okay, jump down. I got you. Ah. Echt jetzt? Wie, du fängst mich nicht. Ah, danke Mike. Troy will be back any minute. Well? Got'em. Everybody stay where you are. No need, draw on suspicion. That was so cool. Thank you, Clem. I told you, you probably wouldn't die. Nice job. Ich hatte ganz schön Angst. Thanks. Yep. 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 Anyway, get some rest. I thought about Duck today. About his dumb little face. Naja, sein Sohn. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went. He just run. He couldn't stop him. Einfach unvorstellbar. Makes it harder to remember. He was a good boy. Well, long day tomorrow. One long day. Tatsächlich hat er auch probiert sich selbst umzubringen. Was auch vollkommen... Also, ich... Ich hätte es verstanden. Ich hätte es verstanden. Alright, we're all here. Someone's got the radio out to Luke. What's the problem? We should probably figure out who's doing what before we... Ah, wer wird den Phobia machen müssen? Hab da so'ne Idee? Mhm. Why just them? Like I said. Troy is coming for the rest of you. Alright, look. If we're gonna do something, we have to do it now. And if Luke saw we got, then we pair up with him. I can do it. Where's the meeting? Mike. Yeah? Clementine should do it. Are you fucking kidding? Okay. Come on, that's crazy. She's a kid. Why would... There's a million reasons. She knows Luke. She can hide. She got the damn radio for us in the first place. Who cares? And I'm sorry, Mike. But I don't know you from fucking Adam. Alright? And if I trust in someone to do something, this important thing... I trust in her. Kenny's right. I should do it. So the job is just doing it. She doesn't need your respect. So, yeah. Also, wahrscheinlich wäre Mike damit perfekt reingekommen und ich werd's verkacken. Irgendwie auf dem Weg. Ich werd's verkacken. I don't think today is gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster is gonna be surveilling your ass every second of the day. You hear? Got that? I'm afraid I need an answer girl. Yes, sir. Yes, sir. Come on. Oh, you have your pockets all out. Gonna get your tags all snagged on something. Ja, da hinten sieht aus wie Irmar Stadelmann. Let's go. Irmar Stadelmann mit einer AK. Hey. Hey. She's with me? Oh, shit. I almost forgot. Yeah. Well, take her then. I don't care. Oh, man. Fix her. Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us. People she knows. It's nothing that'll hurt her. What? What are we doing? Don't worry about it. Come on. Hm, okay. Wird also schwierig mit Luke. Denke, dass uns jetzt ein Nein auch nicht was gemacht hätte. I just wanted to make sure you were all right. I didn't believe you, when you told me about Reggie. I ran and found Bill once I left you. Figured, even if he had done it, he'd make up some sort of excuse. But Bill was just so matter of fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done. And that was just one of those moments when your blood runs cold. Goose pimples up and down your arm. As it turns out the person you thought you knew, was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? Was denkst du denn? Was denkst du denn? Hm? Wir sind hier in einem Baumarkt eingesperrt, regiert von einem Irren. Du siehst ängstlich aus, kleine Ölfirige. Was denn los? Du weißt, du kannst mit mir reden, oder? Was? Ja, das ging schon mal so schön schief. Ja. Das ist schon mal verkackt. Die kann jetzt natürlich auch die ganze Zeit so tun. Ich liebe dich, diese Scheiße. Ich liebe dich, diese Scheiße. Ich liebe dich, du Scheiße. Luke? Ja. Das muss ich sagen. Wo ist denn der da? Pssst. Luke? Es ist mir, Clementine. Es ist sicher, rauszukommen. Luke? Mach da wenigstens die Tür zu. Okay. Wo ist er? Luke? Ich bin wieder bei den Mangas. Schwierig, schwierig, schwierig. Luke, wo bist du? Ich muss hier schneller gehen. Shit. Ich schwör dir bei Gott, Alter. Aber du kannst die Leute hier einen Tag und sie sind schon um. Du wirst schon warten, was passiert. Geh! Hey! Auch bei dir wird's nicht schnell gehen. Treu. Muss ich jetzt einkaufen. Das ist gar nicht so. Ist geil! Ah, shit! Oh, der Scheiß wird immer krasser hier, ey. So, welche Konsequenz wird das jetzt wieder haben? Ja, er kann es jetzt eigentlich auch wieder haben, weil Luke braucht das jetzt eigentlich nicht mehr. Oh, Kenny. Kenny stellt sich davor. Oh, ich bin nicht Kenny. What? Fucker. Fucker. Oh Gott! Jesus Christ! Stopp! Stopp! Somebody stopp him! Do something! Let me go! Clementine! Help me! You have to do this, Bill! Nooo! Stopp it! Get me! Get me! Get me! Yeah! Okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move because we're leaving tonight. We're leaving tonight. Okay. 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 Ich würde ihm immer noch nicht vertrauen, aber mal schauen, was er vor schlägt. Verdammt! Was hat sie gesagt? Sie sagten, sie können uns aus der PIN, wenn wir das P.A. System gehen. Als nächstes sie das hört, sie wird runter und springen. Das ist großartig. Das ist nicht großartig. Was sagst du? Schau, ich weiß, dass ein Teil davon ist meine Schuld. Ich weiß. Können wir gar nicht glauben, Bonnie? Wir haben keine Grunde, nicht zu glauben. Ich meine, wenn sie uns gebeten hat, werden wir gebeten. Aber heute, heute ist es riesig. Es ist ziemlich riesig, Leute. Riesig? Hast du gesehen, was dieser P.A. gerade gemacht hat? Schau, der Plan funktioniert. Nichts muss sich ändern. Es ist alles vorbereitet. Das schwerste Teil ist fertig. Dieser Mann ist verrückt. Wer weiß, was er zu machen? Ja. Aber jetzt sind wir mit einem Gottbeet zu schlafen. Sarita in keinem Form, um nichts zu tun. Und ich bin ein verdammter Schuss. Schau. Wir sollten aufstehen. Okay, wir sollten unsere Zeit verraten. Und wir sollten auf eine Öffnung warten. Bonnie hat bereit, uns heute Abend zu helfen. Und das bedeutet, sie kann es nicht mit einer anderen Nacht machen. Ich weiß nicht, Leute. Luke macht Sinn. Wenn du die Chance wirst, oder wirst du da warten? Wir warten nicht. Ja, wo die ist. Was ist da drin, Leute? Vertraue mir, ich habe geschaut. Es gibt kein Essen. Es gibt keine Reihenfolge. Es gibt alles clean. Ich sage nur, wir müssen darüber sensibel sein. Wir müssen jetzt verlassen. Es wird nur noch schlimmer werden. Sorry, ich habe jetzt einfach mal eine innerliche Münze überhoffen. Das ist, was ich spreche. Du musst ihn bestellen. Du musst ihn bestellen. Du musst... Ich mache das. Ich mache das. Sein Orbital ist verraten. Ah, fuck. Ich habe ihm viel Hoffnung für den Augen. Ich habe ihn so stabil, wie ich konnte. Ich habe ihn gezogen. Ich habe die Entschuldung abzuhren, ich habe es bestens. Ich habe sie bestens. Ich habe es bestens. Ich habe die Reihenfolge auf den Körper. Oh Gott. Es wird frei, wenn es kein Geheimnis zu dem Körper gibt. Fuck. Okay, schau. Vielleicht bin ich hier einfach als Geheimdinschleiter, Aber wenn... Wenn ihr alle sehr ehrlich seid, dann müssen wir vielleicht anfangen, um die Leute zu verlassen. Nein! Das ist kein anderes Weg. Aber ich mag es auch nicht. Aber das ist, wo wir sind. Kenny und ich sind nur hier, wegen euch Leute. Und jetzt wollen wir uns verlassen. Was sagst du? Kenny will uns gehen. Wie kannst du das sagen? Ich will Kenny nicht zurücklassen. Das ist, warum ich weiß, dass er dich sicherer will. Er will uns alle sicherer. Das ist, was er uns sagt, wenn er könnte. Es wäre so etwas wie das. Ich bin okay. Wir sind heute Abend. Planen nicht ändern. Nicht schlecht, alter Mann. Das war schwer. Absolut Mutti. Absolut. Das war schwer. Absolut Mutti. Absolut. Bricht einem das Herz eh. Absolut. 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 Wir stoppen dort, nachdem wir die erste Mal wegkommen. Luke und Carlos wissen, wo es ist. Es ist nicht so weit. Na ja, zumindest wenn ein paar Leute wissen, wo es ist. Es wird leichter finden, wenn wir verbreitet werden. Okay. Das funktioniert. Dann brauchen wir jemanden, um diesen PA zu schließen. Ich meine, du wirst niemals aufhören, was das tun soll. Warte, 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 warte. Sie ist der Plan? Los geht's. Ich bin sicher. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. I defaulted set to play music, so you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stock room to meet you guys. Is that right? Perfect. Be careful. Hey. Clem. Make sure you bring Alvin. Ach Gott, es geht an. Es sieht immer noch aus wie... Scheiße, ey. Ach. Alvin? Are... Are you okay? Okay. So, bitte sag mir nicht, dass er... Aber er sieht noch etwas lebendig aus. Okay. So, Schalter für die Anlage. Okay. Okay. Kann ich weiter nach rechts laufen. So, können wir noch irgendwas anders machen. Der Plan. Oh. Schlupf Whisky. So. Das sind die Exterior Speakers. Die drücken wir. Okay. Okay. Now the mic. What? What's wrong? Test, test. Nein. Kabel kaputt. Oh nein. Jetzt müssen wir noch hier die Anlage anmachen. What? Welcher Sound? Nein. Nein. Wo sind sie? Können wir nicht den... Oh Gott, jetzt erstmal eine CD suchen, ey. Oh, hier. Da ist er. So. Komm schon, komm schon. Und ich bin nicht gespannt, was für einen Song ist das. Bitte, werk. Ok. Okay. Wooo! Alvin, are... Are you okay? Carver talks all that tough guy shit. Then keeps the tiniest gun in the universe. Wir müssen verschwinden. Ach, Ethan. Ich bin nicht bereit, Junge. Ich habe... Ich bin aus der Straße. Was? Nein, ich gehe da da und schraue das Ding aus. Du musst raus. Sie werden hier in eine Minute. Danke. Ich habe meine Mädchen. Ich habe das Gefühl, dass es eine Mädchen wird. Nur ein Hunch. Gehen. Hey, Ingmar. Du Penner. Scheiße. Nimm den wenigstens die Waffe mit, Clemmy. Oh, shit. Oh, shit. Guck mal. Oh, was habe ich. Du willst mich nicht backfragen? Du willst mich nicht ausgüllen. Du willst die Leben, die ich für uns alle. Dann geht doch nicht. Du willst mit einer neuen Abilkarten, auf krep和etigen Meises, dann geht doch. Du bist mein Liefer. Aber ich gebe dir ein Bollet in dich, und dein Baby, bevor ich Housing mit meinem Kind verraten. Jetzt! Los! Zusammenschlagen! Gleich umliegen! Ja, nicht warten! Abdrücken! Komm schon, Luke! Das ist nichts von deinem Geschäft. Clem, wo... Warum ist Alvin mit dir? Wo ist er? Ja. Alvin! Wahrscheinlich würde es Rebecca machen. Rebecca, ich bin... Oh Gott, ich bin so sorry. Kill ihn. Rebecca, Rebecca, sweetie, mein Gott. Wie haben wir hier, du und ich? Das ist nur ein bisschen eine Kustodys-Battle, die wir hier in unseren Händen haben. Nur schiebe ihn. Was? Ist egal. Nicht doch... Warum denn nur... Wieso denn nur ins Behen? Warum nur? Warum nur? Ich weiß, Luke, ist nicht geil. Aber ey, es gibt einfach Leute... Also, er hätte ihm noch Schaden angerichtet. Oh! Okay. Kenny... Kenny zieht's auf die harte Tour durch. Wir müssen gehen. Kenny, bitte! Niemals im Leben, wo du sich dieser Tore öffnest, so verbeut, wie du das... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast nichts gesehen. Wir müssen dich nicht sehen. Ich weiß nicht, Bill. Das ist okay. Du wirst lernen. Lämmchen zu den Schlauchern. Kein Shepard, die dich umgeleitet. Clementine weiß genau, was ich darüber spreche. Komm schon. Komm schon, Clem. F***ing Big Man. Komm schon, Clementine. Das ist okay. Du willst sehen, wie du bist? Wer denkt, du bist so? Ich weiß, du bist. Ich weiß, du bist. Wir gehen. Ja, gehen wir. Lass die Hände aus der Hand. Wir sehen, wie lange das dauert. Ich werde da. Du wirst nicht sehen. Das ist lustig. Von dir. Wie ist das? Tja. Jeder bekommt das, was er verdient. Das ist nicht das, was ich da weiß. Ich weiß. Auch mal. Okay, man hört es dann so mit. Im Surround. Oh. Ja. Nein, nein, ich bin okay. Komm schon. Wir haben genug, was zu überdenken. Mann, wir werden es nie durch das. Sind Sie schuldig? Wenn Clem es das tun kann, kannst du das. Verdammt. Ich dachte, sie kommen aus dem Süden. So, ihr könnt jetzt schon mal schreiben, wer es nicht hat. Asra, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Danke. Und, alle trocken? Oh, oh. Ja, bad bad. Siehst du. Und einmal nicht auf die Passt. Aber die Axt. Sitzt. Ihr dürft besser aufhören und zu Schmerzen gehen, wenn ihr leben möchtet. Oder ihr könnt hier sterben. Es ist nicht wichtig für mich. Oh, Grimmar. Mach es schnell. Wir müssen nachher kommen, bevor die Resten kommt. Ah, Sarah. Quäse, quäse. Das ist übel. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, wir müssen mal machen, Mausi. Wir müssen ansonsten... Kann ich sie irgendwie vollschmieren? Nee, ich muss mich vollschmieren. Erstmal. Das muss so höllisch stinken, ey. Turn around. Lass mich dich mal ein bisschen mit ekliger Scheiß einschmieren. Turn around. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Es gibt nichts zu gefährden, wenn du ruhig bleiben möchtest. Ich bleibe dir sicher. Ich bleibe dir sicher. Hör auf den Scheiß. Turn around. Ich komme dir zurück. Ich bleibe dir zurück. Wir haben nicht alle Tage hier. Ist alle bereit? Sie sind fast alle uns. Was ist hier wirklich? Was ist hier wirklich wirklich? Was ist hier passiert? Was ist hier? Was ist das schmierende? Es war der schmierende Scheiß. Oh, das ist krass. Oh, schön angelockt. Oh, der war aber fies. Tja, aber um den ist es auch nicht schade. Oh, Sarah, schön cool bleiben. Schön cool bleiben. Oh, die Scheiße. Okay, okay, okay. Wir müssen doch ganz das Video jetzt hier nicht nur eine Kugel fangen. Nicht reden. Nicht reden. Oh, nein. Oh, nein. Lauf! Okay. Okay. Jetzt nicht erstmal so, dass das jetzt hier schafft. Huiuiuiui. In your face. Und ausgewischen. Und... Wo? Wie? Wo? Da und da hast du. Nein. Hib schnell her. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Nein! Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, wir müssen uns irgendwie entscheiden, glaube ich, jetzt gleich. Entweder hier an der Hand packen. Ey, ist das mies. Oh nein. Na los, hau den, hau den Arm durch. Oh mein Gott. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Müssen wir tun. Müssen wir durch. Und jetzt lauf. Puh. Ah. Nein, sag mir nicht, dass jetzt die Folge zu Ende ist. Nein! Oh, komm! Oh, ist das mies! Ist das mies! Es hat Cliffhanger so viel scheuen Tor. What? We're gonna get someone killed. Oh. If I had said I had the radio, Carver might not have been as, as vicious to... Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. Oh, Wahnsinn. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? You need to get past that walker without drawing all the others. Aber schön selber sind so plötzlich alle wir. Not now. Not now, Derek. Oh nein, echt? Eine Wehe? Ach, das gibt's doch nicht. Wo ist Luke? Wo ist Hera? Sie werden alle sterben, Clementine. Don't let sie dich mit ihnen wegziehen. Vorher, auf dem Walking Dead. Ich kann nicht mehr sich um mich selbst nehmen. Wie soll ich ein Kind erzeugen? Ah, du schaust den Bäcker an. Ich war nicht wahrlich, als ich euch alle in der Lodge kam. Mich interessieren, ob die überlebt hat. Sie hat uns ja nur doch geholfen. Ich kann nicht helfen, aber fühle, dass ich mich schuldig bin. Ach, Scheiße. Nein! Nein! Stopp! Kenny! Kenny! Auch noch ein sehr interessanter Charakter. Na? Mal schauen, wie man hier weitergeht. Na, Wecker und Kenny haben's dann durchgezogen. Sie hat ihren Arm jetzt verloren. Och, ne krasse Sache. Tatsächlich. Etwa auch ne krasse Szene. Hm. Hm. Und wir sind noch mittendrin tatsächlich, eigentlich, ne? Clem! Moment, dein Schöner. Oh, Alter. Overtüre Deluxe. Ab, ist halt der Arm. Ja, na. Oh, Scheiße. Okay. Das hat anscheinend nichts gebracht. Scheiße. Oh, Scheiße. Ich kann nicht sterben. Ich werde nicht werben. Du musst動fen. Es sind zu viele. Was denn? Oh, es ist halt bitter, aber was? Oh, scheiße. Der andere haben auch noch... Ach, komm. Oh, Mann. Du musst dich loswerden. Nein, nein. Ach, sch... Oh, was ist das? Oh, nein. Naja, wir haben sie ja löst. Wir haben sie ja löst, bis als sie fressen werden. Hä? Naja, was... Mann, Ken, was... Scheiße, Mann! Das ist auf deiner Hände, Clementine! Ui, ui, ui. So, wir haben auf jeden Fall bei Kenny verkackt. Oh, okay. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt sind doch noch welche von der Gruppe am Start. Ui. Oh, los, Beeindruckt, Beeindruckt. Ui. 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 Los, Beeindruckt, beeindruckt. Ey, die Episode knallt ja schon wieder total drin hier, Mann. Aber was hat Zeug der Machen? Ui. 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 Aber es ist halt nur, ob die Bähle da zusammen durchkommen. So, okay. Also jetzt da schnell durch. Oh, okay. Oh, siehst du. Jane, thank God. Stop. Relax. You need to walk slowly. You'll be fine. I can't do this. Wo nirfst du denn hin? We can't clump together like this. It's better if we spread out. You two will be fine. No, you don't understand. Just help us. You guys are fine. Just go. I'll stay close and watch out for you, Becca. Ah, ich hoffe, du hast gar nicht einen Fehler. Okay, Becca, du musst jetzt die Nerven behalten. Sag mir einfach, was ich kenne. Okay, just tell me, was to do. There. Okay, also wir benutzen sie sozusagen als Rambock. Nein, die sollten sie sich nicht umdrehen. Ah, der gute alte Trick. Er hat doch schon Michonne benutzt in der Season. Also, nee, in der Season, sondern in der Serie. Bleib nicht zurück. Ui. Ach, du Scheiße. Ui. 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 Okay. Nicht anfassen. Okay, es sieht erstmal so aus, als wären wir durchgekommen. Hätte jetzt Kennys Freundin nicht getötet, wäre Kenny vielleicht da geblieben und wäre definitiv tot. So redet mir das jetzt mal schön. Ist aber wirklich krass. Ey, also bei Kenny haben wir verkackt. Das, 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 da meint mir nichts vor. Also. So, wir sind jetzt also mit Becca. Großartig, wahrscheinlich wären wir vielleicht jetzt nicht mit Becca unterwegs gewesen. Hätten wir gesagt, okay, wir splitten uns auf. Ich finde es ganz gut. Bist du okay? Wurde denn irgendwie mal ein Sammelpunkt ausgemacht, wo ihr euch trefft? Nach dieser halsbrecherischen Mission? Wenn sie nicht sind, dann können wir nichts tun, was wir tun können. Ich sage nicht, was so wie das. Okay. Sorry. Jesus. Ich weiß nicht, ob wir sicher sind. Was, wenn die Hörte uns noch folgt? Ja, voll traurig. Ich hätte schon sehen, so haben wir uns mit Frau verloren. Oh, wir passen auch miteinander auf. Ja, wir kennen hier schon wirklich ein paar harte Schicksalsschläge hinter sich hier. In dieser Spielreihe. Oh, okay. Weiß sie denn, dass er tot ist? Oh, okay. Okay. Wenn du das funktionierst, wir könnten, ich weiß nicht. Der Plan funktioniert. Wir sind weg. Ja. Die meisten von uns. Look, ich weiß, dass einige von deinen Leuten nicht gemacht haben. Aber Carlton ist verrückt. Staying wird nur noch die Inevitable. Ich sage nur, dass wenn die Leute nicht panikiert haben, Dinge vielleicht haben wir besser gemacht. Natürlich. Wir panikiert haben, wir Angst haben. Der Plan war gut. Die Erachtung war die messen. Das hört sich ein enormes an. Was? Nein! Nein, das ist nicht das, was ich sage. Nur... Ich muss zuhören. Ich bin sorry, ich will uns nicht unterbrechen. Kann ich nur einen Moment haben? Ja, ein Moment. Danke. Danke. Alvin sollte hier sein, um das zu sein. Ist Alvin... Er ist tot, was er ist. Dank an diesem verdammten Mann damals. Jane, Sie wissen etwas über... Nein, ich nicht. Ja, Schwanger sein in dieser Situation ist wirklich... Der beschissenste Umstand, den man sich vorstellt kann tatsächlich. Oh, sorry. Nur eine Konversation. Es war nichts. Nein. Was bedeutet das? Mit dem was? Mein Baby? Ich schaue nur auf das Schlimmste. Auch Clem wird nicht mit dir selbst ein Baby aufbauen. Nicht hier. Ich meine nur, es wird Essen brauchen. Und, du weißt, andere Dinge. Ja? Und? Und? Ich weiß nicht. Aber wir müssen es probieren. Aber wir müssen es probieren. Ernst einfach. Nur weil du so ein angrierer Loner, der nicht interessiert, sondern sie selbst, das bedeutet, dass du besser als ich. Hey! Ich habe es schon gesehen. Nachdem es angefangen hat, ich und meine Freundin, wir... Sie sterben? Ich brauche dich nicht. Du... Du hast nicht das Recht. Jane! Scheiße, ich wollte es nicht. Scheiße. Sie wollte es nicht. Genau? Oh, verdammt. Weißt du, ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß. Wir werden hier bald stehen. Oh, ich... Ich... Das ist jetzt eine Frage, eigentlich. Und er hat schon eine Waffe in der Hand. Er hat schon eine Waffe in der Hand. No. No, 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 no. Wir wollten auch nur, dass er nicht leidet. Wer will schon nicht fressen werden? Also ich bin mir still. Ich bin mir still. Woher du bist, bitte entschuldige mich. Ich kann nicht wieder alleine sein. Hi, Kenny. Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht weiß, was du hierher schweigst. Was ist mit Kenny? Warum ist Kenny so? Du denkst, dass Kenny okay ist? Ich kann nicht mehr von jemandem hören. Kenny, ich bin sehr entschuldigt von Sarita. Entschuldigt, hm? Das ist toll von dir. Ich habe dich gesehen, dass es deine Schuld war in den ersten Platz. Oh Gott. Being angry won't help anything. Because it's sure as hell helping me. Naja, das ist natürlich klar. Versucht sie zu retten. Ja. Ich versuchte sie zu retten. Es ist nicht, weil du eine kleine Mädchen. Du kannst einfach Menschen getötet und niemanden will caren. Dass, weil du sorry bist, es wird alles magisch weg. An Kenny. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Sie kriegt jetzt die komplette Wut von ihm ab, ey. Ah, jetzt sollte ich noch tun. Ich gehe verrückt, nur hier sitzen und nichts zu tun. Gib dir Zeit, Mike. Es ist noch früh. Clem, wie geht es? Na, was denkt ihr denn? Ihr habt es so gehört, wie es gelaufen ist. Kenny ist wirklich gemein. Kenny ist wirklich verrückt. Clem. Du kannst nicht nur erwarten, dass er zurückfließen kann. Dieser Mann ist wirklich gut. Du kannst ihn aber jetzt nicht einfach da sitzen lassen und jetzt so, okay, da trinkt man in deinem Kummer. Oh, wie, das funktioniert jetzt noch nicht. Lass mal Safe Plans finden. Lass mal Safe Plans finden. Wenn die anderen zurückkommen, werden sie wissen, was zu tun. Luke hat einen Plan. McDark Kenny hat einen Plan. Mike. Arnie. Mike hat einen Punkt. Du kannst nicht einfach sitzen und warten. Dinge sind genug genug. Und bald wird ein Baby in deinen Händen. Clementine ist richtig. Nach allem. Nach allem. Wenn es keine Chance gibt, sind sie noch immer wieder. Wir müssen ihn nehmen. Alles klar. Clem kann kommen. Das funktioniert nicht. Mit der Schwangerschaft und allem. Das geht nicht. Danke. Hör, Rebecca. Wenn irgendwas falsch geht hier. Hast du etwas, um dich selbst zu schützen? Ich habe das. Du denkst nicht, dass ich... Ich weiß nicht. Aber du hättest es nahe halten. Komm her, Clem. Warum kannst du mit ihnen? Zombies nicht. Okay. Wir gehen also zu zweit los. Vielleicht auch ganz gut. Fallen, aber nie versagen. Ach. Ein Drama hier schon wieder, ey. Mann. Schau. Ich werde mit dir levelieren. Du solltest wissen, dass du deine Freunde findest. Das ist ein Schuss in der Nacht. Warum? Könntest du recht haben. Aber warum sind wir hier draußen? Wir sollten trotzdem zu reden. Ich weiß nicht. Wir sollten uns nicht geben, bevor wir sogar sahen. Okay. Ja. Aber ich wollte dich mit dir sprechen. Ab von ihnen. Mhm. Warum? Warum? Aber ich... Ich muss dir einfach warnen. Das Grupp ist kräftig. Ich habe es schon gesehen. Und... Na ja. So richtig geil ist es halt auch nicht. Wenn wir allein gewesen wären, wären wir schon tot. Ich weiß, dass du siehst, worüber ich spreche. Du willst nicht hier sein, wenn sie sich starten. Sie sind nicht übel. Du weißt, schlechtes Dinge passieren, wenn du alleine bist. Aber deine Wahrscheinlichkeit sind besser. Es gibt niemanden, um deine Beine zu sehen. Und wenn etwas passiert, gibt es niemanden, um dir zu helfen. Wie kann ich dir helfen? Wie viel Hilfe ist Kenny gonna sein? Was er durch? Er ist mehr als eine Leihabilität, als alles. Und Rebekka... Situation... Das macht nichts besser nach hinten. Situation. Das war schön. Du kriegst genug Menschen zusammen. Und alles, was du kriegst, ist, sind Entscheidungen. Wie kannst du zusammenarbeiten, ohne jemanden zu vertrauen? Das ist genau wie ich zusammenarbeiten. Ja, aber Lene schaffst du mich mit dir? Ich versuche, dir die Tools, die du brauchst, wenn du sie möchtest. Wie dein Jacket. Es sieht warm, aber ein Walker? Du kriegst es direkt durch das. Meine Freundin Jamie hatte eine gute Leitere. Ich wünschte, dass ich es noch hatte. Du könntest... Das war anscheinend ihre kleine Schwester. Ich wollte immer eine Schwester. Versuch mal... Jetzt nicht mal Wunder umzupoolen bei ihr. Es war... ... stupide Kindergarten. Das war's. Du kennst, dass sie eine große Schwester ist... ... also, es lustig. Es ist wirklich leicht, dass sie so sein. Oh? Du kennst, sie schnauert ihr Schnauert. Sie schreiten ihr Schnauert. Sie schreiten ihr Schnauert. Sie schreiten ihr Schnauert? Aufgrund. Ich habe das geliebten. Ich habe gedacht, ich sollte es rausgehen. Ist das wirklich wie es, eine Schwester zu haben? Nein. Nein, nein. Es ist nicht alles gut. Doch. Doch, genau. Ich habe das geliebten. Ich habe das geliebten. Ich habe das geliebten. Ich habe das geliebti. Ich habe das geliebten. Es ist immer noch ein Sommer, wir gehen in Virginia nach dem Garten. Aber es ist das geliebten, nicht die Zeuglose. Es war das nicht. Es war, dass niemand uns da entdeckt. Und ich... Ich habe das geliebten, dass wir nicht so sind. Es ist nur... dass wir... Wir sind... ... ... Mmm. Oh, ich habe nicht... Aber diese Walkers haben ein paar gute Sachen. So. Du suchen sie? Ja. Du suchen sie. Pager. Okay. So. Sie waren Überzeuger. Sie haben mögliche Sachen. Das ist natürlich wahr. Nur die Früchen. Ah, zwei Patronen. Schön. Nehmen wir mal mit. Schauen wir mal da. Eine Jackentasche. Ein Taschentuch. Wie schön. Ja. Ein smartes Haare. Danke. Oder noch was? Kreditkarten. Ne, Ausweise. Saduski. Findet ihr was? Führerschein. Drei Taschen. Zwei von ihnen. Weil ansonsten würde sie wahrscheinlich nicht so eine Beziehung. Ähm. Jetzt so klein wie überbauen. Der sieht schon ein bisschen älter aus, oder? Hier. Gib mir eine Hand. Wunder den. Gib mir mal Boost. Kennen wir den? Oh. Oh. Oh, okay. Nein, nicht nur Sarah. Ich weiß nicht, was dir zu erzählen. Alles, was wir wissen, ist, dass sie hier war. Es könnte ein gutes Zeichen sein. Geh nicht, deine Hoffnung. Schau, Clem. Ich weiß, was du mir sagen willst, aber... Geh auf! Sarah! Geh auf! Sehr schön. Okay, komm. Wir müssen einen Weg finden. Es sieht, wie es da ist. Es ist... Nick. Nick, Nicky. Schau, er ist dein Freund. Du solltest das machen. Du solltest das machen. Ich bin sorry, Nick. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Mach's gut. Ach... Echt jetzt, ne? Nicht mal mit Elenschaff... Ach, komm! Ähhhhh... Clem-i. Gebt mir die Axt wieder. Gebt mir die Axt wieder. Ja, ist halt blöd mit Nick. Ist halt blöd. Haut mich jetzt nicht emotional so aus den Socken, aber trotzdem schade. Er ist auch an einer Menge Mist in dieser Staffel hier gerade. Schuld. Ja, ich weiß. Du kennst das, oder? Ich weiß. Ich habe das vorher schon gemacht. Das Hachet von dir scheint, dass es ziemlich schnell getroffen wird. Es wird dich getötet. Hier, benutze das. Sehr effektiv. Ich kann das machen. Ja, die Axt hat natürlich ein bisschen mehr Power. Du kannst dich halt schön durch irgendwelche Arme arbeiten. Aber der Schraubenzieher ist halt, oder beziehungsweise, der Eispickel ist halt wirklich ein bisschen effektiver beim Beenden. Wie finden wir sie? Was jetzt? Ich bin bereit. Ich weiß, wie du bist. Wir müssen einen besseren Blick bekommen. Okay. Oh. Wie geht's? Du kriegst den nahen, und ich helfe den anderen Fenster, um den anderen zu holen. Geh' es. Geh' es. Let's do it. Na ja, nicht. So, von unten ist blöd, tatsächlich. Wir sind zu klingen. Normalerweise müsste es ja eher von oben, aber so von unten. Okay, das ist gut. Okay. Tritt in die Kniekehle. Bring deinen Gegner auf deine Ebene runter. So, ne. Dann mal rüber. Wieso? Wir könnten die Beete zusammen erledigen. Oh, ne. Die aber nicht. Wir können sie vielleicht um die Ablenkung. Oder wegkloppen. So, was haben wir denn? Auto. Rufel. Das sieht gut aus. Können wir noch? Genau. Stich zu. Ach. 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 Stirb. Scheusal. Okay. Wie wir es gelernt haben. Und ab ins Genick. Ist schon ein bisschen große Schwestermäßig jetzt für uns. Lärm. Oder Menschen. Wir können genug Ruhe an dieser Seite machen. Wir können diese Walkers hier mehr hören. Klingt nach dem Plan. Ich denke, das ist das Beste. Ich bin mit dir. Gut. Was wird sie ihre Atenung bekommen? Na, da. Da. Okay, was ist das? Schauen wir uns mal an. Die Barrikade. Ja, es sieht ziemlich stark aus. Warum machst du das? Ja, wirklich? Dagegen Hämmern. Nee, das machen wir nicht. Tatsächlich hoffe ich natürlich, dass wir mal hier... Vielleicht die Scheibe einschlagen können. Oh, er ist so ja offen. Und Hupe. Hallo. Echt jetzt? Das hat ihn nicht interessiert? Wir müssen die ganze Zeit hupen, ne? Brauchen wir einen Stock oder irgendwas? So, hier. Ja, hm. Ist klar. Da müssen wir einen Zündschlüssel anscheinend finden. Ähm. Sonnenblende können wir nicht erreichen. Kommen wir wieder zurück? Ne, wir kommen nicht zurück. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus aus dem Auto? Was soll ich denn tun, Sarah? Hallo? Wurde gerne wieder raus. Okay, einfach weggehen. So, einen Stock oder irgendwas brauchen wir. Oder, äh, einen Zündschlüssel. Vielleicht ist das der Fahrer des Chevolis. Wir schauen. Na, los. Wir legen ihn auf die Hupe. Das ist ungefähr, dass er tot ist. Mhm. Mimimimi. Safe is safe. Das ist ein guter Instinkt. Ihn auf die Hupe legen. Können wir probieren. Wollen wir das probieren? Was denkst du? So, mit dem Kopf. Mit dem Kopf. So, so eine schöne Szene bei Simpsons. So mit Darth Garten. Hurra! Pfff! Gib mir eine Hand. Du mal. Weil so ein schlechter Zentner, die er schon hat. Legendär. Oh. So. Ich bin nicht. Schnupps die Wupps drin mit dir, mein Großer. Finde ich gut. Die fällt mir gut. So, Leute. Dann haben wir uns jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause für euch erarbeitet. Und wir müssen jetzt durch den anderen Wohnwagen durch. Komm schon. Jetzt tu es. Wäre auch mal schön gewesen, hätte mal vorgeguckt, ob die Tür überhaupt offen ist. Oh, wer bist du? Hinter dir, Clemmi! Oh, das ist hauer. Nice kick. Oh. Warte, du? Wieso? Wieso? Ist er rausgefallen, oder was? Der lag jetzt aber nicht mehr in dem Auto. Oh, no, 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 no. Oh. You're gonna need to use more force than that. Put some muscle into it. I'll hold them off. Just get us in there. Oh, yeah. Door's open. Los, renn mit dir. Schnell, zack. So, na dann... stecken wir im nächsten Haus fest. Oh, umkippt'n. Hammer. Schön, wir sind auch im gleichen Haus. Schön. Yeah, Luke. Luke ist alive. Ich habe einen Weg gemacht. Er hat Hilfe gemacht. Ich... ich sah ihn außerhalb. Schau, er war da draußen, aber wir haben ihn geholfen. Du weißt... Fuck. Fuck. Ja. Luke, wo ist Sarah? Ah. Ich weiß nicht, was zu tun, was zu tun. Was ist das Problem? Du musst helfen. Aber... Ich weiß nicht. Sarah, komm mal. Wir müssen jetzt gehen. Komm mal. Wir müssen hier raus. Leute, wir können das nicht machen. Wir können... Wir können hier... Wir können hier nicht bleiben. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann sie nicht raus. Okay, ich versuchte sie, aber... Ich glaube, Carver hat mich ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht. Hm. Hm. Okay, sie sind gleich drin. Äh... Vielleicht hat sie mich... Vielleicht. Vielleicht. Hör, ich... Äh... Sie werden dieses Ort öffnen ziemlich schnell. Wir können nicht bleiben. Also... Wir müssen sie hochladen, oder... Wir müssen... Okay, der Fruchtinstinkt ist natürlich bei ihr da. Sich alleine durchzuschlagen. Hm. So. Jetzt mit Fingerspitzengefühl. Sarah. Es ist mir. Hi. No! Okay, umarmt. Das ist eine blöde Sache. Funktioniert nicht. Hm. Jonathan. Du kannst stärker sein. I hate that I've lost so many people. But it's made me stronger. I've learned to take care of myself. Things aren't like they were before. Everything is hard now. Schwierig, welchen Ansatz wir jetzt hier wählen, ne? Sie ist halt natürlich sehr labil gerade. Aber wir müssen sie ein bisschen... ...bestärken. Äh... ...mach gar nicht nur mit ihm. Aber du kannst auch sein, Sarah. Mhm. Mhm. Ich wünsche, das wäre wahr. Äh... Mach gar nicht nur mit ihm. Wauw. 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 Ich bin Angst, weil er wollte, dass ich leben wollte. Und dein Vater hat dich beschädigt, weil er wollte, dass du leben wollte. Er wollte das immer noch. Geh in die Skylight! Jetzt! Komm, ich stehe dich! Ah, okay. Okay, es liegt also an uns. Ähm, ein bisschen schwer, ja, ja, das Ding. So, was hier? Nicht groß genug, das ist klar. So, was haben wir noch? Irgendwie ein bisschen hoch, aber jemand muss die Tür zu halten. Schnell, 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 schnell. Schieb. Lass umziehen, Mann. Komm! Ah, damn. Okay, go, go! Keep pushing! Go! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Mann, was kommt, Clemmy? Hammer! Los, komm, Jane! Tür zu! Sarah, du könntest dich schon mal so langsam hinstellen, Mausi. Sarah, los, komm! Lass sie nicht zurück. Los, komm! Ich kann, ich kann, ich kann! Das ist... Sarah, denk auf, was du machst. Du kannst sie nicht schützen, Clemm. Wir müssen gehen. Nicht die beste Wahl gerade. Nein. Tut mir leid. Oh je. Oh, no, 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 no. Oh nein, nein, Jane. Schnell, Jane. Schnell. Schnell. Wuuuuh. Okay. Wir haben sie geschafft. Ah. Oh, Schwein gehabt. Ja, muss ich sagen. Zünft den Ohr verheiratet. Oh, ho, 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 ho. Das ist halt wirklich... Ja, äh... Parents, don't try this at home. Ja, ist wieder aufregend, Mutti. So sieht's aus. Ich mag das fragen, aber... Lass mich nicht hängen, da musst du... Wir schaffen das. Look, Sarah, you can get through this. We both will. But... I'm not okay. Just try. Can you do that? Keim geht's hier. Keim geht's hier gut. Keim geht's hier, ob ich sag, der beste Deutsch hier auch jetzt wie auf dem Kanal. So geht's hier. Ja, der Flucht und Stink ist ja auch sehr prägt bei ihr. Ja, man muss nicht immer piesacken, oder? Heißt also, sie hat ihre Schwester nicht zurückgelassen? Ich kann's nicht glauben. Sobald ihr euch gesagt habt, ich war der erste, der auf dem Rücken. Ich hab's schon in meinem Geist. Weiß ich nicht, du bist ja erst auf dem Dach gewesen. Luke, du kannst es dir nicht wegwerfen lassen. Lief doch jetzt, ich meine, klar... Ja, sie wollte alle raus, alle raus. Aber... Sie war die Letzte, die aufs Dach kam. Sollte sie sich mal entspannen, der kleine Luke. Sollte sie sich mal entspannen, der kleine Luke. Sollte sie sich mal entspannen, oder sie sich mal entspannen, wenn ich sie hätte. Until this time... Walkers cornered uns. Forced uns up to the roof. And when they kept coming, I... I couldn't make her jump. Couldn't throw her. So I tried something else. I told her, she could have what she wanted. And I left her there. Jump to the next building over by myself. You left your sister? Jane, I'm really sorry. Wie gesagt, wir versuchen so verständnisvoll wie möglich durch diese Season zu schlängeln. Mal schauen. Vielleicht in der nächsten Season sind wir ein bisschen aggressiver und eckenüberjahren. Aber ja, keine Freunde mehr haben. Jane? No regard for her own safety. Or hours. Sarah and Jamie aren't the same person. We don't know, she'll end up like that. Menschen werden nicht ändern. Komm schon, wir gehen zurück zu deinen Freunden. Hm. Auch wieder ein Gespräch, was wieder weite, weite Ausläufer in die Zukunft haben könnte. Bei irgendwelchen Entscheidungen. Du hast damals im Wald gesagt, nee, nee, ist mir nicht die gleiche Zipendie. Nee, 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 nee. Man, er sieht aber auch aus, als hätte er mit Mike Tyson gewusst. Der alte Defender. Der alte Defender. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, ich erzähle dir die Wahrheit. Wenn ich nicht für Clem und Jane gewesen wäre, dann weiß ich nicht, was passieren würde. Sarah. Wie geht's, Hon? Oh Gott. Wie ist ein Lob? Oh. Nicht anfassen. Das ist okay, Sweetie. Wenn du bereit bist, bin ich einfach glücklich, dass du hier bist. Aber warte, warte. Wo ist Nick? Rebecca. Nick ist jetzt bei den Nacks. Oh, der war schlecht. Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about, too. No. 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 I ain't gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? Has he... Warte, frag ihn einfach. Mentioned, Carlos teaching him anything? He could try. Frag ihn doch. At this point, I'd take anyone, who's even been in a delivery room. Ah. And that just leaves. Ah. Kenny. He went in there after he left. Said he needed a minute by himself. Er... I ain't seen him since. I don't think he's doing well. Ich hab ihn schon mal so gesehen. I've seen him like this before. That's why I was thinking. You could talk to him? Ja, na, wir sind die absolut falsche Person tatsächlich dafür. Ja. Er weiß well. You might be able to get through to him. And I wouldn't ask you to do it. If it weren't for the baby. I don't think he's going to be able to get through to him. Ah. Ist tatsächlich echt schwierig irgendwie, wenn es jetzt halt wirklich um die Entbindung für das Kind geht. Also sie scheint ja irgendwie fähig zu sein. So hört sie sich das an. Also sie braucht jemanden zum Assistieren oder wie. Und da kann man doch einfach sagen, du holst kochendet Wasser, du holst Handtücher. Oder von mir aus holt schmutzend Flusswasser, du holst Dreckgelumpen. Ja, woher? Also. Es sei denn, sie hat auch keine Ahnung davon. Denn ist natürlich, denn ist, denn ist schwer. Denn, denn ist, denn ist blöd. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der durchgeknallte Kenny die beste Person dafür jetzt ist. Und dann jetzt nicht irgendwelche Flashbacks bekommt. So, wir können auch nur zur Hütte, glaube ich, wa? Ah. Ich möchte nicht. Das wird, das wird. Das wird emotional. We need your help with Rebecca's baby. No one else knows what to do. Keiner weiß. Okay, also sie wisst halt auch nicht, tatsächlich. You know what it feels like to get beaten almost to death. Was ist denn mit für eine Frage an eine Ölfierer? Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away watching the whole thing happen to me. And then I woke up again and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck. Katja. Sarita. No peace. No rest. The punches just keep coming. Why the hell couldn't Carver have just finished me off? Obviously I ain't helping anyone but here. Rebecca's baby is almost here and Rebecca needs your help. Yeah, I guess she does. Now don't worry about this. It's nothing. Hadn't killed me yet anyway. It looks like it must hurt. Nein, wie ekelhaft sieht das aus. Okay. Das Baby kommt anscheinend. Oder der Eiswagen vorne. Entweder eins vom Bein. So, jetzt eine Entbindung hier oder was? Ach, komm, hör auf. Okay, die Fruchtblase ist hier platzt. Ich... Ist das normal? Was machen wir jetzt? Heißt das... Ja, das heißt, das Baby kommt, ja? So, also wenn ich den quicke, der einfach kacke, denn, äh, den ist scheiße. So, alle dauerndrücken. 2, 5, 7, grüß dich, hey! Schön, dass du da bist. Was brauchen wir? Können wir jetzt nicht noch irgendwie erstmal Dach suchen? Kenny? Kenny, komm mal, das ist ein... Wenn der jetzt Handtücher und Wasser sagt, rass ich aus. Right, right, sorry. Klinische Wasser für eine Sache. In Blanketen. Hat das Kinder draufgekommen? Mann! Man! Ihr Bootshelfer Steve ist am Start. Ich glaube, es könnte ein guter Start sein. Ich gehe. Eine gute Idee. Nein? Ich glaube, du könntest mit ihr gehen? Natürlich. Ich will das Gebäude bei dem Wasser. Okay, dann. Kenny, du, äh, du steckst mit Rebecca und ich will check die Perimeter für Walkers. Aber er hat schon mal eine Ecke. Das ist schon mal ein Sky. Sarah? Sarah? Du steckst hier mit Rebecca und Kenny, okay? Clem. Warte denn nu. Sie bringt mir immer nur schlechte Nachrichten. Ich weiß, es muss schwer sein, aber danke dir, dass du mit Kenny gesprochen hast. Ich würde gerne, dass du mir und Macke eine Hand geben, um das Museum zu schauen. Aber ich dachte, wie wissen wir, Jane ist nicht einfach zu gehen. Vielleicht sollst du mit ihr gehen. Sicher, dass sie zurückkommt. Was meinst du mit dem? Sie sehen, sie scheint nicht zu viel zu sein, Und sie hat die Hände sehr schnell zu gehen. Ich glaube, es könnte nichts sein. Ich vertraue ihr. Ich vertraue Jane. Ja. Wir müssen jetzt hier nicht in der Gruppe noch mehr rumbeefen hier. Lass da erst mal eins schaffen. Wasser ist da vorne und wir müssen da irgendwo Decken finden. Hoppidi hopp. Okay, wir suchen für warme Blankete, cleanes Wasser, disfekte. Haben Sie Spaß? Haben Sie Spaß? Nein, ich habe Angst, alles wird gut sein. Vielleicht sollte ich mit Jane gehen. Es ist besser, zuhören und zuhören. Okay, alle, ihr wisst, was zu tun. Lass uns schnell sein, und lass uns vorsichtig sein. Lass uns schnell sein, und lass uns vorsichtig sein. Das ist ja... Ach, schön. Wenn das irgendjemand in einer Gruppe so sagen würde, in so einem Gespräch, würde jeder so kicken, was ist mit dir los? Spinnst du ein bisschen? So, da vorne ist das Besucherzentrum, dann gehen wir doch mal hin. Können wir rennen? Na, wir können nur schnell tippen. Okay, der Weg ist weit. Was ist das? Achso, ich hab dich jetzt von Johnny erkannt. Oh, hey. Ja, hey, du. Bist du okay? Ja, ja. Es ist nur viel passiert heute. Und ich weiß nicht, ob... Ja, guck mal an. Plötzlich ja, ja. Also, komm mal, Partner. Lass uns das Deck ansehen. Ich mag die Höhe. Partner? Lass es nicht in deinem Kopf kommen. Los geht's. Ja, komm, erstmal emotionale Bindung stärken, damit der Verlust nicht mehr weh tut. Ich hoffe, das ist das, was wir suchen. Gott weiß, dass wir einen Freude nutzen können. Oh, ich will die Kanone abfeuern. Hm, Schluss. Schau das an. Das Gate ist noch lockt. Das bedeutet, dass, hoffentlich, niemand hat in das, was dort in den ersten Platz war. Wer weiß, was da könnte sein. Vielleicht gibt's das noch. Rebecca könnte das Baby... Das könnte ein Platz für Rebecca, das Baby zu haben. Ja. Das ist, was ich dachte. Hm. Vielleicht kann ich den Locken wählen. Der Nalophil... Versatilität ist nicht überratet. Ich muss mich tatsächlich jetzt emotional auf die Geburt vorbereiten hier, irgendwie. Ich bin ganz froh, dass das jetzt hier nur so in die Plänke davor gibt. Ja, es würde es nicht so schwer versuchen, mit diesem Ding zu versuchen. Mal sehen, ob du etwas größeres finden kannst. Wir brauchen den Mechanismus. Ich hab die Axt bei. Und die hat einen Hammerkopf hinten dran. Gib doch den Schloss ein paar damit. Irgendwie. Das gib doch nach. Man muss es doch... Man muss es doch nicht komplizierter machen. So. Dann... Gucken wir erstmal in Müll. Ist da vielleicht noch eine Pfandflasche drin? Nein. Nicht sogar Trash. Das ist tatsächlich eins der traurigen Anblicke irgendwie in Großstädter. Irgendwie Leute, die in Mülleimern Pfandflaschen rausholen. Das ist also schlimm, dass man darauf angewiesen ist. Aber das ist... Finde ich... Das sieht ganz schlimm aus. Also das sieht ganz schlimm aus. Ich finde es... Ist schlimm. Ist schlimm. Okay, ihr seht hier nicht weiter rein. So. Wir schießen einfach mit der Kanone drauf. So können wir hier durchhauen. Schwuppdiwupp. Und? Du musst halt noch... Geld reinstecken. Erst dann geht's ja. So. Der Battle of the Parkers. Shit. Bist du okay? Ja. Ich denke ich habe es fast gehabt. Ich verstehe es. Ich schau an. Wär schön. Aber kannst mir das nicht vorstellen. Denkst du, dass das Ding noch funktioniert? Bestimmt. Oh. Sie füllen die mit Cement, also sie sind sicher. Wusste ich zum Beispiel ohne, dass das Gängige Praxis ist, das Ding mit Cement zu füllen? Oh. Wo ist das? Jane! Da kommt jemand nach uns. Warte, Jane? Äh... Nicht Jane. War das Sarah? Sagen wir sie wie Sarah aus. Shit, shit, shit. Wer ist denn das? Ist Harry Potter? Und wer weiß, ob er Freunde nebenbei hat? Ich mag nicht, dass es ein Freund hat. Ich mag nicht, dass es ein Freund hat. Warum kommt er hier? Keine Ahnung. Aber wir sollten ihn ausfüllen und sehen, was er ist. Ich mag nicht, dass es ein Freund hat, dass es so nah an den anderen hat. Ich mag nicht, dass es ein Freund hat. Ich habe genug auf unseren Pläten mit einem Baby gekommen. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist jemanden zu erzählen, dass die neuen einfach mit ihm reden. Vielleicht kann ich mit ihm sprechen. Good call. Shit! Halt jetzt! Ach, ey. Ach, so eine Beinprothese auch noch. Hey, du. Oh, mit Waffe. Tu mir nichts, wenn du ein Kind. Bitte, nicht mich schmerzen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Verstehst du mich? Ja. Ich bin Arvo. Ich werde gehen. Ich will nicht schreien. Ich will niemanden schreien. Besonders eine kleine Frau. Eine kleine Frau. Du musst nicht jemanden schreien. Du musst nur die Schreie hervorheben. Zurück. Die Schreie hervorheben. Glenn. Sicher, dass er keine andere Waffen hat. Was haben wir da drin? Eine Bowlingkugel? Einen Kopf? Huh? Nein, ich habe keine mehr Schreie. Ich versuche es dir. Wir müssen nur sicher, dass du nicht ein Schreie bist. Du Rack. Du Rack. Clementine. Du Rack. Was hast du doch mal heißen, Mark. Was hast du da nicht drin, ey? Was hast du da nicht drin, ey? Was ist das? Was ist das? Das ist ein sehr ernstes Staschen Meds. Nein, 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 nein. Geh was du willst, aber nicht die Medizin. Es ist für meine Freundin. Meine älteren Freundin. Sie ist sick. Die Päne macht ihr kreien. Das macht diese Dinge kommen. Bitte. Die Medizin für deine Freundin. Warum stehst du es in der Schraubung? Ich... Ich muss es... Ich muss es sicher halten. Frau oder nicht. Wir können wirklich diese Dinge benutzen. Nein. Du bist nicht nett. Das weißt du gar nicht. Hey! Wir haben Leute, die aufhören. Wer braucht diese Medizin? Luke ist noch ein Wack nach Carver. Kenny ist ein Wack. Rebecca ist in Angst. Schau auf alles. Clementine. Wir brauchen diese Dinge. Du bist nicht speziell. Clementine? Ja? Du musst... Nehmen sie zurück. Nehmen sie zurück. Das Koffer fällt mir nachher auf die Füße. Die Füße irgendwie... Das ist schon in der ersten Staffel richtig in die Hose, Young. Und hier haben wir doch schon mal einmal verkackt. Können wir nicht heilen? Naja, das ist... Ja. Warte denn jetzt. Warte jetzt. Oh, was machst du? Du musst nicht das tun. Lass mich einfach gehen. Jane, mach es nicht. Entspannend nicht, Jane. Du kommst nicht hier wieder zurück. Ich weiss nicht, ob du eine verrückte Freundin hast. Die nächste Zeit, wenn ich dich sehe, wirst du nicht einfach weg gehen. Geh. Ich kann mich leider hier nur an meinem eigenen moralischen Kompass langhangeln. Irgendwie. Ich weiss nicht, was richtig und falsch ist in dem Spiel. Irgendwie. Gefühlt werden gute Sachen bestraft. Irgendwie. Genauso wie schlechte. Alles kann aus allem hier erwachsen. Das ist... Ich dachte, wir müssen ihn erschießen. Wir sollten ja nachhören. Wir sollten alle anderen holen. Ja. Geh die anderen holen. Wir müssen diesen Ort öffnen. Jetzt müssen wir in die Situation gehen. Ja. Vielleicht, ähm... Hilft er uns nochmal. Der wird der Alvo. Irgendwann. Wir treffen den bestimmt nochmal. Also, das ist so ein komischer... Clam! Clam! Hey! Hast du Spaß mit dem Observation Deck? Ich war nur auf Rebekah und Kenny. Sie sagten, sie haben mich nicht von mir gehört. Ich glaube nicht, dass es viel wäre. Aber... Jane ist ziemlich besorgt. Ja... Das Deck wäre vielleicht ein sicherer Ort, wo wir heute Abend bleiben können. Wo Rebekah das Baby haben könnte. Zumindest... Wenn wir etwas besser finden können... Ich glaube, das ist etwas. Wir müssen uns ausprobieren. Ist Jane noch da jetzt? Ja. Sie versucht, die Giftshop zu öffnen. Du weißt, ich kann sie nicht herausfinden. Ich meine, sie legt es wirklich auf der Linie. Aber... gleichzeitig zeigt sie dir nichts, was sie können. Ich mag sie. Sie ist ehrlich. Und sie weiß, was sie macht. Das ist mein Vater. Ja. Aber das ist mehr, als ich für ein Kind sagen kann. Jane ist der typische Person, die durch Schwierigkeiten wird. Du weißt... Aber... Wenn ich jetzt auf Kenny schaue... Er ist einfach... Er ist verletzt. Und verletzte Menschen werden verletzt. Ich weiß, du hast eine Geschichte mit ihm. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Aber ich glaube, er musste mehr, als er kann. Ich glaube, Kenny ist noch eine Funken Hoffnung. Ich weiß nicht. Er versucht, uns zu schützen. Ich weiß nicht, Clem. Ich weiß, er ist dein Freund und alles. Aber was Kenny zu Carver hat, so sah es, als hätte er direkt durch den Korps und auf den Boden. Ist das, wo wir jetzt sind? Ja. Kenny ging zu weit. Es hat mich nicht so komfortabel gemacht. Ich hoffe, dann habe ich noch mehr Hilfe für dich. Wie gesagt, was er hören will. Ich finde schon, dass Carver das verdient hat. Ich muss den anderen über das Deck erzählen. Ja, gut. Ich werde, äh... Ich sehe dich zurück. Oh je? Ich soll nicht noch daran sein, Kenny. Warum ist das so schlimm? Nichts ist falsch. Manchmal hat er sie geboren. Und wie geht's? Ich hab' mir gedacht, ich hab' dir voll geholfen. Was hast du gefunden? Das Gebäude nach hinten hat ein Observationsdeck. Oeh, woher das Baby besser wird? Es kommt so viel schneller, als ich dachte. Ich hab' dich gesagt. Hast du dir alles gearbeitet über nichts? Haben wir noch was, was wir noch brauchen für das Baby? Mike und Bonnie sind noch nicht zurück. Hey Clem. In Ordnung wirst du sein. Im Ordnung wirst du es sicher sein. Was? Ja, wir müssen sie ein bisschen, wir müssen sie pushen. Motivation. Ich bin ein Pläder Motivationstrainer. Aber ich kann nicht stoppen über Dinge, die ich ihm gesagt habe. Dinge, die ich ihm über gesprochen habe. Du wirst eine gute Mutter sein. Wir werden alle helfen. Oh ja? Du bist ein guter Kind, Clementine. Ich bin glücklich, dass du da bist, um dieses Baby zu schauen. Oh Scheiße. Wir sind ein gutes, kleines, elfjähriges. Wir haben noch nie einen Mikro Bonny gesehen. Und ich sage nicht, dass ich ihn nicht vertraue. Aber ich würde es empfehlen, wenn du ihn auf ihn geredet hast. Ja, geh auf. Ich werde gut sein. Na, wir könnten doch schon mal langsam zum Souvenirladen gehen. Muss ja jetzt nicht komplett dunkel werden, oder was? So, okay. Wir schauen mal kurz auf das Schild. Wir können auch mit Kenny nochmal sprechen. Oh, lass uns kommen. Copy die Hoppe. Ich meine, was soll sie jetzt sagen? Schild. Schild. So, hier können wir... ...zu Mike und Bonnie gehen. Vielleicht finden wir hier noch auf den Karten noch irgendwie... Ach, schaut mal. Hier ist noch eine Höhle oder ein Versteck oder irgend sowas. Was uns später vielleicht hilft. Ich glaube, einer dieser Gebäude ist sicherer als hier. Ja. Observation Deck. Du bist hier. Ja, das ist... ...Downtown. Ich wundere mich, ob Mike und Bonnie haben etwas in dem Museum gefunden. Na, war hier noch ein Fahrrad? Nö. Hier, Verkauf ein Fahrrad oder irgendwas? Okay. Nicht. Oh. Oh... Guck mal hier. Mit CD. Ne, eine Audio geführte Tour. Da habe ich Lust drauf jetzt. Okay. Schaut es einfach mal. Sarah ist ja auch noch da. Ach Gott. Total übersehen, die kleine Maus. Weißt du, Rebecca ist mit und wird uns verlassen. Wann waren sie mich? Natürlich nicht. Luke hat wirklich hart versucht, dich mit ihm zu kommen. Warum, dass du mich nicht verlassen hast? Wir sind Freunde. Weil wir Freunde sind. Ich könnte nie so gut sein. Ich will nur meinen Vater. Ich weiß. Also, wenn er hier kommt, sollten wir alle zurück in die Kaffee gehen. Wir sind da sicher. Klar. Sarah? Hey, ich denke, das ist alles, was sie für jetzt nehmen kann. Sie wird gut. So, hier können wir uns noch diverse Tragetechniken angucken, die wir vielleicht für später noch brauchen. Das ist ja so genannte, über die Schulter griffen. So, Kennethy. Wurde er mich erschossen? Ich bin unsicher. Wurde er mich erschossen? Ich bin unsicher. Nee, oder? Ich weiß das auch nicht mehr. Ist ja auch schon jeden Tag her. So, können wir... Oh, voilà. Nein, dann können wir jetzt halt einfach nur losdüsen. Auf geht's. Echt? Er wurde erschossen? Das ist natürlich blöde, wenn das jetzt halt so von Benni geschnitten ist, dass das noch in einer Folge ist. So, bin vor einer halben Stunde, was ist denn vor 20 Minuten passiert? Ja, das lässt mich in keinem guten Licht da stehen. So, Wasser und Lappen, Freunde. Wie sieht's aus? Wir haben einen Ort für Rebecca gefunden. We found a place for Rebecca to have the baby. An observation deck with a gift shop. It's way up high and pretty safe from the wind. Oh, that's great. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty handed. What? I just want to help. Okay. Keep one eye on the woods while we're in here. I don't want nothing sneaking up on us. Now watch this side. You want the Google mitnehmen? Deal. Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for sale. Be handy though. Also really loud. Good point. Oh, das ist natürlich erstmal ein bisschen Schwarzpulver oder irgendwas. Ansonsten kannst du dir die Kugeln ansonsten wieder anschieben. You think maybe they... Souvenirs, huh? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ah. Goodbye. Oh. There have certainly been some animals through here. Watch where you sit. Empty. Da draußen ist ein Fluss gewesen. Ich weiß nicht. Kann man nicht irgendwas nehmen und was abkochen? Irgendwie, unter irgendeinem Gefäß sein. Quatsch mal mit Mike. Mike haben wir noch ja nicht geredet. So großartig. Ich hoffe, wir können etwas zurücknehmen. Ich auch. Hm. Okay. Ein bisschen kurz angebunden. Schon okay. Schon okay. Nicht als persönliche Wertung. Die Tränchen ist leer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. nah an einem Graveyard zu sein, mit dem Weltall wie es ist. Wir machen uns rüber. Wir machen uns rüber. Du bist immer in einem Graveyard zu sein. Ja. Tränen. So. Wahrscheinlich noch mal mit Bonnie. Bonny. Siehst du etwas gut? Nicht so weit. Aber lass uns den Platz einen guten Weg geben. Hey. Schau an das. Ein altes Kumpel. Schön, Clem. Du solltest an das halten. Es wird viel kohler werden, bevor es wärmer wird. Dicke. Können wir als Dicke verbinden. Kenny sagte, wir brauchen Blankets. Es ist nicht wirklich ein Blanket. Aber... Es sollte den Trick machen. Good call. Ich glaube, du hast den alten Code, den ich dir gegeben habe. Ich fühle mich so schlecht. Über alles, was passiert. Hoffentlich wollen wir uns nicht mehr. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr nehmen wollen. Nicht, dass ich dich schweige, wenn du es warst. Ich habe nicht immer das Beste benutzt. Jen. Es scheint, wie wir uns mit uns jetzt. Das ist das, was die meisten wichtig ist. Clem hat eine Jacket gefunden. Das ist großartig. Aber... Es ist nicht großartig. Du weißt, äh... Wir können Rebekka nicht in eine Konfederatische Coat setzen. Oh. Ich dachte nicht, es ist besser als nichts. Ich glaube, es ist besser als nichts. Direkt irgendwie ein Kind auf einem Südstaatenmantel zu bekommen. So, hier ist noch eine Tür. Da geht mal rein. Oh, Clem. So, die wird wahrscheinlich zusehen. Hier haben wir noch ein Karton. Den schmeißen wir einfach runter. So, was haben wir da drin? Wir haben da ja eine Stunde. So, das Kuhn wir mal schnell hoch. Hm. Wasserbehälter. Wasser, Bottle der Anleitung. Das ist nur das, was wir brauchen. Wann wird das Wasser daran schlecht? Irgendwann, wurscht man nach einem halben Jahr oder irgendwas so? Irgendwann hier nur diese Plastikpartikel in das Wasser über. Wurde, ich gehe. Alter, ohne dieses Kind wärt ihr alle so am Arsch. Echt? Oh, das ist jetzt zu schwer für mich, ja? Das kann ich jetzt auch alleine tragen. Oh, wohl, finde ich. Oh, wow, 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 wow. Oh nein, Tautzing. Tautzing. Einfach niedergewastelt. Los, füllt ihn. Zerben. Danke, Mike. Danke, Mike. Danke, Mike. Ja, kein Problem. Ich schaffe das. 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 Och, der feine Herr mit einem Arm. Hm, schön. Was ist denn mit Bonnie? Die faule Hulle. Ich schaffe das. 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 Ich weiß, es sieht wie viel. Aber wir können alle durch das alles gut durchführen. Aufsache, speziell sie Rebekah. Und zwischen euch und ich, sie sieht nicht so gut aus. Hey, Leute. Komm mal. Stay nah. Ah, wird den Nuschen wieder. Ein Waschbär! Jeder so wie er möchte. Na toll. Na, komm her. Kleiner Waschbär. Denk deinen Händen. Oh, oh, Sch***. Schau. Sch***. Nein, nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht mit den Walkern da draußen. Oh, es ist eine Mama. Es wären noch zwei kleine extra Mahlzeiten gewesen. Nein, nein. Irgendwie, wenn ich zu einem Ort komme, wo ich schade bin, bin ich nicht mehr. Na, ich bin irgendwie glücklich, dass es weggekommen ist. Es hat eine Familie. Ja, ich auch. Komm her, wir kommen das zurück zu Rebecca und den anderen. Wir haben nicht viel Zeit, um zu verbrauchen. So, schön. Dann haben wir jetzt alles für eine Niederkunft. Ich freue mich. Nicht. Du sagst mir, deine Hände sind nicht schmerz? Nein. Ich kann das alles. Ah, macht er noch eine Welle vor ihr. Warum ist sie immer noch hier? Warum ist sie noch nicht im Souvenir lang? Okay, 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 okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein. Clementine. Oh, die Schreie locken sie natürlich an. Oh, das sind ziemlich viele. Wir müssen weg. Beschützer, Alter, die kriegen wir nicht alle platt. Clementine, wo ist das Ort, wo du und Jane gefunden hast? Ich zeige dir. Gut, jemand, hilf mir. Mike, das Wasser. Mike holt Sarah. Mike, geh Sarah! Oh, 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 oh. Vielleicht war einer jetzt auch ein bisschen Bootshelfer. Können wir mal Hilfe fragen. Ja. Das, äh... Könnte sein. Frag mich mal schnell durch. Moment, die können wir doch schon von dem Haus. Jetzt hat er eine Augenlinie. Ah, okay. Er beschützt uns nur. Ist doch gut, Kenny. Ja. Ihr Personal, Junge. Hm. Na los, komm. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Heilung. Ja, mach doch ein Schwätzchen, oder was? Ja. Äh. Alter. Der macht hier eine Flirtnummer, verstehst du? Wir kämpfen hier. Okay. Was ist passiert? Wir haben Gott weiß, wie viele Walkern da sind, die wir sollten, um ein Augenblick zu halten. Hey, warte mal. Sag mir, was passiert. Was passiert ist, dass du ein schreckliches Mann. Ich bin schreckliches Mann. Du weißt, dass du viel nervösst hast, Kenny. Rebecca hat das Baby. Jetzt? Nein! 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 Ich рекgré das mit auf der Stame. Hier. Ich binusal. Du willst Hilfe? Mach da und Docke da und steig die Walkern von uns. Ich werde das machen. Ich habe früher dort vorhin. ال répως hat, bevor sie zu uns kommen. Ich will sie außerhalb. Euer den Weg. Gehe. Ich habe Rebecca. Hier sind sie! Hier. Wir des können nicht hier abziehen. Ja. Die hat noch ihre, also, die hat, ich wollte gerade sagen, hat die noch ihre Hose an? Ist ja kein Wunder, dass es weh tut. Schlechteser Scherz heute, Elba. Na, die Kanone, äh, Kanone, ah, los, schnell. Ja, von der Seite siehst du nicht viel, Kenny, da wissen ich, ob du da so eine Hilfe bist. Äh, Kuh, 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 das ist schön hier bei Funktionsrad-Raumtemperatur. Nein, ist doch, nein. Okay. Wunder von der Plattform. Sarah ist unten. Oh, nicht doch. Ja, Sarah. Jane kommt. Komm. Just go. Oh, ha, ha, ha. Los, Jane, do it. Genau. Oh, was wird auflegen. Los, komm, jetzt zieh doch mal durch. Hey, ich kann nicht. Ich versuche, du musst mich hören. Durch, Sarah! Komm da jetzt raus! Los! Vertrau Jane! Oh, nicht doch! Ich weiß, aber ich wünsche, es könnte anders sein. Oh, Sarah! Die klettern? Die klettern? Ich weiß nicht, wer da stand, aber das klang gut. So, was haben wir da noch? So, was haben wir da noch? Sollen wir jetzt hier noch stampeln? Trampeln? Los, das Seil irgendwie kappen. Können wir das Seil kappen? Hier, da. Drahtseil. Schwierig. Die Schrauben sind schon im Arsch. Könnte klappen. Gib ihn, gib ihm! Los, komm, Clemmy! Zieh durch! Nein! Quatscht! Schlag zu! Oh, Mann! Sarah. Dich habe ich doch getötet. Dich habe ich doch erschossen. Oh! Und? Ein Junge? Ein Mädchen? Tod? Umdrehen und tsch! Los! Ja! Ja! Es lebt! Es lebt! Ich bin fix und fertig. Oh, Mann! Oh! Oh! Ich fühle mich, als hätte ich gerade ein Kind gekriegt. Oh! Was ist das denn? Junge oder Mädchen? Wow! Es lebt! Du hast es geschafft. Hey, Clementine. Hey! Wie geht's? Er ist perfekt. Wer ist ein perfekt kleiner Mann? Wer ist der größte kleine Mann in der ganzen Welt? Oh! Er sieht wie Alvin aus. Er sieht wie Alvin. Und sie spricht. Oh! 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 Ich weiß nicht, wie es ist. Es ist einfach. Habe ihn nur kurz und unterstütze seine Hände. Da geht's. Du bist ein Natur. Schau an dich, wie eine große Schwester. Hier, lass ihn nehmen. Du solltest beide resten. Besonders dich. Wann ist das letzte Mal, dass du schlappst, Kenny? Über zwei Jahre. Ich bin gut. Aber jemand muss dich anschauen, während Mama deine Schönheit schläft. Du wirst das Geräusch nie vergessen. Erstaunlich. Hat Kenny nochmal wieder zurückgeholt, wa? Hoffentlich. Nicht, dass er plötzlich heißt, hey, wo ist Kenny und das Baby? Ja. 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 Was machst du? Hör, ich bin sorry. Ich muss gehen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Was ist Luke? Was ist ihn? Sie sind nicht... Look. Luke ist ein guter Mann, aber es ist nicht so. Und es kann niemals so sein. Oh. Ja... Na dann... Ach nöööööööööö irgendwo Dann weiß ich... Flüg, will ich das hier nicht? Schönen alles. Ich würde nicht hier ohne sie sein. Sie können dich immer sicher sein. Niemand ist immer sicher. Du schaust dich selbst. Ich meine das. Hier. Die Nagefeile. Nimmer. Ja. Ich ähm... Ich muss gehen. Schade. Finde ich wirklich ein bisschen doof, dass sie jetzt irgendwie... ...mochte sie. Für die Gruppe war sie auch. Gewinnen. Luke sieht jetzt tatsächlich... Oh, okay. Ich bin gut. Okay. Gut. Luke sieht ein bisschen aus wie Nathan Drake aus Uncharted. Fällt mir jetzt gerade mal so. Ich glaube, dass wir nicht mehr so haben. Wir sind auf dem Essen. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen bleiben. Für Rebecca und die Baby. Ich denke, dass ich so schnell wie es wird, Jane und ich sollten uns überlegen. Wir schauen, ob wir einen Ort finden können. Wir schauen, ob wir einen Ort finden können. Äh, Luke... ...Mädel. Wie? Jane ist weg. Für gut. Wie? Wann? 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 Wann toll, du hast das Baby geweckt? Wann, du hast das Baby geweckt? Wann? Wann? Wann, du hast das Baby gewickt. Wir, die beiden, wie viele Kindel-König. Böe, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, das ist nicht richtig. Ihr seid beide Idioten. Ihr seid beide wie Kerl. Alles, ihr seid, ist kämpfen. Schau, ich bin sorry. Okay? Ich bin zufrieden. Aber du wirst mit Jane zum Friseur. Danke für den Long-Stream. Wir sehen uns. Gut, ich weiß gut. Schön, dass du da bist. Tschüss. Hör doch mal auf, rumzuschreiben. War doch Wellington. Okay. Es könnte sicher sein, da. Oder es könnte ein guter Weg sein. Kenny! Oh, Entschuldigung. Clem hat einen Punkt. Das könnte eine ganze Stadt voll mit Gebrauch. Und nicht so weit von hier. Ein ganz besser als hier. Das ist unsere beste Betriebe. Wir müssen auf die Straße schnell wie möglich. Wir gehen bei der ersten Linie. Whoa, whoa. Was bist du da? Rebecca braucht ein paar Tage. Wir haben hier keine paar Tage. Wir haben nichts zu essen. Wir sollten morgen früh weiterziehen. Wir müssen weiter. Und es fängt an zu schneiden. Wir haben jetzt nur noch Wasser. Wir haben, also okay, wir könnten mit Wasser überleben. Naja, aber... Das würde uns auch schwächen. Es ist ein langer Tag. Ah. Na toll, sie hustet schon so. So bedeutungsschwanger. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be alright. Mann, ey. Ich weiß nicht. Und der Schnee kam. Ach, zum Schande. Ey, guck doch mal an. Wir sehen da alle aus. Wir sind. Wie gesagt, nur Winter is coming. Jetzt sind wir aber froh über die hässliche Jacke. Ach Gott, und der kleine Zwerg hat nur da so ein kleines Huch. Und wie kann man da den nicht noch ein bisschen mehr einpacken? Kann man den nicht hier irgendwie in die Probe nicht hinmachen? Rebecca sieht nicht gut aus. Wurde dann hier plötzlich Sommer, oder was? Das sieht aus, wie ein Ort ist warm, oder was? Wir können immer wieder zurückkommen. Das ist nicht eine Option. Alle, in der da sind. Wir müssen immer weitergehen, wenn wir in die Stadt gehen gehen, bevor es die Nacht ist. Du hast überhaupt nicht gehört, jemand anderes. Du hast einfach nur noch einen Gehörgern. Du musst aufrehen, okay? Du hast ihn zu schwer. Ich mache nur was muss, wie immer. Luke ist richtig. Alle sind leid. Ich weiß, dass sie sind. Aber warten wird nur die Dinge verhörter. Du hast mit mir auf das letzte Nacht geschlossen. Na, sie ist natürlich auch noch durch die Wut geschwächt. Krankes Ohne. Mh. Mann, Alter, was ist denn solle jetzt diese Eifer? Ich tue jetzt nicht, wie Kenny weiß, was er tut. Kenny weiß, was er tut. Er hat vorher schon ein Vater. Das ist nicht das, was ich überrascht habe. Hallo? Ja, ist schon klar. Was? Was ist das? Ist das Alvo? Ja! Der Russenbengel. Alvo, nicht Alvo. Na, Hüte, als wir ihn die Medikamente wieder hier haben. Kann er uns helfen? Ja. Öl. Ich glaube, seine Schwester ist krank. Wir sollten ihm helfen. Hallo? Please! Er hat eine sechste Schöne. Sie sind in Tränen. Eine sechste Schöne. All right. Lass Clemmie reden. Hallo. Ihr Name ist Clementine. Ja? Da. Hi, Arvo. Das sind deine Freunde? Ich hoffe, dass du mir jetzt helfen kannst. Nicht wie vorher. Alle von dir können. Das kannst du dir helfen. Was brauchst du? Wie können wir uns helfen? Ich brauche, äh, äh, was für ... ... Bandages. Ich brauche Bandages. Are you hurt? Nein. Das sind sie? Ja, das sind sie. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Wir wollen keine Probleme. Ich sagte ihnen, Sie sind diejenigen, die mich robben. Sie denken, es lustig, dass du nur eine kleine Mädchen. Robben? Und sie wollen dich und deine Freunde legen, damit wir unsere Sachen nehmen können. Woah, woah, warte. Was ist das? Was ist das? Clementine, du robben diesen Mann? Vielleicht können wir etwas tun. Was ist das? Was bedeutet das? Was ist das? Was, was von dir genommen wurde, wird das etwas nur so gut. Ich bin sicher. Sorry, Clementine, aber wir sind nicht hier, um deals zu machen. Purikou sagt, dass wir alles nehmen. So, dann werden wir uns hier alle drauf gehen, oder was? Alle von euch. Just put your guns down. Das wird gut. Genau. Das stimmt. Wenn du deine Arme runter willst, wir auch werden. Das ist das. Was ist das? Wir werden auch. Ich versuch' mit dir? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde nicht überprüfen, was ihr das? Ich werde nicht darüber bitten, dass sie das. Ich werde nicht auf die Bühne verletten. Es ist das. Okay, spitz dich so'n bisschen zu, alles. Oh nein. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sie wird so... Sie ist tot. Sie wird zum Tod. Hört mich? Ich werde dich in meinem... Nein! Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Quick-Times verkacke auf dem letzten Meter hier. Die Kava-Gruppe. Ich brauche nur eine Minute. Ich sollte dich dann aus deiner Mühe bringen. Schau auf Kenny. Er ist einfach... Er scheint gebrochen. Gebrochen Menschen werden schrecklich. Hier. Wenn sie nach vorne gehen, lasst sie dich mit ihnen drücken. Aber man macht es doch so ein bisschen unik, ne? Ja, haben wir aufhört. Und der Ding, der Shit muss. Denn ist die Scheiße durch die Ventilator öffnen. So. Das wird wahrscheinlich gleich losgehen hier. Ja, die Speziele passt sich deine Entscheidung an. Die Geschichte wird an deine Spielweise angepasst. Großartig am Eimacht. Großartig einfach am Eimacht. Der Puls ist schon auf 200 bei mir. Clemmy ist hier getroffen? Ist Clemmy verrundet? Okay, Mike ist auch geschossen. Einer von den Russen hat zerrischt. Gut lebt. Sehr gut. Okay, kenn ich's auch noch. Am Start. Sehr gut. Hol das Baby. Hol das Baby. Und hinrufen. Luis. Oh, 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 oh. Ne, wir müssen ein Baby holen. Wir müssen ein Baby holen. Wir müssen das Baby holen. Wir müssen das Baby holen. Wir können den jetzt nicht spielen lassen. Schnell. Sehr schön. Groß Rotze weg. Schocktum mit einer Hand. Dann mach es. Alter, die stehen sich fünf Meter gegenüber. Ist so ein bisschen wie eine Vision. Erdeckungsshooter. Okay. Ich versuche. Leg erst mal den Baby weg. Oh, wie? Wo ist er? Da ist er. Oh, okay. Shit, Luke ist geschossen. Luke ist angeschossen worden. Boom. Okay, Kenny hat ihn ausgeschaltet. Scheinbar nur noch ein Schütze da. Ist das okay? Okay, gleich durchgehängt schon mal. Ich weiß nicht. Das ist natürlich nie gut. Okay. Kopf runter. Oh. Unmarschens, den kleinen Album. Okay, jetzt haben wir erstmal eine Geisel. Außer ihr wünscht in Situationen. Wenn ich in Russisch kann, könnt ihr das mal bitte kurz übersetzen. Oh, shit. Okay. Oh, nein, sie. Gut zum Zombie. Okay. Jana, sie ist, was? Seine Schwester? Das war wahrscheinlich seine Schwester, die Kranke. Natascha. Zombie. Was willst du? Wie? Wo? Was ist? Wie? Wo? Wat? Wat? Yes! Jane. Nice. Sie ist zurück. Und high five. Ja, da haben wir ja mal die Gruppe gut aufgerieben, würde ich sagen. Hier, ich habe sie. Aber vielleicht haben die noch irgendwelche Leute in den Büschen zu sitzen. Oh, jetzt haben wir natürlich noch ein paar neue Waffen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir haben noch eine Menge Munition verloren. Jesus Christ. Das war, äh, das war intensiv. Ich dachte, das war es. Aber ich dachte, das war es. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ja, du hast uns gerettet. Lass mal uns in die Wogen glätten. Lass mal emotionale Pflaster verteilen. So. Du kannst immer noch gehen. Bist du sicher? Komm. Komm zurück in die Herde. Jane hatte quasi in der letzten Folge die Gruppe verlassen, weil sie sich alleine durchschlagen wollte. Sie ist halt eher so die Einzigängerin. Ja, Becca hat es irgendwie... Leider nicht geschafft. Wie hat das passiert? Sie hat wie das. Hätte das jetzt was gebracht, hätten wir noch ein bisschen länger gewartet, hätte sie sie vielleicht nicht verwandelt. Wenn sie vielleicht nicht krank gewesen ist, Sie hat das, was sie hatte, um die Kinder zu beschützen. Das ist nicht deine Schuld. Okay? Sie hat nur... Sie hat nur zu viel Blut verloren. Es ist kein jemandem fault. Du hast das Mädchen Leben schubst. Ihr wisst, wir könnten sie besser getan haben. Sie war nur... zu weit weg. Emotionally damaged! Okay, Kenny ist schon mehr kurz vorm Flippen. Will er abnehmen? Er hat uns natürlich schön verarscht. Der Finger ist am Abzug. Wollen wir diesmal glauben? Er kann doch jetzt einfach nur um sein Leben flehen. Dann öffne deine Augen und ich mache es schnell. Kenny, zurück! Wir brauchen die Lebensmittel. Wir brauchen das Essen. None of das will matter if we all starve to death. Sie ist richtig, Kenny. Wir sind so schwer in die Verbrauchungen, wie es ist. Es ist wert, der Risiko zu schauen, diese Ort. Er信 ihn nicht, er信 ihn nicht. Es geht nicht. Wir sollten gehen. Wir müssen nur bemerksam sein. Es kann nicht weit weg von hier. Du gehst davon aus! Du bist der Grund, warum diese Mannschaft nach uns in der ersten Zeit gekommen ist. Nicht versuchen, das auf mich zu schützen. Entschuldigung, Kenny. Sie hat uns nur geholfen. Schau, nicht starten, okay? Ich bin sicher, dass du wirklich entschuldigst, dass du deine Freundin zurückkommen hast. Ich war da mit ihr. Ich war auch mit ihr. Ich war auch mit ihr. Ich war auch mit ihr. Denk auf das Baby, Kenny. Denk auf das Baby. Denk auf das Baby. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn nicht mehr. Wir werden nicht mehr länger dauern, ohne mehr Essen. Wir müssen eine Chance nehmen. Obwohl jemand einen besseren Plan hat. Wir sind seit Tagen irgendwie im Schnee unterwegs. Wir haben etwas, um den Sonnigern herzustellen. Ja, ich habe etwas. Ich danke dir. Gib mir nur einen Grund. Ja, Mann. Er kriegt es. Ok, Luke ist natürlich angeschossen. Das ist nicht so gut. Jetzt muss man Luke unertragen. Ich bin froh, dass du da bist. 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 Ich wollte nicht, dass du in den ersten Platz gehen willst. Danke. Ja, natürlich. Ich stelle mal die Szene um. Großartig. Großartig. Müssen wir noch einen Emote machen. Szene. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh. Du musst nicht den Schmuck an den ganzen Tag. Du verletzt, was wir durchgebracht haben. Er ist nicht da, Kenny. Keine Neuheit, deinen Arm auszuladen. Ich bin froh über Kenny. Er ist in einem dunklen Platz. Wir müssen uns auf ihn halten. Alles, was er durchgebracht hat. Er hat verloren. Er hat ihn verloren. Er wird dir okay. Ich habe ihn schon lange kennengelernt. Nun, es beginnt, dass sich alles aufzuladen. Er ist auf ihn. Jeder hat einen brechen Punkt. Ich bin nur jemand, den er vertraut. Dass er mich vertraut. Das bedeutet, dass du dich derjenige, der ihn zurückzuladen muss. Entschuldigung. Er ist auf dich. Wenn wir das wirklich funktionieren, dann sind wir alle auf dich. Er ist schwerer als du denkst. Er kann es auf dich. Ich glaube, dass er es nicht kann. Du wirst sehen. Ich hoffe, dass du richtig bist. Komm schon, Slowpokes! Ja, was auch wirklich großartig ist, ist halt die musikalische Untermalung, die einfach mal wie so ein Messerstich ins Herz sticht. Aber mich holt es emotional sehr ab. Irgendwie wird er halt wirklich krassig. Er wird alles noch so dermaßen unterstützt. Warte! Wir müssen stoppen. Nein! Nein! Nein, ich bin gut. Ich brauche nur eine Sekunde. Entschuldigung. Ich habe nur mehr Kraft auf ihn, als ich hätte. Okay, warte da! Hey! Was ich sage? Wenn ich dir etwas erzähle, dann hörst du dich! Entschuldigung! Entschuldigung? Komm schon! Es gibt keine нужde dafür! Er bekommt, was er verdient hat. Okay, also Kenny ist definitiv auf dem Kriegspfad. Der wird Blut sehen. Oh, sein Schuh. mit dir zu sprechen! Ich sage, stopp! Du solltest stopp! Das ist genug! Lass ihn allein! Bleib einfach auf! Ich werde ein Wort mit Kenny. Er muss nicht diesen Weg behandeln. Er hat genug gemacht. Du bist okay? Ja, ja. Geh weiter, Papa. Ich habe Klamotten. Ich habe Klamotten. Hier. Geh das Baby. Okay. Das ist schon eine Frau. Also, der Mann ist echt... ...am Boden. Du kannst nachvollziehen, dass er so reagiert. Was meinst du? Jeder Mann, den ich kenne, versucht immer zu lassen, wie hart sie sind. Leid sie in ihrem Platz. Ein buncher dominanter, gewaltender Horseshit. Und es endet alle gleich. Aber nicht auf mich. Ich bin nicht der Mann. Oh, das ist nicht wahr. Du bekommst auch. Du bekommst du auch. Nee. Ich bin nicht der Mann. Es gibt gute Männer, auch. Mein Freund Lee. Er war ein guter Mann. Ich wünsche, ich hätte ihn gehabt, zu treffen. Ich auch. Ich wünsche, er wäre jetzt hier. Ich wünsche, er wäre jetzt hier. Ich wünsche mir, eine Frau, um ihn zu sprechen zu sprechen. Es sieht aus, wie Jane es abbringt. Bleib Druck auf ihn, okay? Ich gehe ein paar Pfeifen. Schienenbeinsoja. Hey, Bonnie. Ja? Ich bin sorry. Für was? Ich werde gleich zurück sein. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Moin! Grüß dich! Schön, dass du da bist. Grand Final. Grand Final heute hier. Ja, Bonnie hatte uns damals mit der Cover-Gruppe, äh, am Anfang der Season, ähm, ja, fast verraten. Und wahrscheinlich hab's da nochmal irgendwie... kleinen Zwiespalt zwischen dem einen. Wir sind gelaufen, äh, was meinst du? Denke nicht, ey, Cap, was meinst du? Keine Ahnung, Cap hat jetzt nicht zugehört. Ich denke, das ist ein Durchschuss. Wenn so viele meiner Freunde... sind tot. Für keinen Grund. Und ich konnte nichts tun, um zu tun. Okay. Komm. Was hat schon ihr Witt für die Gruppe? Nick, Pete, Alvin und Becca, Carlos, Sarah... Und für was? Du kannst dich nicht schulden. Es war nicht deine Schuld. Nein. Nicht komplett. Ich hätte mehr gemacht. Und das ist nicht für eine Debatte. Ich weiß, was meine Beine sind. Ich muss mich nicht schulden. Okay, das sollte funktionieren. Das ist perfekt. Das ist ein kleines Pioniertuch. Was habe ich vermisst? Hm? Äh, nichts mehr. Du weißt, meistens schulden. Ich weiß nicht, wie weit das Platz ist. Ich habe mir vorhin erwähnt, wie kalt es ist. Ja, gut, dass du diese coolen Jacket hast, oder? Ich bin sicher, dass die meisten davon mit etwas Soap und Wasser rauskommt. Ich bin gut. Ich habe es nicht gebraucht. Aber du wirst mich besser als ich. Vielleicht wird er dich machen. Ich werde wirklich verletzen. Ich werde dich wirklich verletzen. Okay. Es ist ein kleines Mädchen. Das wird bleiben. Aber nur für eine Sekunde. Es wird sich verletzen. 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 In der letzten Folge dachte ich schon fast, irgendwie, ich muss eine Geburt machen hier. Also eine Geburt begleiten. Alvin Junior. Seine Eltern hätten das gefallen. Hat er ja gesagt, der Papa. Alvin Junior. Alvin Junior es ist. Du magst das? Ich denke, A.J. hat geprüft. A.J.? Ich wechsle den Verband. Ich wechsle den Verband. Ich wechsle den Verband. Es klingt, dass ich keine Wahl habe. Hast du nicht. Du musst nicht so etwas machen. Du musst nicht so viele Dinge machen. All right. Kenny hat übrigens eine zertrummerte Augenhöhle. Und nicht so geil irgendwie. Na dann. Das ist ja auch ein bisschen. Ach. Du musst nicht so gut erkennen. Ich bin glücklich, Carver zu töten. Ich hatte ihn auch. Ja, der hat ihm das irgendwie angetan. So, na denn. Tupfen. Na los, ruf damit. Oh, das muss so höllisch brennen jetzt. Das tut vielleicht ein wenig weh. Das ist ja kein Feigding. So, ruf damit. Oh, mein verdammter Hölle. Du musst zu stoppen, zu schwirmen. Sorry über die Sprache, Junior. Du wirst dich schwerer als ich, wenn du wachst. Ich werde dich erwarten, dass du mehr als ein Herr, als ich bin. Oh, Mann. Ist das smart? Es wird schwerer. Just like his dad. Oh, Alvin didn't look it. But yeah. That guy had a pair. Oh, schon mehr als rot. You were right about me giving myself up. I can't believe I was willing to sacrifice Alvin, just to hold down a little longer. We should have saved him sooner. Ah, ich lese jetzt sehr viel hätte, könnte, würde. Ich muss mich über das. Every time I look at Alvin Junior here. Er hat sich auf, für die Gruppe. Wir sind alle schuld. Er zieht ihn richtig. The best thing you can do for Alvin and Rebecca is raise him right. Make sure he's safe. Weil, dass du das einzige, was du machen kannst, so kannst du ihm nur noch eine Aufjahr, aber eben irgendwie, ansonsten, verliert er sich. So, na, dann wieder auf den Dreckigenlappen. Und nabba. Koffer, der ist wenigstens jetzt ein bisschen sauberer. All done. Thank you, sweetie. Yep. Are you ready to go? No. Willes bisschen. Let's head out. So, wie sehr wichtig. Sunshine war jetzt dann auch schon hier. Mal gucken, vielleicht kommt sie auch noch mit dazu. Vielleicht schaut sie auch gerade zu und blökt ein bisschen. Da wollte er doch gestern wirklich noch zu Martin raiden. Da hat er schon Feierabend gemacht. Macht jetzt bloß noch Halbtastalarbeit. So, so Kurzarbeit. Ist das alles? Das ist es. Hey, ich spreche mit dir. What? It? It's what? What do you mean what? The place you fucking take us? Arvo, that's not what you're taking us to, right? How much further is the house you were talking about? Answer her, goddammit. Still more work. Some more hours. Goddammit. I knew this was gonna happen. This guy fucked us. Thank you. Don't mention it. It's getting dark. Maybe we should stop for the night. This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole time. You don't fucking know that. I know we've been walking all day and we're still fucking nowhere. I think we should spend the night here, if it's safe. Is that a big hit? Also, come on, rin? There's a fence, which would help with walkers. Maybe. Say maybe. Can we just try and have a calm, quiet night? Please. That sounds nice. Yeah. Yeah, it does. Oh, shit. Sorry about that. It's alright, buddy. It's alright. If we're staying, we should scout this place out. Alright. Y'all wait here. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. I'll go with you. And then, säubern wir erstmal die Hütte und dann gucken wir mal. Wie? Zerpick den clean? Gut, gut, gut. No, that's all you. Shh. It's okay. It's okay. Aber, was ist ein Beruhigt? I think he likes you. He's nieklich. Er nervt. No, he's nieklich. Komm. Yeah, he is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born. That's true. They usually look like weird little aliens. Here, I got them. Kennen ich noch so eine Person, die das immer noch. Du, wie hässliche kleine Aliens aussehen. So, okay. Ich hoffe, dass da jetzt keine Streuner sind. Okay, durchsuchen wurde abgekürzt. Ah, schön. Oh, ist da fort. Oh, was? Ich hab keinen Schenk für mich. So, das macht dich... ...what? 27? Das ist richtig. Ich bin überrascht, dass du dich erinnert hast. Ich fühle mich sicher, dass du ein bisschen älter fühlst. Ich habe nicht mit diesem Schein angefangen. Ich bin überrascht, dass du fünf Jahre alt bist. Das fühlt sich wie ein Millionen Jahre alt. Ich muss nicht überrascht, dass die Student-Läume auszulösen. Ich höre das. Ich bin sicher, dass ein Schein auf dem Papier sitzt und wartet, um zu collecten. Und was hast du studiert? Du hast Kunst-Historie gespielt. Das ist cool. Er hat mich wirklich an Nathan Drake von Uncharted. Vom Look und alles. Er hat einen Miner in Agrikulturen. Habe den alten Mann glücklich. Oh, ich habe fast vergessen. Wir schützen ihn für eine besondere Beweise. Und wenn es dein Geburtstag und alles wäre... ...Figure... ...this is as good a time as Annie. Ich hätte gerne einen Schluck. Woher hast du ihn? Bill hat all das Alkohol in den Arm. So, also Clemmy ist öfter, aber du kannst es einfach erst mal am Boden rummachen. Was bedeutet das? Trinken. Er... Er dachte nicht, dass Leute trinken sollten. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, um das erste... Hier, hier. Das war wirklich schön. Ja? Ja? Ich wollte es nicht sagen, dass es riemen. Das war... Na, ich habe erst mal einen Blick. Ich denke, die Füße hat uns ziemlich sicher. Du kannst nicht zu bemerksam sein. Das Baby könnte kalt sein. Nein, ich werde ihn warm halten. Er ist ein schwerer kleiner Mann. Ich kann es nehmen. Nein, du bleibst warm. Clemm, lass ihn gehen. 2 von 7, grüß dich. Schön, dass du da bist. Heim. Danke, Kitty. Ich bin froh, dass sie hier ist. 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 Ja, sie hat uns zurückgebracht. Also, das ist okay, dass sie in meinem Buch. Na, es ist kein Geheimnis, wie du sie fühlst. Oh, komm, ich bin froh. Ich bin froh. Ich verstehe, sie ist eine schöne Mädchen. Wenn du über die Dürr und Götze gehst. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte sie über all diese Scheiße vergessen. Für etwa 10 Minuten. 10 Minuten? Man, das ist langer, als ich an diesem Punkt laste. Hey! Okay, okay. Es war nicht 10 Minuten. Komm, wir haben einen kleinen. Wir haben einen. Sorry. Ich habe nichts gesagt. Es ist mir fault, dass sie es bringen. Ich weiß, was ihr über die Dürfen gesprochen habt. Ich hoffe nicht. Du sprachst über Küsse. Ja. Küsse, klar. War es da kein Küsse? Du schaust dein Kopf gerade jetzt. Die beiden von euch. Luke hat er nämlich hier vorne mit Jane so ein bisschen angewandelt. Vielleicht kam sie zurück für dich. Plop. Aber wachsen. Äh. Ich weiß nicht, was du da sagst. Ich weiß nicht. Vielleicht mag sie ihn? Nein, ich glaube, wir können besser auf den Kopf. Weil du siehst hier. Luke ist ein normaler Kastanon. Hey, shut up. Sei nicht modest. Deine Bewegung arbeiten auf alle die Lachen. Sie arbeiten auf mich. Oh, Scheiße. Ich habe es auch gemacht, nicht wahr? Sorry. Es ist der Drink, die zu sprechen. Sie sagen, ein Drunk-Mans-Talk ist ein Sober-Mans-Tort. Well, ich bin ein Mann. So, die können diese Scheiße irgendwo anders nehmen. Clem. Und dann holen wir doch mal hier Jane ran. Schwupp, bupp, 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 bupp. So, Jane. Hier. Tschüssi. Tschüssi. Wahrscheinlich ist es für alle ein paar Zeit gewesen. Wir wollen nur, dass du dich willkommen fühlst. Es ist durch das Feuer. Was ist das? Es ist... Rum. Ich weiß nicht. Es ist vielleicht wunderschön. Ich habe nicht erwartet, dass du... nur wenn es zulässt. Nur wenn es zulässt. Wir sind alle erwachsen. Sagt die Ölviere. Du weißt, was ich meine. Mature oder was auch. Ich wünsche, es wäre so einfach. Es ist. Die Leute lieben es einfach schwerer, als es muss sein. Warum fühlt es sich, als ob ich ein Kontrakt oder was? Das ist wirklich gut. Hast du noch? Willst du sitzen? Es ist okay. Es könnte nur ein bisschen kümmern. Nein, danke. Ich versuche, zurück zu kümmern. Du kannst dann der designierte Fahrer sein. Cool. Aber ich weiß nicht, wie zu fahren. Es ist jetzt einfacher. Es gibt keine Autoren. Ich war nicht zu viel älter als du, als ich mein erstes Trink hatte. Gott, ich bin so verrückt. Es war diese Zeit, als ich in meine Elterns-Liquor-Kabinette und trinke eine ganze Bottle dieses wirklich süßes, süßes Liquor. Oh, was war seine Name? Es war dumm. Es war krass. Es war krass oder so. Es klingt, wie du warst. Ich glaube, ich war es. Ja. Ja. Es war krass. Es klingt viel wie Zucker-Krystall. Es war niemals wirklich ein Problem für mich. Halt es so. Meine Freundin hat mich gefunden. Drank. Blut aus meiner Mund. Jamie dachte, ich sterbe. Also hat sie 9-1-1. Sie haben meinen Stomach gepumpt. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Mein erstes Eingetränk war Erdbeerperlwein. Hab mir die Seele aus dem Eingetränkotzt. Ach Mutti, echt jetzt, ja? Ach du Arme. Ich glaube, ein Schluck ist ein Schluck. Hier. Mein Vater braucht so eine feierliche Minute. So, Sohn! Nun ist es Zeit für deinen ersten Schluck Bier. Zeit, es nicht witzig zu machen. Willst du hier sitzen? Nein. Das ist... Ich bin gut. Oh, ja. Okay. Wo auch du möchtest. Ja, schön. Sie sitzt mit am Feuer. Sie ist integriert. So, wo ist Kenny? Ja, setz dich doch noch weiter weg. Was ist denn das für ein Quatsch? Kennethy. Wie machen wir zu dir? Aber vorher gucken wir uns diesen hässchen schwarzen Container an. Oh, läuft doch jetzt nicht komplett zurück. Was ist denn los? STV fühlt sich wie immer, seit wir Elektrizität hatten. Achso. Kannst sagen, wie kommt sie denn jetzt auf Fernsehen irgendwie? Aber mit Strom. Okay. Alles klar. So Kenny. Schlückchen. Hm. Hm. Will er nicht. Because of the baby. Hei, hei, little guy. Shhh. Hh. 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 Hh, I gotcha. Hey. Oh hey новin. I just ahh... Needed some air. Kenny. There is air everywhere. There is air everywhere. Suck, zuck, zuck, zuck. Oh hey, Klem. ...zum ich dann nach oben gehaltenOO... ...abter Sarita war... ...sie es sehr... Ich konnte einfach das nicht halten. Ich lebe mich. Ich meine, du hast was du konnte. Du hast versucht, ihr zu zu helfen. Und ich habe dich dafür gedreht. Ich bin so, sehr erinnert. Ich... ... Exclusive hätte ich mehr gemacht. Nein, nicht sagen. Du hast alles, was du konnte. Ich lebe mich, wenn mich etwas gesehen hat, machte dich nichts anderer als nächstes. Ich weiß, dass ich ein echtes Scheiß bin. Ich weiß, dass ich ein echtes Scheiß bin. Stopp. Nein, das ist wahr. Aber ich... Ich liebe mein Junge. Ich liebe ihn so viel. Ich habe ihn nicht so, wie ich sollte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nicht da, für ein paar Jahre. Ich bin auf einem Boot, irgendwo oder andere. Ich denke, dass ich das Zeit von ihm erinnert habe. Für meine Familie. Ich gebe nichts für einen oder einen Sekunden mit ihnen. Ich spiele mit Duck. Hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Auf allem ist er Duck auch. Ich misse Duck. Er war ein guter Freund. Und ich hatte nicht zu viele davon. Er war ein guter Junge. Ein purer Junge. Ich wollte nur Leute, die glücklich sind. Ein Junge wie dieser. Er hat sich in eine Welt, wie dieser. Es wird mit ihm anders sein. Er wird richtig gegründet werden. Ich werde nicht die gleichen Fehler wieder machen. Das ist eine Veranstaltung. Immer... Scheuklappen runter und nach vorne gehen. Du auch. Vielleicht ist es mir wie kalt. Du solltest auch mitkommen. Du sagst es. Du solltest auch mitkommen. Ich weiß nicht. Komm schon. Es wird gut für alle. Ja, okay. Du solltest gut sein, als ob du das. Ich glaube, das ist ein Loch im Zaun. Es scheint nicht zu gut sein. Es scheint sich zu gut für einen Nacht. Es scheint zu gut sein. Es scheint zu warm. Es scheint zu warm. Es ist ein Nacht. nicht. Also. Hm. Na gut. Gehen wir mal zurück zum Feuer. Ja. Albu, kannst du ein bisschen leiser weinen bitte? Ja, wir haben hier gerade eine gute Zeit. Danke. Ja, ist ja halt auch nicht gerade eine normale Situation, in der die sind. Ne, also das ist... Was denn nun? Schreien die so rum. Sagt etwas auf Russisch. Kann ich noch aus dem Chat Russisch, dann möge er jetzt bitte übersetzen. Mein Russisch ist nur aus der Schule und das ist schon... Lange, 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 lange nicht mehr präsent im Kopf. Ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme das erste Mal. Danke, Kenny. Wirklich? Ich... Nein. Nicht nenne es. Du hast gut gemacht. Es war schön, während es letzte Mal war. Bonnie hat sich tatsächlich in der Gruppe auch gut gemacht. Gut gemacht. Also wenigstens so emotional. So als Bindeglied. Dafür, dass er am Anfang so ein Verräterstlamper war. Judas. So, und die Reise geht weiter. Ob wir wohl heute die Hütte erreichen? Ob es die Hütte überhaupt gibt? Du bist sicher, dass du gut bist? Ja, ja, ich bin gut. Wenn ich... Wenn ich die Hütte ausfüllen, werde ich dir wissen. Okay, was machst du das? Es ist kein Problem. Wie viel weiter? Kloos. Sehr kloos. Kloos, sehr kloos. Oh. Kenny! Wo ist der Baby? Wir haben das Baby. My Cuts. Fucker came out of nowhere. Das war wirklich laut. Hopefully, there aren't more of them. Ja, well, let's move on. We don't want to be around to find out. This is very close. Come. Ja, nun war man flink. Also, ich hoffe, dass da nicht noch irgendwelche anderen Leute von ihm sind, weil die wissen jetzt, dass wir kommen. Die werden den Schuss auf jeden Fall gehört haben, wenn die Hütte so kloos ist. Wir sind hier für die Hütte, nicht die Haus. Es ist warm. Ein guter Ort. Sehr warm. Als lange es gibt, wer weiß, was es aussieht. Du wirst nicht so denken, wenn du dich wachst, mit ein paar Inches der Schnee zu kümmern. Wir wollen nur überflüben? Man kann doch hoch... Ach, Leute, man kann noch umrufen, oder? Sie? Oder ist ein Fluss? Ich kann nicht gehen. Ich kann es nicht. 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 Look. Eier. Nein, Sch***e. Das ist das Problem. Er sagt, es ist gut. Ich gehe zuerst. Ich kann es nicht. Vielleicht müssen wir nicht zusammenkommen. Wir haben gerade noch zu viel Zeit. Wir haben gerade zu viel Zeit. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Wir müssen es ausfällen. Nur um sicher zu sein. Wir warten, die besser. Wir warten. Ich lasse die Russe erst zuerst, weil er so zufrieden ist. Das ist okay. So, wir warten nur noch ein bisschen. Ach du Scheiße. Oh, er hat doch schon die Knacke. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wer ist der Schwerste? Mike, ne? Und Mike hat auch noch ein Baby. Und dann kommen noch ein paar Streuner. Wunderbar, schön. Wir haben ein paar Schwerste hinter uns. Es sind nur ein paar von ihnen. Wir sollten alles gut sein. Lass uns in das Haus gehen. Hey, bleib mit uns. Alter, wenn die schon einbrechen. Das ist noch ein bisschen weniger Speck da. Wir werden raus und wir werden alles gut finden. Hey! Möderfache! Schau! Er wird ihn töten! Oh, 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 oh. Ah, siehste. Wir sollten dich verbrechen, du Schwerste. Nein! Kenny! Hör ihn nicht! Sie haben es geschafft. Lick dich frisch hin. Ähm... Oh, 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 oh! Stop! Ich bin gut! Ich bin gut! Nein, du bist nicht! Ich muss mich einfach raus! Du musst Hilfe, Luke! Das Eis ist zu tief! Ich habe es! Du musst Hilfe! Nein! Clem, geh! Geh, helf dir! Nein, Clem, geh nicht! Du bist so glatt! Du kannst es tun! Stopp, erzähl'n ihr das! Clem, schau mich an! Pull aus, hol'n und schau' die verdammte Walkers, okay? Gib mir ein bisschen Zeit! Clem, du bist nicht, Clem, aber du musst gehen! Danke, danke! Ich bin ehrlich gesagt, einfach... Schau'n schau'n! Oh, ja, wirklich! Jetzt wieder Kopfschüsse! Warte mal erst mal noch! Nein, nein! Es ist zu viel! Schau'n schau'n! Ich kann dich retten! Stopp! Ich habe dich! Okay, los, Bonnie! Zieh ihn einfach raus! Nein! Ach du Scheiße! Und beide sind eingebrochen! Nein! Klopfzeichen! Wo? 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 Los, hol' ihn raus! Hol' ihn raus! Es ist zu late! Clementine, stopp! Es ist noch nicht zu late! Zu late! Es ist nichts mehr, was du tun kannst! Clementine! Ich bin zu late! Luke! Das ist mit mir, das ist mit mir! Ich bekomme dir! Komm, du! Okay, Bonnie stellen es die Schäfte zu haben. Okay. Luke ist tot. Luke ist weg. Oh, scheiße. Oh, ey. Warum sind sie auch nicht außen rumgelaufen? Oder haben sich hingelegt? Ach, Mann, ey. Ey, er kann jetzt auch nicht dafür. Und wieder Kenan Sippo dabei. Oh, ey. Aber diese Magical-Supplies sind auch blöde. Was? Kein Englisch sprechen? Fuck you. You fucking commie, piece of shit. Hey, Kenny. Fuck you. You fucker. Fuck the fuck, Kenny. Hey, Kenny. Stop it. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, Luke war so cool. Wie so ein großer Bruder. Ach, shit. What did you do to him? Ach. There's another just like it. He wasn't lying. Oh. Schau mal. So, könnte mal irgendein jetzt mal ein Feuer machen hier. Ist kalt. You want to tell me, how a can of fucking chili is gonna help you baby? How is beating a kid to death gonna help anyone? This is your fault. And you damn well know it. I'm tying him up. Fine. Mike, help me get a fire started. You okay? He's hurt real bad. Mike. Yeah. Yeah, okay. I'm the fire starter. Doomstick fire starter. Hey, hey. I thought I had matches. Kein Zippo. Kein Zippo dabei. Das ist ja recht eisheil. Die Pfeile. Oh Gott, die Lippe sind schön ins Blau. Mach da jetzt mal ein Feuer an hier. Hoppityhop. Also der hohe Realitätsgrad in dieser Serie ist auch hier spürbar, förmlich, förmlich greifbar. Kling, kling. Sehr schön. So, toll. Jetzt hängen wir hier auf dieser Baustelle rum. Irgendwie haben zwar ein bisschen was zu essen und ein Feuer, aber so richtig geil ist das hier nicht. Und wir haben Luke verloren. Let me take a look at you, kid. Jesus. He could have killed you. What the fuck is wrong with him? You're up. Ach, wir haben ein bisschen Erdnussbutter erlöscht. Kenny's out back, trying to get some stupid trucks started. Truck, okay. Here, you should eat something. Haben jetzt wirklich bloß eine Büchse Chili? You okay? I know. Thank you. I can't believe he's gone. I've lost people before, but... It just hasn't felt this... This shitty in a while. He was a great guy. I... God damn it. Mit Luke hat mich jetzt gar nicht erwischt, tatsächlich. Also das... War auch so sinnlos, so ohne... Also... Man ist immer sinnlos, aber... Keine heroische Rettung für die Gruppe oder irgend so was. Keine Hofopferung in irgendeiner krassen Situation. Ne, er ist einfach nur... Er ist einfach nur ertrunken. Ich hätte mir ein geiler Album-Titel, ein Reingoth. Ist der Bus. Okay. Äh... Wofür hab ich jetzt hier gerade eingewilligt? Wird gerade auf den Chat konzentriert. Ich will ihn sehen. Ah... Ah... Ach, die gute 500er. Dämmplatte dahinter. Schön. Just... Be careful. Okay, ja, wir haben ein Auto. Ich glaube, das Ziel nach Wellington zugelang, steht anscheinend immer noch irgendwie im Raum. Ich hab nicht über dich erinnern, dass Arvo schlagen soll. Du solltest nicht das zu Arvo getan haben. Ich weiß. Ich weiß, Clem, aber Luke... Ich weiß nicht, du kannst das nicht machen. Jesus, Clem. Du kennst mich. Du kennst, ich bin nicht so. Klare Ansage von der Clem. All of us, Kenny. Ja. Es wird wiederum. Das ist eine Verzweiflung. Was ist passiert? Es ist vorbei. Aber AJ braucht uns jetzt. Wir müssen uns zusammenhalten. Okay? Komm, wir sehen, ob der Truck wird gehen. Mein Vater hatte immer eine halbe Bezahne von Rex, die er sich verabschiedet hat. Er war ein wunderschönes Mann. Aber er hat mir Respekt taught. Eine Mädchen wie Jane, könnte ein paar Dinge darüber lernen. Ich mag sie. Gib sie ein bisschen Zeit. Vielleicht bist du richtig. Ich wusste nicht, was von Lee zuerst machen. Natürlich, er hat mir mehrmals geholfen, als ich erinnern kann. Wenn ich da jetzt irgendwie sein Auto finden würde, könnte ich das Ding nicht reparieren. Ich würde den Motor aufmachen und sagen... Ja, das Auto ist rot. Danke. Vorbei, der Mai. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Ah, springt nicht an. Das ist die 618er-Muffe vom Vergaser. Und dann können wir raus auf die Straße gehen. Das macht wirklich ein bisschen Distanz. Nicht. Wellington hat sich gut an. All diese Räume können nicht alle Bunker sein. Das hört sich gut an. Meri-Ko! 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 Das hört sich gut an. Meri-Ko! Wir werden es machen, Clem. Ich weiß es. Meri-Ko! 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 Wir bringen ihn schon zum Traum. Ja, das wirst du ja egal. Ich wär auch nicht sehr hilfreich. Ihr könnt ein paar Wildkräuter sammeln. Immerhin. Immerhin. So, können wir ein bisschen Bagger fahren? Oh, so schlendert immer so. Ein bisschen Hände machen. Bagger. Ja, sehr schön. So, Bonnie. Was willst du? Oh, ich werde nachsehen, wie es dir geht. Ja, sie war ja anscheinend auch ein bisschen in Luke verschossen. Hm. Ja, lass uns mal an dem kleinen Kind aus jetzt. Du und ich beide wissen, dass du eine Chance hast, Luke zu retten. Du und ich beide wissen, was da damals geschah. Ich habe nichts mehr zu sagen. Das ist bitter. Das war mal ne klare Ansage. So, können wir rin gehen? Können wir hochklettern? Ne. So, hier. Ein Generator. Schön. Wir priorieren trotzdem nochmal ein paar Knöpfe zu drücken. Wer weiß. Busted. 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 Okay. So. Können wir noch irgendwo anders hin? Ne. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Wahrscheinlich können wir jetzt nur noch reinlaufen. Es sei denn, wir können diesen wunderschönen Stein hier mitnehmen. Nein, können wir nicht. Schade. Okay. Na dann. Gehen wir mal wieder rein. So. Also, muss man auch sagen. Ich glaube nicht, dass wir ihn hätten retten können. Irgendwie. Kräuterlikör. Könnte man immer ein Kräuterlikör draus machen. Sehr geil. Schön. Die richtigen Kräuter finden, es kann sich auch ruchen. Meike und Arvo würden sich nicht aufhören. Also, ich habe ihn hier gelegt. Ist aber nachher blöde, wenn du halt wirklich nur eh eine Büchse Chili da hast. Wenn der Fressflash einsetzt. Ich auch. Alles wird gut. Kann ich glauben, dass Herr Arvo das angetrennt. Ja, alles wird gut. Er wird gut. Ich bin glücklich, dass du diesen Mann in einem Inch seiner Leben verletzt hast. Wir sind weit entfernt. Ich weiß, Kenny ist ein schöner Mann, Clem. Ich bete Carver war auch ein schöner Mann. Mal. Mal. Wahrscheinlich hatte er einen schönen Job. Eine schöne, schöne Frau. Dann hat das alles passiert. Ein Tag kam er ein paar Kinder in die Gesichter und wusste, dass er am Nachts schlafen könnte. Kenny ist nicht Carver. Du könntest das Recht haben. Das könnte mal funktionieren. Er ist nicht Carver. Er hat nur ein Fehler gemacht. Alles ich sage ist. Start zu denken, was passiert, wenn du falsch bist. Du zwei haben uns seit langem kennengelernt. Später oder später müssen wir entscheiden, wie viel das kostet. Ich denke, es braucht Essen oder was. Ja. Schön. Was machen wir jetzt? Chili kann es ja nicht machen. Wir glauben nicht, dass da irgendwo Milch drüber ist. Wie ernährst du jetzt ein Kind? Willst du es probieren? Ich glaube, wir kommen uns näher. Ich glaube, wir kommen nahe. Das ist, was mich überrascht. Ja, eben. Eben. Kannst du ja nicht. Hier ist, komm, hier ist Schnee. Ach. Gut. Aufs Zauberhand. Wahrscheinlich hat Rebecca noch ein bisschen abgebrochen. Ich kann nicht erinnern. Er kenne mich Mary Jane. Er war ein Däuschen. Irgendwann. Der Digg wurde unter einem Auto gefahren, die von ein paar Zwei-Walkern entdeckt. Einer nach der anderen, sie gingen nach unten, um ihn zu retten zu retten. Wir haben vier Menschen verloren, bevor wir ihn rauskriegen. Ah. Sie mussten es versuchen. Stimmt's? Alles für eine Einzel. So, er hat es geschafft? Hm. Ich wusste nicht bis später, dass er bereits getötet hat. um ihn zu retten und die Knie rauskriegt. Der Schau auf ihren Gesicht war, als sie auf den Skogen schreit, als ob sie ein Zerr guckt hat. Schau, Clem. Okay, cool, der Truck läuft. Sehr gut. So, mit deiner negativen Einstellung kannst du das aber auch mal sein lassen, Shane. Das hilft ja auch keinem. Spalterin. Müssen wir hier alle ein bisschen zusammenhalten. So, aber tankle. So, aber tankle. So, aber wie viel Essen haben wir? Zumindest eine Woche. Und für den Baby? Wir müssen ein Platz für den Baby finden. Ja, ein Platz mehr. Ich verstehe. Wir müssen nach links gehen. Was? Wir sind zu sterben. Ich weiß nicht, welche dumme Idee es war, hier in den ersten Platz aufzunehmen, aber es war ein schlechtes. Sie ist richtig. Was, wenn wir nach Hause gehen? Warte, was? Scheiße, das war das. Ich dachte mehr als Texas. Texas? Was ist das? Was, was? Was, was? Was, was? Ich habe das Gefühl, wir haben bereits über das gesprochen. Ich bin sorry. Wir gehen, zu Wellington finden. Genau, Clem? Wellington? Kenny? Es wird hier los sein, Mann. Ich bin mit Kenny. Wir müssen nach links gehen. Ich habe ihn mit. Clem? Mein Freund Christa. Sie hat mir vor einem lange Zeit über Wellington erzählt, Jane. Es ist da drin. Schau, ich gebe keine Scheiße über was ihr Leute denken. Ich habe dieses Auto gearbeitet. Also sage ich, wo wir gehen. Und wir haben die Tür. Wir haben die Tür. Es ist eine gute Chance, dass wir einen Engel haben. Wir haben einen Engel. Wir haben einen Engel. Was für Arbo? Oh, der Russki? Ja, er kommt nicht mit uns. Wir sollten ihn fahren. Vielleicht will er ehrlich mit. Gute Idee? Oh, ja. Ich helfe ihn mit. Er hat Luke getötet. Ich würde sagen, er hat uns geholfen. Aber vielleicht, wenn du ihn aufhörst. Aber vielleicht, wenn du ihn aufhörst. Er hätte nicht in den ersten Platz verloren. Du denkst über das, Kenny? Entweder. Ich gehe nicht in der Mitte der Nacht. Ja. Ich auch nicht. Es könnte da sein. Ich gehe nicht in der Mitte der Nacht. Du willst das Kindes Blut auf deine Hände, Mike? Wir werden alle sterben hier, wenn du dich aufhörst. Wir werden alle sterben, Kenny. Wir haben nicht genug gemacht für einen Tag? Jesus Christus. Erinnerst du die letzte Mal, wenn wir in der Fahrt gearbeitet haben? Erinnerst du uns aufhörst, Clem? Ich gehe rein. Ich gehe rein. Goddammit! Kenny, bist du okay? Fort Hooser. Gott. Gott! Was ist das? doch jetzt hier nie so ab, fucken wir. Jetzt mal alle Körper mal zusammenstoßen irgendwie und dann wird das gemacht, was die Ölfi hier gesagt. Ja, fuhr mir da nicht rum. Als ob sowas wie an einer Apokalypse ruhen. Das ist, was die Leute sich einpfeifen. Ja? Absolut ein Teil. Absolut. Die Angst vor den Flüssigern. Warum können wir nicht einfach morgen aufbrechen? Warum können wir nicht einfach morgen aufbrechen? Wäre auch okay. Warum können wir nicht morgen gehen? Schau. Wir haben vielleicht ein Tags worth of food für dieses Kind. Das ist es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo werden wir eine Babyformula finden? Ich weiß es nicht. Aber hier sitzen ist kein Weg. Ist schwierig eigentlich. Man hat doch jetzt keinen Kompass, nach dem du dich richten kannst. Was ist richtig? Was ist falsch? Du kannst jetzt einfach nur so und innerlich eine Münze werfen. Ich sollte niemandem vertrauen. Ah, ich sollte die Gruppe zusammenhalten. Hat er gesagt, hat er. Ich kann nicht einfach auf diesen Kind aufbrechen. Ich meine, was ist der Punkt, nach dem zu gehen? Das ist, was die Leute, ich glaube, und was die Leute, wie Jane, wirst du nie verstehen. Schau. Ich weiß, Wellington. Das ist vielleicht Bullshit. Aber wo es da ist, es ist Feuer. Christa hat auch darüber gehört, richtig? Du weißt, als ich zu sehen, in der Lodge, ich dachte, ich war so, ich war so. Und wenn du mit diesen Leuten am Abend sitzt, ich weiß, dass du wirst. Und ja, ich fühle mich, aber auch die Brühe. Die Brühe, die ich nicht in lange Zeit fühle. Aber ich brauche dich jetzt, Clem. Es muss man sich besser machen, als wir. Aber wir schaffen es nicht allein. Wir schaffen es nicht allein. Ja, aber wir können es nicht allein tun. Wir brauchen die anderen. Und das ist, weshalb ich muss auf dich beteiligen, Clem. Wir müssen auf die Gruppe zu halten. Aber es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer. Wir werden alles ausprobieren. Naja, ich will das Auto allein und fahr los. Und Alvin. Komm mal. Schauen wir mal. Wir müssen bereit sein. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal umstimmen lassen. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto hin? Moment, wer ist das? Ist das Mike? Mike? Mike und Avo. Alter, was ist los mit euch? Er hat ihn befreit. Echt? Easy. Easy now. Steck zurück. Clem. Shit. Was machst du? Ich habe das Rest davon. Clem. Ihr Verräter-Schweine. Ey. Schön alle neuen Vorräte mitgenommen. Na, lass uns doch reden. Das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was wir haben. Was machen wir jetzt? Schießen wir auf die? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Schießen wir auf die? Könnt ihr jetzt schon mal hinschreiben bitte? Sollen wir auf die schießen? Alright, Clem. Dann müssen wir jetzt nicht alleine entscheiden. Los, Chat. Rinschreiben. Nein, 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 nein. Oh! Oh! Arvo, du kleiner Penner, ey. Lass sie einfach? Oh, mein Gott. Clem. What the fuck did you do? Clem. What did you do? Clem. 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 Clementine. Ach krass, ein Flashback. Lee? Es ist Lee aus der ersten Staffel, der uns begleitet hat. was unsere Bezugsperson war. Oh. Duck? Gott, das ganze Spiel war nur ein Traum. Genau. Schönen Wert zu mir jetzt den Zeitpunkt. Da ist Dirk und Katja. Das ist übrigens der Sohn und die Frau von Kenny. Er hat einen Doktor. Vielleicht sollte er ihm helfen. Als Kind als Kind war ich nie krass. Aber mein Bruder hat immer etwas. Es ist nicht wie ein Kalt. Nein, wahrscheinlich nicht. Oh. Ich fühle mich schlecht. Oh, die hat mir einen schönen Annenieren hier. Die Story. Oh Mann. Ich zeigte ihm ein Lachen, Baby. Als ich den Bogen in seinem Pillow sah. Oh, das ist okay, Schöne. Du brauchst es nicht. Das ist das, was ich meine mit dieser Musik auch wieder. Die gibt ja noch so den, den letzten Tritt irgendwie. Warum hat Lilly das gemacht für Carly? Was jemand so? Ich weiß nicht. Sie war schade, Klim. Ich kann manchmal gar nicht schade. Das ist eine dumme Grund. Du bist richtig. Das ist. Clem, die Leute nicht immer so gut machen. Warum? Das Bedeutel ist für alle. Und es ist schwer, sich selbst zu sein, nachdem sie das tun. Du denkst, wir sollten die Lilly bleiben? Vielleicht. Es war eine schwierige Sache, zu tun. Aber warum hat sie etwas anderes gemacht, woraufhin die Gruppe sie verstoßen hat? Wenn ihr es noch mal sehen wollt... Klopp! Gebt's euch mal. Das ist nicht wie die Mathe, Clem. Manchmal ist es einfach nicht die richtige Antwort. Ich liebe Mathe. Ich auch, mein Lieber. Ich bin sicher. Aber ein Teil des Gegrüßes ist zu tun, was besser ist für die Leute, die du interessierst. Selbst wenn, manchmal... das bedeutet, schützend jemanden. Ich will nicht schützend jemanden. Es ist nicht so einfach. Ich bin Angst, Lee. Was kann ich dir sagen, um es besser zu machen? Ich glaube, es wird gut sein. Es wird gut sein. Es wird besser werden, Clem. Du wirst besser werden. Alles wird gut sein. Okay, Lee. Okay, Lee. Ja, die Emotionally Damaged. Vorbei, das Ding. Ich bin durch. Auf der Leere! Okay, wir haben die Karre. Wir haben die Karre. Okay, Jane, Kenny und wir mit dem Baby sind anscheinend drin. Oh, Schulterschuss. Haben wir einen Durchschuss, oder? Setz die Kugel noch. Hey, you. Clem! Oh, danke Gott! Du hast aus dem Schock. Was ist passiert? Das Schock, Russki, schlug dich? Wir müssen den Schocken um dich zu halten. Wie fühlst du dich? Es tut sich. Ich habe keinen Schocken. Ich muss den Schocken durch. Ich muss den Schocken durchschauen. Es wird ein Zeitpunkt, aber du wirst du dir gut. Ich muss den Schocken durchschauen. Ich habe den Schocken durchschauen. Aber Mike? Ich kann sagen, dass sie arbeiten müssen. Ich glaube, dass sie so weit weg sind. Ja, aber wer würde das Essen holen? Ich muss den Schocken durchschauen. 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 Ich glaube, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, dass sie das gemacht haben, nur zu versuchen, zu entfernen. Good fucking Rebels. Jetzt, Clem! Wir müssen uns überlegen, über wo wir gehen. Wir gehen nach Norden. Um zu finden Wellington? Du sprichst vieles. Aber du hast einen besseren Plan? Wir gehen nach Norden. zurück nach Haus. Carver's Camp? Was ist das? Ich glaube, dass Bonny gesagt hat, es gab mehr Formule. Und wir wissen wirklich, wo es ist. Kann man irgendjemandem in meine Wunde verbinden? Blut dich so lustig vor mich hin. Was ist das? Du sprichst in meinen schlechten Augen? Jackass. Du sprichst gerade in meinen schlechten Ohren. Guck mal rein. Du kannst zurück nach Haus in einem Tag. Ich sage dir was. Wir können nur aufhören, kurz wie du diese Rhebel aus dem Schraubst. Wie ist das? Alles klar. Ich verabschiede. Geh deine Füße weg. Wir spielen ein Spiel, Clem. Ich spiege, mit meinem kleinen Augen, einen Scheiß. Dein Fall. Du sprichst. Du sprichst. Geh zu hell. Ich schrebe diese fuckinge Auto. Geh zu. Sie wollen sterben hier? Sie sind beide Kinder. Ich? Ich konnte nicht die ganze Straße sehen. Du bist die ganze Zeit nicht so viel zu sehen. Du schlutst. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Geh zu..." Oh, ich warte genau warte. Du bist nicht. Du wγο nach dir. Du wątpidest du nicht. Du wirst niemandenken. Du bist nur dich nicht. Es ist deine Familie. Ja nicht. Es ist, oder? Ich 조심ue dich, du blieb. Du wirst auf die A, schlutsigend, die Menschen zu erneigen. Ich habe ein paar Menschen zu verletzten. Shut up! Du beide! Bleib weg, Clem! Nicht erzählen sie was zu tun! Du hörst mich! Du sprichst auf meine Familie, und ich will fucking enden Sie! Jesus Christ, ich bin so sick von diesem Wounded Warrior-Crap! Just pull over! Ich kann das nicht nehmen! Was? Ruhig wieder? Was ein fucking Shocker! In der Ende, immer nur um dich zu interessieren, oder? Und wo warst du, als Sarita stirbt, Kenny? Huh? Wo warst du? Ich war da! Ich konnte... Gott, du bist! Ich liebe diese Frau! Niemand, der stirbt, ist für jemanden's fault! Wir alle wollten zusammen sein, und es war einfach schlecht! Aber wir haben es für sie versucht, zu machen das Beste! Ich bin sorry, Clem, aber ich kann nicht mehr mit diesem Schein machen. Oh, das Gefühl ist mutuell. Du kennst die Sache über die Leute wie du, Kenny? Du bist nur eine Bombe, zu warten. Jeder spricht über dich hinter dir, weil sie Angst haben. Das ist nicht so... Mike? Bonnie? Sarita? Fuckin' Liar! That ain't true! Everyone around you knows that, sooner or later, they're gonna end up dead! Sarita knew it! I know it! And so does Clementine! I told you not to talk about my family! Fuck you! You fucking piece of shit! What a hell, you son of a bitch! Jesus! Oh! Schöner 360 Grad Ton! Okay, I'm fine. I'm fine. How's AJ? He's fine. Sure, yes. Clem, you okay? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler it's okay, drive up closer. Hmm. If anything happens, I'll try to meet you there. Alright? If you're going, go now. Kenny... Oh! Okay, na halt. Ich hab's gehen mitreden. I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried. But I just can't. Stop making him mad. Everything makes him mad. How did you not see that? Well, all you're doing is just making it work. You're just like him. What? Wieso? Clem? We're trying to do this. Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever know what it's like to live your own life? Okay. Kontakt! Kontakt! Streuner und... I see Ken Kenny. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck! Get us out of here! I don't know how to drive! See that pedal on the floor? Step on it! Don't just sit there! Boom! GTA motherfuckers! Oh! 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 Get out of there! The door is stuck! Natürlich klemmt die Tür. Shit! Shit! There are more of them! Move! Wo denn? Wie denn? Okay. Ich komme. Jane? Jane, warte mal. War das ein Baum oder war das ein Kirchturm? Oh, schnell. Ah, nee, war ein Baum. Jane? Ich dachte, wir sind in der Nähe von Wallenken. Oh, na toll. Na toll. Ach, das ist doch... Wo zum Lappen steckt Kenny? Hoffentlich war das nicht Kenny. Ich denke mal, dass Vorbeilaufen jetzt keine Alternative sein wird. Oh, es lichtet sich. Schön. Nicht. Ach Gott, ey, Mann. So, was ist das hier? Ist das ein Walker? Ja, das ist ein Walker. Muss ich den jetzt aber töten? Eigentlich nicht, oder? Ich luf einfach dann vorbei. Ah. Warte, nu. Und ich sage es immer wieder, elf Jahre. Angeschossen. Wie krass ist die Kleine? Wie krass ist die Kleine? Okay, das ist ein Walker. Soll ich die jetzt einfach nur ausschalten, oder was? Ich weiß, wie sehr. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht meine Munition verballern, so sinnlos. Oh, was ist das? Eine Hütte? Rassenplatz. Okay. Auch ein Spielplatz. Schön. Rutschen wir nochmal eine Runde. Hallo noch. Eintreten, was Platz. Oh, okay. Und wir sind wieder allein. Allein, allein. Allein, allein. Von der ursprünglichen Gruppe, die uns aufgenommen hat, sind jetzt wirklich alle tot. Alle. Oh, Kenny. Oh, Kenny. Ja. Where is he? Where is the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Jane? Jane! Hmm, schrei jetzt nicht noch. Was war das? Wait. Was is the sound? Oh, thank Christ. Jane, you okay? Where is the kid? Wo is that kid? Jane, where is he? Wo is that kid? Where is he? He's... What? What are you saying? No. No. Ist doch nicht dein Ernst, oder was? Ist doch nicht dein Ernst. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Just trust me, Clem. Stay out of what? You have to trust me. You're gonna see what he really is. Was, was, was? Was will sie machen? Oh, nein. Jetzt, okay. Okay, oh, nein. I won't back down from you, Kenny. Shut up! Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Don't you come near me, you son of a bitch. Kenny! Get the fucking fuck! Fuck you! What? What? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck! Oh, du scheiße. Okay. Für wen sollen wir uns entscheiden? Also, eigentlich bin ich für... Geh dazwischen. Schluss jetzt. Äh, hör auf. Nein, ich werde sie töten. Töre es, du alte Fuck. Oh! Ich werde dich töten. Alter! Was ist das für dich, oder? Stopp! Oh nein, Leute. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Kann ich uner, Jane? Kann ich uner, Jane? Kann ich uner, Jane? Ah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Fuck you! BLEEP! Are you okay? Ja. Ja, ich denke so. Please. Klamp. Du hast rechtes選擇. Ich lassen dich auf. Ich werde alle auf. Puh, 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 Kenny. Bitte. Nein. Du bist besser ohne mich. Sie haben Kenny getätet?! Schon ein bisschen witzig, aber, oh Mann! Oh, Kenny! Jetzt, wenn es passiert, bin ich Angst. Es ist okay, Kenny. Du... Du siehst Kaccha und Duck. Du siehst wieder einmal. Oh, du bist immer gut für ein Schmier. Es bricht mir nicht Herz, Mann. Es bricht mir nicht Herz. AJ! Sie hat ihn nur versteckt. Oh mein Gott, AJ! Oh mein Gott! Are you okay? Er ist alive. Ich verstehe, wenn du dich schrecklich bist. AJ nie war nie in any danger. Ich wollte nur versuchen, dich zu sprechen. Ich dachte nur, wenn du Kenny gesehen hast, wirst du ihn wissen, dass wir ihn müssen. Schau, Clem. Ich bin sorry. Ich dachte nicht, Kenny würde so weit gehen. Aber es ist jetzt vorbei. Wir sind alle sicher. Wir werden sicher. Wir werden nicht okay. Wir werden nicht okay. Du bist verrückt. Wie könntest du das tun? Ich musste das tun, Clem. Du sahst, wie er reagierte. Ich musste dir zeigen, was er zu können. Also, du legst AJ in Gefahr und hast meinen Freund getötet, nur um einen Punkt zu zeigen? Es war ein dummer Plan. Ich sollte dir nie lieben. Aber ich dachte, es war die einzige, die du sehen würdest. Oh mein Gott! Kenny, du musst mich aufhören. Bitte. Wir können nur alles hinter uns lassen. Es ist fucking emotional. Wirklich, Martin. Es ist übel. Ich habe es für dich, Clem. Für uns. Ich gehe nicht mit dir. Clem. Bitte. Ich habe es für dich gemacht. Ich habe es für dich gemacht. Ist das das, was du hörst? Und es bricht mir das Herz, Mann, Alter. Es bricht mir das Herz. Es bricht mir mein Herz. Clem? Nein. Neun Tage später. Hey, Frau Riona. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Martin! Hier! Hier! Krebelherz! Wir sind jetzt alleine mit einem Kind, Alter. Ein Kind mit einem Kind. Das kann doch nicht gut gehen. Liss sagt, danke? Liss sagt, danke? Liss sagt, danke? Warum sagt Liss danke? Für was? Ja, genau, Riona. Geht mir nicht anders. Uns allen hier. Wir haben ja alle schon. Wir sind anregend. Komm. Das ist die Allergie. Ich höre das Herz. Achso. Das ist jetzt so eine alte Liss-Herz. Hat Liss auch unten. Liss von Couch Commander. Ist der AJ auch ein bisschen eingeschmiert? Ich hab gerade ein Licht drauf hier. Ich hab alles nur durch den Schleier der Tränen gesehen. Ist der Kleine auch geschmiert? Wartet, wartet! Was? Das war's? Was zum... Was? Was?